Fufu! Kleine Fufu! Hallo ihr wenigen, die gerade noch da sind. Oder schon da sind. Oma ist da! Ja! Fobi! Uwu! Ich liebe Stoßing, mein Zeh, ja? Wie cool ist das bitte? Jetzt zack ich Fortnite und trinke Cola. Zack ich Fortnite und trinke Cola. Ja, ich muss was testen. Ja! Also können wir eigentlich auch direkt Dings ein bisschen leiser machen. Bossy, danke für den Primes ab dem 26. Ich muss kurz was Ingame testen, aber im Singleplayer. Um zu gucken, ob das gleich auch in Rage MP funktioniert. Weil ich hab nämlich ein bisschen gemoddet. Die Henseite. Ein bisschen hübscher gemacht, ne? So, funktioniert das hier noch? Das funktioniert auch noch. Das ist schön. Das kann ich ausmachen. Dann kann ich hier mal eben kurz das Spiel wechseln. Danke für die Nachricht, immer gern. Nix Hacker. Alle denken jetzt, ich geh schon in eine Pommes rein, Alter. Nix Hacker. Nix Hacker. Nix Hacker. Okay, egal. Scheiße. Ich bin kein Hacker, Junge. Hallo, meine wunderschönen Kinder. Ich hoffe, euch geht's gut. An alle, die gerade jetzt schon da sind. Und die ganze Zeit gewachsetzt haben. Auf den Kürtis. Ich muss etwas in der Singleplayer von der GTA V testen. Ja. Du weißt, was ich meine. Der gute Stoned hat mir nämlich eine Mod gemacht. Und das ich muss zu testen und so. Boah, gutes Lied jetzt. Mir geht's gut, Pasi. Ich hoffe, der auch. Okay, das funktioniert. Boah, guck mal, den hübschen GTA an. Boah. Aber. Mal gucken, ob das auch in eine Rage-Pommes funktioniert. Ja, oh, es ist mein eigener IP-Server. Mal kurz Distanz-LODs gucken. Wird wahrscheinlich auf Sektor nicht funktionieren. Also die ganz weiten Lichter ganz, ganz hinten in weiß. Weil die ihre eigenen LODs streamen. Aber ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Tschüss. Wer kann denn erkennen, was wir gemacht haben in GTA? Was haben wir verändert? Farben, nein. Wir haben nichts an der Farbtief oder so geändert. Straßenbeleuchtung, richtig. Der Gebäude auch, ja. Himmel auch. Himmel ist auch anders. Laterne, richtig, ja. Und Space Pirate. Oh, Junge. Kio, vielen lieben Dank für die Primes gemacht. Die haben 8-Bowl geschlagen. Nein, die haben 8-Bowl gehauen. Und Space, warum donatest du 50 Euro? Ich meine, jo, vielen lieben Dank, Bruder. Aber why, Alter? Wir haben nur gar nichts gemacht. Spiegelung habe ich nur ein bisschen höher gesetzt. Und den Shader habe ich jetzt hochgemacht. Und Hauli, danke schön für den Primes ab dem 40. So, wir müssen mal eben zu einer bestimmten Straße. Da kann man das am besten testen. Was ist denn mit den Nummern-Schildern? Nummern-Schilder habe ich geändert und die Flamme aus dem Auspuff. Kulturelle Aneignung am Nummern-Schild-Tweet ist raus. Okay, das sieht sehr gut aus. So, ich muss nochmal einmal kurz die Lots testen gehen. Ach, ich hoffe, so sehr, dass das unter Rage funktioniert. Bitte, Alter. Nee, kein M4, eh. Das ist zu viel FPS. Was kannst du maximal machen, wenn du auf dem Alt-V-Server spielst oder so? Ja, kann sein, Joko. Ich habe den... Ich habe immer auf Shader auf normal gestellt. Jetzt habe ich den auf ein bisschen höher gemacht. Müssen wir mal testen, wie das läuft auf Sektor. In der FPS und so. Ach ja, und die Bäume und alles. Aber ich habe Vegetation mit drauf. Mod. Komm, voll ausspielen. Hallo, hier bin ich, Gott. Hier bin ich, Projektleiter. Ich muss hier genix, Junge. Nein, ich habe keine Nvidia-Unschärfe drin. Ich habe Anti-Analysing-Treeks von Nvidia, ja. Jetzt ist auch dieses hässliche Schimmern weg. Zum Teil. Ich habe nicht ganz wegbekommen. Und das mache ich alles nur für euch, damit ihr ein schöneres Bild habt, ja. Und für mich. Aber sieht schön aus, oder? Muss ruhig jetzt ausreden. Ne, ich mache das wirklich für einen Streamer. Ich weiß noch damals, erste NASA-Computer. Ich konnte zum ersten Mal Redox benutzen. Das war, das war ein Erlebnis, Alter. So, ich hoffe, ihr hattet zwei angenehme Tage ohne mich. Ich war vorgestern und gestern ein bisschen in der MP unterwegs. So, Kleinscheiß, bisschen erledigen. Außer eine Sache, die war wichtig, aber das werde ich nicht spoilern. Und ich war immer mit dem Jay beim Muller. Der Jay hat seine ganzen Autos vertickt. Aber das ist jetzt nicht irgendwie was Story-Relevantes. Ohne uns, ja, komm. Nur ganz kurz, nur. Da lohnt es sich nicht, den Stream anzumachen. Ich kann gleich Regen anmachen, aber am Regen habe ich nichts geändert. Nur kurz, nur halt gucken. Oh Gott, das sieht... Oh Gott. Boah, ich hoffe, so sehr, dass das funktioniert. Boah, das sieht schon sexy aus, Alter. Juice Less, danke schön für die Wii-Star beim fünften. Und Leranta, danke schön für den Prime-Star beim neunzehnten. Und hallo! Das sieht schon gut aus, oder? Das wird aber trotzdem wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wir werden es nachher sehen. Mit absoluter Sicherheit streamt Sektor selber die LODs und so. Gegen den ganzen MLOs und alles. Kannst du das mit Reshade? Nein, Reshade hat kein Face-Ratings. INB, ja. Aber um INB benutzen zu können unter Rage-MP, musst du das Anti-Cheat austricksen. Hat er das immer noch geblockt? Warum auch immer. Quasi Typ-Shows. Du kannst INB nicht einfach so benutzen. Anti-Cheat sowieso nicht so wichtig. Also ich hab mich die letzten Tage sehr damit beschäftigt. Also nicht mit dem Anti-Cheat, sondern allgemein Moddings auf Rage-MP und so. Und es gibt eine absolute Legende in der Szene, das ist der Nenzer. Keine Ahnung, ob euch der Name was sagt. Der hat bei vielen Streamern, beziehungsweise Server mitgewirkt im Modding-Bereich. Und der sagt, das Anti-Cheat von Rage-MP ist auch nicht offiziell. Weil die werden gar nicht als Partner und so gelistet. Das ist irgendwie eine ganz komische, weirde Version. Deshalb kann man auch einfach eine Datei... Ah ne, ich will da nicht näher drauf eingehen. Weil das kann auch missbräuchlich benutzt werden, von daher ist das egal. Ja gut. Wenn ich wieder um, mach ich aus. Wir wollen ja gleich eine Pommes. Aber das war ja Singleplayer-Teddy, ne? Das ist normal, dass das Wetter immer ein bisschen anders hat, als wie du auf dem RP-Server. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ich hab gute Laune. Ich hab auch Motivation. Wir wissen auch eine neue Richtung im RP. Wir haben ein bisschen gequatscht im RP. Ich hab ein paar echt coole Infos bekommen. Das werd ich aber auch nicht spoilern. Aber man muss immer aufpassen, wenn man Infos bekommt. Ob die, aus welchen Quellen die standen, bla bla bla. Ist aber auch egal. Oh, Arvis. Alter, Arvis, was machst du denn hier? Arvis ist auch ein sehr cooler Creator aus der GTA-Szene. Macht moddelt Klamotten und klaut die nicht aus der Sims 4. Soweit ich das weiß. Ähm, B-B-B-Federdaten-Dankeschöpfe. Du bist am 25. Schon über zwei Jahre sind es nun. Da muss ich auch mal loswerden. Mir super die Zeit war. Was heißt denn wahr? Wow. Wie gut du mich unterhalten hast. Und noch weitere. Ach, scheiß drauf. Hab eh keine Zeit zum Schauen. Hier, nimm einfach. Du hast keinen Kalt zum Schauen. Was hat denn? Ich hab irgendwas verschluckt. Ich glaub, ich hab ne Fliege im Mund gehabt. Was hat denn, Alter? Jojo. Oh. Ich hab irgendwas verschluckt. Das war super eklig gerade. Ich glaub, das waren Flusen. Was war das, Junge? Oh Gott, Alter. Tekken, dankeschön für den Prime-Sub im 24. Sind zwei Jahre. Dankeschön. Und Matze, danke für den Wies am 44. Ja, oder Avis Klaus, du deine Mods. Bist du auch so auf The Sims 4 CC-Seiten unterwegs? Und riggst die dann? Für GTA und verkaufst die dann auf Patreon? Heute Frosch gewohnt. Ja, 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 ja. So wenig Subs gehört, das muss man schon fliegen essen. Ich mach komplett selber, Bruder. Seit Monaten Retopology hab ich da keine Ahnung von, Alter. Ich bezieh mein ganzes Wissen nur von Juri. Weil ich permanent zum Juri renne und frage, ey, wie funktioniert dat? Wie funktioniert dat? Kannst du mir dat und dat machen? Kannst du mir dat und dat machen? Hallo Wolverine. Und Juri sagt immer, kein Problem, schick her, schick her. Wie machst denn du eigentlich die Texturen für die Klamotten, Avis? Machst du dat in Photoshop? Photoshop? Ist schon ne harte Nuss, aber wird. Hab schon gesehen, war's dreimal bei mir drauf. Ich join mal ab und zu mal immer auf Discords und guck, was die für Klamotten und so haben. Ob's sich halt lohnt, irgendwo was zu kaufen. Captain's Painter, dann Pears, ja. Ja, genau, dat, dat haben wir auch. Also dat Programm hab ich auch. Ich glaub, kostet ein Fuffi im Monat. Ich werd immer mal anfangen, Texturen zu machen. Vor allem jetzt, wo Rockstar dat verboten hat. Mit, ähm, hier mit den Real-Life-Brands und so. Da sind ja viele Server dann auf der Suche nach Texturen für ihre Mods, die so hoffentlich gekauft haben. Außer die sind selbst geklaut. Dann würd ich da kein Geld für ausgeben. Aber momentan kein Zeit da. Nicht so viel. Hallo, Unicorn. Und da. Egal, unterhalten uns. Habe Geburtstag. Das hast du jetzt nur geschrieben, um mir mitzuteilen, dass du Geburtstag hast. Ne? Du bist auch ein Fuchs, Alter. Aber Happy Birthday. Und, ja, Happy Birthday, ja, er war froh, als ich, wo ich noch Storyline war, alles so related war. Ja, ja, boah, ehrlich, das ist auch so meine Traumvorstellung. Muss ich echt sagen. Aber alles, alles, auf alles, wo ich, also, äh, auf den Servern, wo ich unterwegs bin, da wünsch ich mir, dass alles so ist. Und Sektor geht ja auch den Weg, ne, mit Vanilla Cars, Reworkkarren und so, anstatt echten Autos. Äh, eigene Modemarke, sag ich jetzt einfach mal, nenn ich das. Paletti und Partner halt. Hast du einfach auf so einer Traps-Tapha-Jacket, hast du einfach Paletti und Partner draufstehen, Alter. Oder so ein P, Junge. Ist schon cool. Grüezi, Bluntmond. Hallo, Andi. Hallo, Oma, Yoko, Swiss. Hallo. Wer sind noch da? Kein Schlandnacks mehr. Boah, das war der, das war der größte Kicker, Alter. Eigene Modemarke, so wild, vor allem, wie du das auch aus dem LP kannst. Gib halt irgendein Spieler so die Chance, you know. Ja, ist halt aber immer nur ein Krampf, die Sachen reinzubringen, ne. Vor allem, also auf Rage zumindest. Du kannst halt da nur ein DLC packen. Ein einziges. Und du musst halt ständig neu packen, wenn du auch nur ein Teil irgendwie dazu hinzufügen willst und so. Das ist echt Krampf, Alter. Ich glaube, auf Alt-Wi und 5M ist ja sowieso einfacher. Aber auf Alt-Wi ist, glaube ich, sogar noch einfacher. Ja, das ist echt asozial. Oder du replayst halt die Standard-Klamotten, aber... Willigst kein FPS-Käfer, wie auf Alt-Wi. Aber der meint, dass die Straßen und so verschwinden. Das liegt ja daran, dass du dann zu hohe Texturen für Mod-Sachen benutzt. Dass die Engine damit nicht mehr klarkommt. Verstehen auch viele Server nicht. Ja, Joko. Schön alles aufschreiben. Ey, ich habe nicht viel zu erzählen, ne. Ich mache Duftkerzen, dann gehen wir schon rein. Nichts passiert. Katzen geht es gut. Ich habe ein neues Bild im Discord gepostet. Lade ich sogar nur jeden Dings hoch. Ja, weil die meisten Server alle High-Polys draufballern und sich dann wundern, warum es keine Straßen mehr gibt. Weil die High-Polys sind... Ja doch, sind auch ein Problem. Ja, Bruder, wenn du Custom-Ketten benutzt, Alter, mit 600.000 Polygons, da bist du selber schuld. Die Dinger sind auch nicht dafür ausgelegt, dass man die im Dings benutzt, Alter, im RP. Also auf dem RP-Server. Die sind ja für Manual, ja, gedacht. Ich bin jetzt AI-Attest vom Beruf. Wir haben vorhin richtig reingekiefert, da. Angela Merkel hat das Wollemort, Junge. Er macht die Kauleiste, ja, geht wieder. Aber ich muss halt trotzdem zum Zahnarzt, hatte ich eh vor. Risch ist Dankeschön für die Wiese am 23. Fast zwei Jahre her. Oh, einen Monat noch. Hallo, Paul Wolfenstein. Hab's auch vorhin gesehen, das Pick auf Twitter. Leider ist mein Twitter-Game nicht mehr so krass. Ich glaub, allgemein Twitter geht voll den Bach ohne. Wir haben einfach Angela Merkel als Hogwarts-Schülerin gemacht und dann hab ich auf Twitter gepostet. Die Hand sieht zwar ein bisschen scuffed aus, aber geht schon fit. Wenn ich mal releasen würde, schick ich dir mal was rum. Ist der eine Hoodie nicht sogar von dir? Warte, ich stehe nicht. Wem gehört, wo ist denn die Nummer? Ist das gar nicht mehr? Ah, nee, keinen Bock jetzt, Bilder hochzuladen. Hast du nicht mal einen Hoodie gemacht? Der sah ziemlich nice aus in der Sektor. Sag mal, ist das Sektor-Team bestechlich? Frag fünf Freunde. Nein, sind die nicht. Gibt keine Vitamin-B-Einreise. Wurdest du denn? Hä, du hast dich doch beworben, ne? Voll viele. Boah, soll ich euch was spoilern, Alter? Wisst ihr, wer auf Sektor, wer sich wieder RP angucken möchte? Cooper, Crack und Coopers Bruder. Die haben mal wieder Bock. Die haben sich auch auf Sektor beworben. Ja gut, zu wissen, Sektor XCM, aber haben meine Clothings. XCM, Junge. Cooper, Coopers Bruder und Crack. Und Bomfer, aber Bomfer ist ja schon ein bisschen länger unterwegs. Ja, shit, oh Gott, Alter, der Bomfer stand, der war am Flughafen, hat er mir vorhin erzählt. Man kriegt ja immer so Startgeld auf Sektor. Dann sagt er zu mir, OOC, boah, ich wollte mir eigentlich eine Angel kaufen, aber ich habe ICG kein Geld mehr dafür. Was für weh, du kriegst das Startgeld, sagt er her. Ich habe alles im Casino ausgegeben. Da sind wohl am Flughafen, bei der Einreise sind wohl Automaten, wo der alles sein Geld ausgegeben hat. Jetzt reist der ein und hat einfach nur noch 10 Dollar. Du bist so ein Knallkopf, Junge, ne? Hallo, Helly. Geht, wo es geht. Warum Edel nicht kommt, verstehe ich auch nicht, Alter. Edel ist immer mit seinem Kumpel unterwegs. Jedes Mal, wenn er im Teamspeak-Joint sagt, ey, lass mal wieder was spielen, lass mal wieder was spielen. Hallo, Billy. Wann mal wieder RP, Billy? Edel kommt, der war gestern Abend sogar kurz, wo, auf Sektor? Und Billy dann geschöpft bei dem Weasel, beim zweiten Monat von RP, gleich, gleich. Ja, ich hoffe, dass er diesmal durchzieht mit seinem beheberlichen Charakter. Alter. Ja, klar war der auf Sektor, der war mit uns. Im 90er-Setup war der mit uns unterwegs, paar Tage. Jo, jo. Und Blackout, danke schön für den Weasel am 20. Moin. So, 13 Tage bis Hogwarts. Ja, aber Stay hat mir bisher den Wind aus der Flügel genommen. Der hat sich da so ein, der hat auf so ein Video re-reactet, Alter. Und dann haben wieder alle gebetet, dass es nicht so wird wie Cyberpunk und so. Ich hoffe, ich hoffe einfach, dass es nicht gut wird, Alter. Hallo, Fende. Den schaden griechischen Namen ist Türke, aber spricht Schwäbisch. Okay. Ey, der Memo war drin, der hat mir eine SMS geschrieben vorgestern oder so. Aber ich habe keine Ahnung, was der macht und wo der unterwegs ist. Wenn der überhaupt aktiv ist. warum hat Raven eigentlich aufgehört? Will wieder mehr Zeit im Re-Life und so, also mehr Zeit mit Freunden verbringen. Nicht so viel vom Computer hängen. Ich habe das Gefühl, dass es scheiße wird, wenn man schon zu viel Gutes in Trailern gesehen hat. Aber das ist ja ein Grund, weshalb man das überhaupt kaufen sollte, weil man in Trailern schon viele gute Sachen gesehen hat. Das hat Stay vorhin auch gut erklärt. Wenn man gewisse Sachen nicht sieht, dann heißt das, dass die nicht fertig sind und dann das Kacke wird. Egal. Ich gebe das Geld trotzdem aus. Ich werde trotzdem spielen. auch On-Stream. Mir egal, mir egal. Ab in the Pommes jetzt. Gott, ich hoffe, dass das funktioniert. Alter, bitte lieber Gott. Ich will einfach nur, dass die Pommes gut aussehen. Dankeschön, aber wir sprechen über Hogwarts Legacy. Also ich bin echt gespannt, wie das IP weitergeht. Wir haben auf jeden Fall im IP was ausgemacht. Aber das heißt, was ausgemacht hat. Das ist halt logisch, so was wir jetzt machen können. Hast du Probleme mit Mods oder was? Nee, ich will die Straßenlaternen, die Farben der Straßenlaternen ändern. Ich habe mit Stone gesprochen, falls du den kennst. Der hat so ein GTA 5 Mod Discord. Der hat auch schon eine Mod dafür, aber ich hasse das, wenn die, wenn die Dinger so rein streamen. Naja, genau die weißen. Die streamen halt rein. Und die Lots sind nicht dabei und so. Und jetzt habe ich den Freund einfach bezahlt. Und der hat mir eine andere Mod gemacht. Und da gucken wir jetzt, ob das funktioniert. Habe ich mir eine Exklusive machen lassen. Weil die, die er mal umgewandelt hat, extra für Rage und so, hat nicht so funktioniert, wie ich das will. Aber kann doch sein, dass es nicht funktioniert. Mal gucken. Müssen eh warten, bis es dunkel wird. Die Deluxe dürfen am 7.2. spielen. Ja, ich kaufe die Deluxe-Version noch. Und was höre ich hier für eine Playlist, Alter? Auf halt, wie wären die nur bei Close-Distance-Weiß? Fuck mich auch mies ab. Ja, du musst die quasi so hardcoded reinknallen, ne? Du musst die quasi im Spiel selber replacen, anstatt die Mod einfach drüber zu laden. Ja, dann hat GTA nichts anderes. Du musst ja die benutzen. Track war das mit der Socke, ja. Kann das er Festprobleme bekommen wegen MLOs? Ja, klar, natürlich. Es gibt ganz viele MLOs, die unperformant sind. usschütz! Die 1,2,3,3,4,3,5,4,4,5,5,6,6,6,6,6,7,6,6,6,7,6,6o,7,6,6,6,7,6,7,4,6,6,7,6,6,6,6,7,7,6,7,7,6,7,6,7,7,7. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Vegetation-Mod funktioniert, sieht man ja. So, mein Shader. Findet auch. Ich habe keinen EMB. Ich will, boah, Bruder, ich habe richtig Bock auf EMB. Achso, EMB funktioniert unter Rage nicht. Erstens hat ich schon gesagt, ich muss das Anti-Cheat ein bisschen austricksen, damit das überhaupt lädt. Ich habe aber Bock auf Reshade, auf so einen LA-Shader, so Dings. So ein bisschen die Farben rausnehmen, so. Aber ich finde kein Gutes, Alter. Und ich bin zu dumm, das selber einzustellen. Gras fickt auch immer richtig rein, Alter. Ich habe keinen FPS-Counter drin, Junge. Das macht mich nur nervös, wenn ich einen habe. Ich würde jetzt eine Runde fahren. Einfach mal gucken, wie das Spielgefühl ist. Aber wo ist der Yoko? Wer hat vorhin nur mal gesagt, das sieht jetzt deutlich klarer aus, das Bild. Ist das hier immer noch so? Wie im Singleplayer, wie vorhin? Was sagt er? Boah, vielen lieben Dank für die We-Star beim 21. Und hallo. Hallo, Truks. Oh Gott, Junge. Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Da machst du nix, Junge. Okay. Spielstopp. Heute Shortstream. Nee, 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 nee. Gestern auch schlimm gewesen, Miss Day. Ja, da machst du nix, Alter. Da hat irgendwas reingekäfert jetzt, Sonnenwende, Junge. Hallo, Diego. Hallo, Diego. Hallo, Diego. Hallo, Diego. Hallo, Diego. Hallo, Diego. Starte doch, Junge, ey. Ich hasse das, ne? Das Bild war okay, aber der Mond hat sehr geblendet. Ja, das ist der Shader, das geht aber weg. Wird ja auch schon dunkel im Spiel. Hallo, Gaming-Kellner. Warum dauert das so lang? Wegen dem super Anti-Cheat. Da gibt's auch Scripts für, dass du da... Dass er viel schneller startet, Alter. Aber ich will... Ich will das Spiel, beziehungsweise den Klienten, noch nicht so heftig modden. Kein Bock auf Ärger, Alter. Und vor allem kein Bock auf Bun. Da muss man einfach damit leben. Oh. Ja, genau, wegen sowas dann auch noch. Klar, wenn du am Klienten rumspielst und die Zeiten zu verkürzen ist so ein Shit. Das ganze Mann wird kassieren. Nicht vom Server selber, vom Klienten halt. Ja, der hat da auch, glaube ich, Crash. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich spiele auf 2K. Okay, wenn die Darstellungsdistanz runter ist, dann auf jeden Fall deutlich performanter. Bis dahin mit Leben. Guck mal gleich, wie ein Dunkeles. Mich interessieren eben nur die Lichter. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. War keiner wieder auf? Nee, 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 nee. Hallo, K.J.Docs. Hallo, Herr Morales. Hallo, Herr Morales, ich bin fit. Ich habe Energie. Okay, Mann, ich muss... Was willst du mit deiner Energie machen, Jo? Weiß nicht, paar Leute in den Kopf schießen. Gegen was. Für mich hat sich das beendet, mit Leuten in den Kopf schießen, Mann. Ja, scheiß auf den. Wir sind an unsere Grenzen gekommen, Jo. Hängst du? Das waren doch keine Grenzen. Wir sind als kleine Jungs aus dem Norden gekommen, Mann. Ja, das stimmt. Wir hatten unsere Mission, Mann. Ja, stimmt auch. Ja, unsere Mission ist abgeschlossen und wir waren gierig. Ja, aber das ist deine Mission. Ich nimm daran teil. Ja, dann benimm dich auch so. Tu ich doch. Ja, ich muss jetzt erstmal... Er wollte sich eine Kugel für dich fangen. Damit habe ich alles bewiesen. Was? Hast du es gemacht, Mann? Ich stand vor dir. Du hast mich zur Seite geschubst. Ja. Ist das, Gertes? Ist das nicht so? Doch, trotzdem. Ja, ich weiß, Mann. Ich weiß, dass du dir eine Kugel gefangen hättest. Aber wir haben Grenzen überschritten, Mann. Nein, ich würde... Die wir nicht händeln können. Ich würde sagen, boi, alles ist so gelaufen, wie wir es haben wollten. Jetzt haben wir das Ergebnis. Jo, eigentlich noch viel besser, Mann. Eigentlich noch viel besser. Und das ganze Leasing für die Fahrzeuge ist ausgelaufen und so ein Shit. Ja. Alter, wir haben nichts mehr. Egal. Back to the roots. Ja, aber dafür muss ich erst mal mit ein paar Leuten sprechen. Ich muss mich bei ein paar Leuten bedanken, Mann. Besonders bei Schwester Julia. Die dein Leben gerettet hat. Ja, Mann. Nach mir. Ohne, wie wäre ich jetzt nicht hier. Ah. Jo, dann auf. Oh, wo bist du? Ich fahre hier mit der Karre rum. Wo bist du? Oh, ich fahre hier mit der Karre rum. Ja, welcher? Helf uns beide, der Villa. Alles klar, was gleich. Der Botschaft des Nordens. Ja, je. Was gleich. Er wird schon wieder voll Dings, Alter. Aber er hat Rechte. Alles, was wir geplant hatten, was man nicht so mitbekommen hat, funktioniert. Dieses ganze Stadtding. Von Grape Seat runter. In der Zeit, wo ich nicht da war, wo er mit Crispy nur war und so. Das hat alles funktioniert, Alter. Kevin, da kannst du bei mir im Discord machen, wenn du keinen eigenen hast mit dem Boot drauf. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Was ist das? da vorne. Ja, Pinsel, hallo. Was musst du mir sagen? Okay, was für ein Zettel. Das ist unsere Butze. Guck dir mal die Graffitis an, Junge. Ich bin ganz anwesend gefickt. Ja, Mann, wo bist du? Durschelfix-Seite. Okay, bis gleich. Oh, es geht. Pinsel hat dringend einen Zettel für mich. Keine, lass da hin. Auf. Deine Karre? Ja, Mann. Die letzte, die ich noch habe. Das ist unsere gewesen, Ghost, aber das Kapitel ist auch schon wieder vorbei. Ja, hast du dich erholt? Ja, Mann. Von deinen schweren Schusswunden? Na klar. Wirkst aber trotzdem noch angeschlagen. Ja, ne, Mann. Alles tippie, toppie, ja. Alles hat funktioniert. Dieser ganze Plan ist aufgegangen. Kennst du den Plan überhaupt? Na, halbwegs, ne? Dann erzähl mal deinen Plan. Was? Ich sag, dann erzähl mal deinen Plan. Was ich nur nicht weiß. Na ja, wir sind immer für den Norden unterwegs gewesen, jo. Das hast du ja schon immer gesagt. Ja, wir wollten den Hut in das Haus bringen, jo. Wir wollten aus der Playboy-Villa die Botschaft des Norns machen. Racky Nantle, jo. Ja, und das haben wir doch. Ja, und das haben wir alles gemacht. Und dann wurden wir gierig, Mann. Ja. Wir wollten... Ich hab... Ja, wir haben Kim wegen Geld verloren, Mann. Wegen Geld. Ich war gestern ganz kurz unterwegs und hat Chris mit mich angerufen. Und weil du dem ja den Auftrag gegeben hast, ist er so mit Kim quatschen. Ja. Und Chris ist jetzt auch bis Samstag nicht da. Der chillt auch ein bisschen. Und Kim hat gemeint, er wird gesucht und geht ins Exil. Ich schreib ihm nochmal in einem SMS, Mann. Und dass er selbst gemerkt hat, dass er alles auf Krampf gemacht hat und so. Ja, ich muss das alles beichten meiner Freundin, ja. Welcher Freundin? Die aus dem Krankenhaus, oder die Friseuse? Was ist mit dem, Mann? Warte, machst du den Hohlenbock genannt? Ja. Mein Wort, Mann. Die aus dem Krankenhaus, oder die beim Friseur? Ja, die vom Friseur, natürlich. Stimmt, mit der hattest du telefoniert. Aber das war gestern noch. Sonst nix. War aber kurz bei Frau Ari. Ähm, die hat jetzt so ein Friseursalon. Ich hab kurz mit Chuck gequatscht. Ach so, Frau Ari, ja. Frau Ari. Ja, was geht ab, Pinsel? Hallo? Wir sind gerade auf dem Weg zu dir. Okay. Hast du Scheiße gebaut? Ähm, nein. Das ist nun deine Karre? Ja. Okay. Gleich. Gleich. Was ist das Pinsel oder das? Ja, ja. Oh, was geht? Hallo? Oh, du siehst ja wieder normal aus. Ja. Ja. Wollte andere Frisur, aber die gab's nicht. Die konnte ja nicht schneiden, der Typ. Ja, was ist los, Pinsel? Okay, pass auf. Gestern hab ich was gefunden. Und zwar genau hier. Im Park. Ich weiß nicht, wer das war und wann das da liegt, aber das lag da. Das liegt jetzt immer noch da. Das liegt immer noch da. Vielleicht. Immer von außen. Das war nur ein, ein Satz war das, aber der bezieht sich auf dich. Ich weiß ja nicht, wann du wieder Angestellte hast. Oh, kommt drauf an was, Mann. Wir haben viele Scheiße angestellt. Ach, so ein Quatsch. Oh, Pinsel, was steht da drinnen, Mann? Ich weiß ja, der liegt da vorne. Pinsel, was steht da drinnen? Dass du sterben wärst. Ja, gut, damit lebe ich schon. Boah, okay, das ist jetzt nichts Neues, Mann. Okay. Aber ich wollte dir sein. Um Geistermitsch. Hey, du darfst das nicht sagen. Ach, Gott, Scheiße. Siehst du da vorne? Bei dem Rucksack? Nein. Immer geradeaus, der liegt da. Warum rennst denn du hier rum? Ja, das war gestern eine heikle Situation, was da passiert ist. Ich dachte, du hast keinen Scheiße gebaut. Lügst du mich schon wieder an? Ja, okay, ich hab Scheiße gebaut. Aber eigentlich war es ziemlich cool, was gestern passiert ist. Da liegen Zettel. Ich wollte nicht mal einen Titel draufschreiben. Aber ja, du wirst sterben. Warum? War es leider. Hat jemand mal einen Stift, Jo? Nö. Ich schreibe nur erst einmal. Ich hab einen Mann. Ich schreibe drauf, wieso? Und decke ihn wieder hier hin. Ja, ich wollte nur sagen, dass hier einer liegt. Danke, Pinsenmann. Okay, also, was gestern passiert ist, ist Folgendes. Pass auf. Ein Kumpel von mir hat, also, erst mal Pricey. Ich hab so viel passiert. Ich hab einen Kumpel, der war gestern fast gestorben. Der hatte Brief mit, ähm, 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 mit Laser. Und mit dem Stefano. Und das Problem war, die wollten mir irgendwas klären und der eine dachte, er stirbt. Also, sollte ich am Park kommen. Dann komm ich dort an und da wird irgendeine random Person aus der Karre geschossen. So. Da bin ich schwarz gegleitet, hab ich mich dahin begeben, renn da hin, mit Knarre in der Hand, weil ich dachte, das ist mein Kumpel. Auf einmal steht da welche von der Dua neben mir. Mit Knarre von wegen, ey, yo, scheiße. Stehen bleiben. Da renn ich hier schnell weg in den Park hier, finde den Zettel. Und jetzt kommt das Allerschlimmste. Dann hab ich mich hier rausgeschlichen, weil gefühlt 20 Cobb Autos hier waren. Dann bin ich aufs Dach geglittert, aber da kommt man nicht mehr runter. Und dann? Wie bist du denn nach hochgeklettert? In der Leiter. Und konntest du die Leiter nicht wieder zurück? Nee, die ist abgebrochen. Ach, okay. Ja, dann musste mich der Bellkamer-Medikopter holen. Dann hat mich mein Kumpel Lebytes angerufen, hat gesagt, Scheiße, der Deal ist auf dem Ammonäischen. Warte mal, wie heißt der? Lebytes? Ja. Okay. Okay. Ja, dann bin ich aus dem Helikopter gesprungen, auf dem Ammonäischen Dach gelandet, zwischen den Leuten. Und ein supercooler Aufgang. Und dann stehen da ganz viele Cops. Und irgendwie, ich weiß nicht, war ein ganz komischer Tag. Warum erzählst du uns das jetzt? Du warst ja ein interessanter Punkt für uns dabei, Mann. Außer, dass du uns jetzt eine Lebensgeschichte erzählt hast, Mann, die keine Sau interessiert gerade. Der Pinsel hat das nicht gefallen. Und du zeigst, wo draufsteht, dass ich sterben soll. Ja, das habe ich mir ganz sicher. Das kommt zum Punkt, ja. Also, ich habe eine Aufgabe gekriegt von Laser. Warum nimmst du Aufträge von dem an? Weil ich dachte, gehörte zu uns. Okay, also. Was wollte er von dir? Und Nils ist vergracht. Es gibt drei Parteien in diesem scheiß Greggy Nendl. Einmal ihr, einmal Laser und einmal O'Neill Sandro. Und ich soll dafür sorgen, dass ihr euch wieder zusammenfügt oder so. Aber das ist mir scheißegal. Das hat Laser gesagt. Ja, der hat gesagt, ich soll mich drum kümmern. Okay, Pinsel, dann sag ihm, du hast dich drum gekümmert. Und holt seine Belohnung ab. Genau. Ich schicke ihn jetzt gleich an. Warte mal, wen russst du dann? Sandro? Nein, Mann. Johnny, mit dem wollte ich sowieso reden. Aber ich glaube, du sollst dich mit Sandro wieder vertragen. Das kriegen wir auch wieder hin. Oh, ja, aber. Alter, ich habe heute eine Dings, eine Gerichtsverhandlung, Mann. Warte mal. Oh, scheiße. Nee, Mann, wurde verliebt. Oh Gott, da habe ich Glück. Pensel. Hä? Dr. Chuck hat mir gestern gesagt, dass ich dich mitnehmen soll auf dem Anteway. Weil du hier rumrennst in der Stadt wie einen Huhn mit abgeschlungenem Kopf. Warum? Weiß nicht, der macht sich Sorgen um dich. Der Fichser. Okay, Gerichtsverhandlung ist nächste Woche. Okay, dann nehme ich mit. Ja, aber ich will auch nicht arbeiten. Ja, ich will auch nicht. Keine Zeit. Ich bin aber Helicopter gefogen. Kann ich dir beibringen, wenn du willst. Ja, nee, ich hatte da Trainingskürze mit Münster Matschek oder so. Ich kann mit dem Walker fliegen aus Berlin. Okay. Sag mal, sehe ich aus wie du, ein Junge? Oh Gott, dein T-Shirt ist da kaputt, ne? An der Brust. Ja. Ja, so ein bisschen. Scheiße, das ist wirklich kaputt. Ein bisschen schon. Okay. Ich bin ein ganz Junior. Und ich bin bereit, Leute, abzuschieben. Warum hast du einen Zylinder auf, Alter? Keine Ahnung, da hab ich mir gekauft. Du weißt nicht, wohin mit deinem Leben, ne? Wie cool. Gerade, ehrlich gesagt, ne? Aber weißt du, was ich gestern auch gemacht habe? Wolltest du nicht mit Peper abhängen und so? Ja, doch jetzt einen Rockerclub. Ja, das fühle ich da, nee. Nee? Ja, nee. Okay, dann heißt es wieder, du Kluenzelutscher. Gott, Alter. Ja, ich steig wieder in so einem Scheißkarre und vor irgendwelchen Idioten in der... Oh, da kommt man dann. Apropos Polizei-Idioten. Weißt du, wann da auch passiert ist? Was dann? Da ist eine Frau so richtig ätzend rumgefahren. Da hab ich die Polizei angerufen, hab die gemeldet. Ja, dann kam die dann nicht. Ja, dann hab ich Selbstjustiz gemacht und hab da die Reifenblatt geschossen, damit die auch von der Scheiße rumsitzt. Wow. War das krass? Boah. Yo, that's some G-Shit, Bro. Oh Gott. Du bist ja absolut gefärblich. Scheiße. Auf dich muss man richtig aufpassen. Ich bin von der Untergrund. Was kannst du? Was ist denn mit Demi-Wendt? Du dutschst ja mich immer. Was? Ich dutsch dich? Weißt du, was passiert ist? Ich wurde dann führt. Und Roy auch. Du musst ein bisschen chillen. Er ruft doch an dann. Ja, was willst du? Du hilfst mir doch eh nicht, oder uns? Wenn ich dir jetzt eine Knarre in die Hand drücke und sage, yo, geh dem Wichser smoken. Gehst du ihn smoken? Okay. Das machst du eh nicht. Ähm, ich geh dem Wichser smoken. Niemals smoken. Niemals. Ich muss meine Street Credibility aufpöpen. Deine Street Credibility ist, dass du ein Ex-Corp bist. Ja. Das muss ich... Und das wird dir so lange anhafen, bis du irgendeine krasse Scheiße durchziehst und alle in der Stadt reden. Yo, Pinsel ist komplett durchgeknallt. Yo, Pinsel, was willst du jetzt eigentlich machen, Mann? Genau, was willst du machen? Wohin willst du jetzt als Cop, Mann? Keiner mag dich. Ich glaube, schon lass sie den mögen. Ja, also, es gibt schon ein paar, klar, aber er ist immer noch ein Cop. Ja, du kennst die Street-Regel. Einmal Cop, immer Cop. Es gibt wenige, nur wenige Mann, die dich mögen und dich aufnehmen würden. Du musst echt einen richtig heftigen Scheiß abziehen, Bro. Sag mir, was ich machen soll. Ich mache alles. Ich brauche Street Credibility. Pff. Ja, unsere Street Credibility ist... Gerade geht nach unten, Mann. Jo. Scheiße, dann lass die ja aufpeppen. Ja, aber... Da müssen wir... Ich glaube, Pinsel, Mann, das ist alles gar nicht so einfach bei uns. Wir haben eine Vorgeschichte, ja, und die kennst du wahrscheinlich alles. Ich kenne gar nichts. Weißt du, was wir für einen heftigen Scheiß schon abgezogen haben? Ich bin nur der dritter Mann. Ja, we. Ich mache alles. Scheiße, nächstes Mal schieße ich auf die Geiselnehmer. Jo, Pinsel, weißt du, bei uns ist das nicht so, Mann, dass du Leuten zu Leuten hoppst, Mann. Wir sind eine kleine Gang, ja. Ach, neun, fünf, skr, skr, skr. Ja, Mann, Grape Seat for life, motherfucker. Okay. Weißt du, boah, wo der ganze Ursprung von Royal and Crispy ist? Wie er damals Mila und mich aufgenommen hat? Ein Grape Seat. Genau. Es fing alles an mit einer Drecksbude namens Crack House. Genau, die Suppenküche, Bro. Ja, Mann, Pinsel, du warst sogar bei der Party dabei damals. Ich war bei der Party. Die besten zehn Minuten lang zu sehen. Das war das riesengroße Gangbang, was ich jemals gesehen habe, Mann. Das war völlig krass. Das war ein Obdachlosen Gangbang. Da kam dann so eine Olle mit so einem fehlfetten Arsch und die hat einfach irgendeinen Zorn gedroht. Wie hieß die Nummer? Los, die Mann. Chisel. Stefano, Alphonsos, Schwester. Ist die tot? Nein, wohl keine Ahnung, weiß keiner. Ja. Aber jetzt sehe ich gefährlich aus. Ja, du siehst cool aus. Danke. Aber es reicht dir nicht, auf der Straße cool auszusehen. Dann geh ich ein paar Leute smoken. Ich wäge mit ihm um die Korne an und werden sie gefakt, die Böcke. Genau, du musst so wiggeln und dann wird gesmoked. Jetzt mal unter uns, Mann. Und ich meine, die Grape-Seed-Farbe war immer lila. Okay. Die wird ja schon gebankt von jemand anderem. Die war grün, Lila. Also als wir dazu gekommen waren, war doch ein bisschen grün mit drin. Ja, wir hatten überlegt, ein bisschen grün mit reinzubringen. Aber das Einzige, was frei ist, ist gerade grün. Ja, weil die aus der Grove nämlich gesmoked wurden. Also ich krieg mal halt meine eigene Farbe für meine Gang aus Seven. Die ist türkis. Türkis gibt's doch schon. Ja, die Azteken, aber ich bin da einen Treff gefahren und hab gesagt, die Farbe ist gegamed. Da haben die gesagt, raus aus dem Bari und ich hab gefragt, ob ich die Farbe auch haben darf. Haben ja gesagt. Perfekt hab ich sie. Kenze, wir sind nicht mehr in 2017. Hier wird keine Farbe mehr gebankt. Ich weiß, ich hab sie trotzdem gegamed. Ich darf sie benutzen. Ich hab sie trotzdem gegamed. Ja. Was wollen sie machen, ne? Erstmal müssen wir gucken, was wir jetzt machen. Wir haben zu viel Stress, Mann. Zu viele Leute wollen, dass Wolf stirbt. Und ich auch wahrscheinlich. Oder dass alle von uns sterben. Warum willst du, dass er stirbt? Nein, ich will nicht, dass Wolf stirbt. Ich meine damit, dass zu viele Leute wollen vielleicht, dass wir sterben. Ja, dann bin ich da separat. Aber ich hab jetzt Kim geschrieben, Mann. Mein Gott. Kim, bitte melde dich. Ich bin nicht mehr sauer. Ich hab Geld deinem Freund vorgezogen. Es tut mir leid. Ich glaub, der ist nicht sauer auf sich selber. Und Chris, wie du es gestern mit so einem Typ rumgesandt, den hab ich schon nie gesehen. Heißt ja vielleicht dabei. Das kann sein. Das war so ein ganz komischer. Was sagst du, Pinsa? Scheiße, der heißt gar nicht dabei. Der heißt Leiband. Ach so. Der heißt gar nicht. Der heißt Leiband. Er hat gesagt, ich bin ein einzelner Freund. Kuss auf die Miau. Und xxxxxxxxx. Mie, danke schon für den Prime für den 40. Und Holi, danke für den Prime für den 40. Kuss, den Leiband. Kuss, kuss. Es geht um uns, Mann. Und so. Kann mir Schulden holen. Nee. Keine Schulden machen. Mach mir Schulden. Nein, Mann. Heute geht es nicht nur um mich. Heute geht es um uns. Man schwöre. Krieg das hin, das wieder abzubesschalten. Dann hol dir einen Juguloo. Na, ein Jugula. Oder wenn du rankommst, ein Camacho. Camacho? Warum willst du mich schlagen, Bro? Fuck. Ich gucke nur auf mein Handy, Mann. Mit dem hast du telefoniert, Laser? Ja. Was ist denn ein Camacho? Das ist so ein riesengelände Ding. Krasses Teil. Ja, den gibt es gar nicht, Mann. Das ist nur ein Regende. Doch, ich habe den schon mal gesehen. Ja, das ist so ein Prototyp, Mann. Den kannst du nicht bezahlen. Ja, der kostet 10 Milliarden, Billionen, Trillionen Dollar, ja. Okay. Was, Sonnenschwein? Doch, mal schicken. Revolta. Ja, für was willst du den benutzen, Karre? Ja, scheißegal. Es geht um den Style, Mann. Kauf dir, was du willst, ja. Es geht nicht um die Geschwindigkeit. Ah, aber ich möchte einen coolen Fiesel zu haben. Oh, ihr werdet dann mit einem niegelnagel neuen Emperor, ja. Was ist ein Emperor? Ja, wer ist denn das? Rito? Er sagt nicht, dass Laser. Ja, doch, das kann er sein, Mann. Der ist nämlich jetzt irgendwie mit dem BMX unterwegs. Ja, wo bist du? Hola, amigos. Was geht ab? Ich bin im Barrio unterwegs gewesen. Wie geht es euch? Ja, hast du gerade eine Midlife-Crisis durch, jo? Ach so. Auf unserem Territorium wird nicht so geredet. Also, was willst du? Okay, dann rede ich halt so, damit du mich verstehst. So, Johnny, jetzt hören wir mal zu. Es geht um uns, ne? Nice. Und zwar... Jo, was ist hier los, Mann? Bros, bevor, ho, sagt man immer. Hey, what? Das ist meine Lebensphilosophie. Johnny, tut mir leid, Mann. Ich wollte mich niemals wegen dir mit einer Frau streiten. Und das ist alles nur wegen einer Ticka. Ticka. Geht's um die, die du Herrin nennst? Nein, nein, nein. Er redet von Yuna, der Anime-Head-Head-Frau. Ja, aus dem Barrio, meine ich. Pinsel, es gibt Momente, da sollte man einfach nichts sagen. Verstehst du? Na, Mann. Hey. Und ich sollte die Dinge ansprechen. Ich will nicht, dass er irgendwelche Scheiße über mich rum erzählt. Das meine ich. Ansonsten kannst du natürlich sprechen. Okay, Esteban, hör mir mal zu. Pablo. Pablo. Pablo, Blomo, Arschgesicht. Also, was ist? Ach, Kringo. Wie wird das, Mann, wenn wir Yuna entscheiden lassen? Wir machen, wir stellen uns beide auf eine Bühne, jo, und sie soll wählen. Sollen wir da irgendwas? Und am Ende, am Ende, geben wir beide ihren Kopf. Ach, Johnny, Mann. Okay. Pinsel hat, sagt man, dass wir uns alle wieder vertragen sollen. Und ich glaube, ich habe Kim für Geld verraten. Was hast du denn gemacht? Für wie viel denn? Das ist 50.000 Dollar. Was hast du mit dem gemacht? Hast du ihn verkauft? Nein, Mann, ich habe... Er hatte wieder 50.000 Dollar bei sich und die hätte er fast wieder verloren. Die 40.000 Dollar, die 20.000 Dollar zuvor. Dieser dumme Wichser. Wichser. Und ich habe Geld an einen Freund vorgezogen. Der drückt mich die ganze Zeit doch immer weg. Was ist denn mit dem eigentlich? Ja. Hör mir zu. Okay, hör die ganze Zeit. Warum sind wir damals in die Stadt gekommen? Weil wir Geld, Macht und Ruhm haben wollten. Ja, und für die Mission North, Mann. Wir wollten die North Attitude in die South bringen. Richtig. Und jetzt sind wir... Jetzt kommt euch an. Jetzt sind wir die Stadt geworden. Richtig, Curtis. Wir sind die Stadt. Wir sind die Stadt. Wir wollten die Playboy-Villa zu der Botschaft des Nordens machen. Ich glaube, das ist uns gelungen, Mann. Ja, aber die Stadt hat uns... Ich verstehe auch nichts, wenn sie... Wir haben Freunde verloren, Mann. Einfach mitmachen. Wir haben Freunde gewonnen. Aber wir sind... Die Stadt hat uns gebrochen, Mann. Guck Sandro an. Guck mich an. Guck uns alle an. Was ist aus uns geworden, Jo? Pfeifen. Ja, übelste Stadtpfeifen sind wir. Wirklich? Wir haben die Mission zu beenden, Mann, und zurückzukehren. Johnny, guck mal, wie du rumrennst, Bro. Back to 895, Skur, Skur, Grape. Als wir uns damals kennengelernt haben, hast du gesagt, du bist der König aus dem Norden. Du hattest eine Krone auf, Mann. Du warst der König. Guck dich an. Und jetzt bist du ein Runner, Mann. Guck dich an. Das ist eine Lebensphilosophie. Das kann ich nicht einfach so ablegen. Ja, wie genau so deine Farbe oder was? Okay, gut, dann gehen wir zum Friseur. Sollen wir eine Farbe claimen? Nein, das steht ja voll, Mann. Was? Eine Farbe nehmen? Eine Farbe claimen. Ich bin für den Geese. Wir claimen keinen Scheiß. So sind wir nicht. Wir sind was Besseres, Pinsen. Merk dir das für immer. Und wenn das Einzige, das Preis ist, ist aktuell grün, ja. Genau. Oh, geht auch. Im grünen Blüsch riech dich auf. Dann immer nicht bin ich demütig. Es tut mir leid, wir haben uns wegen der Farbe gestritten. Ich hab dich bezahlt, Mann. Ich weiß, ich weiß. Dann lassen wir sie beide feiern. Wir werden das organisieren. Frage, kriegst du das hin? Reich, bitte dich. Ich verstehe genau, worum es hier geht. Und zu den alten Wurzeln zurückzukehren, heißt auch Opfer zu bringen. Ja, ich muss Juna dann eh noch was beichten. Ich glaub, dann will die mich eh nicht mehr. Okay, was hast du denn gemacht? Ja, der ganzen Sportwagen und so andere Autos, Mann, das Leasing ist abgelaufen. Ich hab nichts mehr. Ja, die sind alle weg, Mann. Ich muss dir beibringen, dass ich gar kein Anime mag. Oh Gott. Da kennst du dich aber ziemlich gut aus. Ich hatte da so eine Liste, die ich da schnell gegoogelt hab, auf meinem Handy. Aber Männer, warum nicht einfach Polygamie? Also, ich kenn mich gut aus mit so nem Scheiß. Und das Problem ist, Johnny, vielleicht weißt du das nicht, Mann, wir haben Grenzen überschritten. Wir mussten mit Leuten angelassen, nachdem wir unsere Wischen eigentlich schon beendet hatten, Mann. Ja, ich bin vor zwei Tagen fast gestorben, Mann. Ich bin gar nicht zwölf. Mehr bist du nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß, könnte schon tun, ey. Und Stefano und ich... Aber Johnny, Mann, ich hab ein Angebot für dich. Ja? Es gibt eine Krankenschwester namens Julia. Praktikantin, sie hat mir das Leben gerettet. Hat die super Bullen? Ich will ihr ganz viele Bullensträuße bringen, Mann. Und ich will mich so... Lass meinen Scheiß Schutzengel, verstehst du? Leute, Pinsel hatte nicht recht. Ich brauche deine Hilfe. Äh, Pinsel hat... Das machen wir. Aber Pinsel hatte diesbezüglich auch nicht Unrecht. Wir werden keine Farbe claimen. Wir claimen Frauen. Seid ihr dabei? Ich bin verheiratet. Ja, schau nach vor einem Kessel rein. Kommt ihr grad ein Bagger reingefahren? Das hört sich so an. Oder das ist ein T-Rex. Siehst du, zu unserer Zeit, als wir noch hier gewohnt haben, hätte sowas nicht gegeben. Richtig. Dann hätte einer gesagt, Schluss, und dann werden sie nie wieder aufgetaucht. Was ist das? Weiß ich nicht. Das hört sich an wie ein Rasenmäher. Das ist ein Golfkart. Das ist ein Rasenmäher. Das ist ein Rasenmäher. Wer ist das? Und was macht die da? Die ist bestimmt noch Single. Ich... Ey, Leute. Lebensphilosophie. Neu. Ich mach das nicht. Ich werd meine komplette Telefonnüste streichen. Das sind drei Viertel. Pinsel. Und wir müssen Kim zurückholen, Mann. Wir müssen Kim zurückholen. Also Crispy hat mir, wie gesagt, gestern gesagt, dass Kim in 6G gegangen ist. Und Crispy ist schon wieder nicht da. Und wir machen schon wieder einen Lebens... Oh Gott. Stefano. Ich glaub, er ist mittlerweile auch vernünftig geworden. Ich hab ihn zwar gestern abgestochen, aber... Ich bin so bereit, Stefano Alfonso zu verzeihen, Mann. Wir haben einen größeren Feind. Alfonso Käse. Alfonso Kaiser, meinst du? Äh, Kaiser, mein ich. Warte mal, den hab ich auch gesehen. Leibon ist mein Freund. Ich weiß aber, er steht in einer direkten Competition. Das hast du gestern mitbekommen. Die machen einen riesen Wettkampf. Stefano muss Alfonso ablegen, wenn er verliert. Da gibt's noch so'n Typ, der sieht aus wie so'ne Shakira, Alter. Ist mein Feind. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich brauch auch nen Feind. Die suchen uns alle Feinde. Okay. Ich hab mal. Okay. Also ich hab nur Freunde. Was mach ich? Scheiße. Du hast gar keine Freunde. Du bist ein Ex-Cop. Was ist mit Piep? Mit der wollte gestern noch meine Mutter ficken. Oh, ich liebe dich. Jo, wer hat deine Mutter noch nicht gefickt, Laser? Ja, ich. Das ist ein gutes Argument. Gut, aber wir sind uns erstmal einig. Das ist ne gute Idee. Was ist das für ein Notizblock da hinten? Oh, da steht drauf, dass ich sterben werde. Achso, ja. Sie haben eine Pinsel gefunden. Soll ich dir ne Grazie-Story erzählen, weil mir ein Geld so passiert ist? Die ist super interessant. Boah, nimm dich schon wieder. Okay. Erzähl doch. Gut. Also es war in einem tagdunklen Sommerabend. Oh, yeah. Erzähl mir mehr. Und wehte. Die Sterne schienen. Wie warm es war? Es war sehr warm und es roch nach Schmauchspuren. Es roch nach Schmauchspuren. Ja, weil da wurde doch einer am Park abgeknallt. Ja, da wurde der dann abgeknallt. Und dann habe ich mich versteckt, hat einen Hinkopter Einsatzbinden auf dem Dach gelandet. Ja, niemand, hör mir zu, die Geschichte ist langweilig. Okay. Und wir werden nach oben gehen, wieder nach Hause. Nach Grape Seat. Wir werden dort empfangen wie Helden. Wir werden eine Parade durch den Norden führen, wo wir hinten raus sitzen, wie die Astronauten bei der Mondlandung. Verstehst du? Warte mal, was hältst du davon, wenn wir wieder so eine wahnsinnig 10-Minuten-Party machen? Ja, natürlich. Das kommt schon. Roy, in vier Wochen würdest du sagen, ey, kein Bock mehr, Benzin zu teuer, ich muss immer runterfahren, das ist voll scheiße und dann ziehst du hier wieder hin. Nein, Mann, die Sache ist, wir haben die Botschaft des Norns. Wir gehen gerne nur zurück, aber ich meine, wir werden trotzdem unsere Arbeit hier in der Stadt verrichten und im Notfall können wir einfach ein Cracky Nantle schlafen. Oh no, die Stadt wird unsere Bitch, nicht unser Zuhause. Ich leide mich dann nur, wenn es Fast Travel gibt oder sowas. Blazer. Ja? Die Stadt wird unsere Bitch, nicht unser Zuhause. Oh nein, Mann, wir sind die Bitch der Stadt. Okay, okay. Du musst es einsehen, Mann. Ich werde eine Bitch. Aber ich kriege jetzt Pinsel. Pinsel ist jetzt... Das war dein Blood-In, Bitch. Ja, genau, Mann. Ich bin, wenn bin, soll ich es machen? Wir sind die größten Trottel, die hier rumrennen. Ja, genau. Ey, Johnny, Mann, wir haben uns mit dem Waffen entlanggelegt, aber das ging nach hinten, okay? Das ging nach hinten. Ich höre immer noch meine Glock. Johl, die kannst du... Jetzt kannst du die eh vergessen. Ja, jetzt. Außer ich fahre hin und entschuldige mich. Außer wir klären den Scheiß. Nein, dann ist gut, dann ist gut. Ich habe ja nur zehn Tacken dafür hingeballert, aber es ist okay. Stimmt, warte mal, ich kriege noch Geld wieder. Oh, ey. Roy. Ich hole die Kohle. Kann mir auch später machen, lass quatschen. Okay. Also ich bin dafür, dass wir back to the roots gehen. Ja, okay. Einfach ein bisschen aus der Stadt verschwinden, außer arbeiten. Wir nehmen keine Scheißfarbe Pinsel. Niemals. Ich sage dir ganz genau, was, Curtis. Was dann? Nach dem 10. Februar bist du eh wieder lost. Hä? Und dann ist nichts mehr mit back to the roots. Dann ist es, wo ist er denn? Wo ist er denn? Heißt dann wieder Breitschwert Level 5 Level? Willst du jetzt meine... Oh nein. Willst du jetzt meine Aktivität hier in Fragen stellen, du Penner? Auf der Street? Ich glaube, ich bin jeden Tag am Wigglen, Bro. Ach. Pinsel smoke game. Was ist denn da? Pinsel, du schaffst mich nicht, wann? Dann... Was zum Teufel, du bist so gut ausgewichen. Ja, du bist Neo aus dem Matrix, Alter. Nicht schlecht. Was ist denn toll, Alter? Ich smoke noch nicht einfach. Ich muss die Ehre haben, mich zu smoken. Wir werden immer deine Leiche smoken. Ey, ich habe gerade versucht, Dings anzurufen. Juna. Wir werden dich verbrennen und dich rauchen. Was sagen die? Die ist nicht erreichbar. Okay. Ich würde gerne ein paar Blumensträuße kaufen. Ja, und dann stelle ich dir diese Julia vor. Die kannst du haben, okay? Ey, Alter, Frauen sind doch keine... Oh, ich bin doch dein Mann. Ich gucke, ob ich im Dienst ist. Warte. Hier, nimm den. Der ist weiß. Hast du noch mehr, Mann? Nein. Ich esse die eigentlich. Okay, nimm den ein. Danke. Die sehen noch halbwegs frisch aus. Wie heißt die? Julia. Die ist nicht im Dienst. Oh, guck mal. Hast du die Telefonnummer? Ja. Danke, dass du hier gerade im Park Blumen pflücken warst, Bruder. Kein Ding. Ich liebe Blumen. Also ist auch nicht so schlimm, weil ich habe da noch Violet. Die habe ich gestern kennengelernt. Die wollte mal meinen BMX sehen. M-m-m. Hey. Hier, die habe ich auch geflückt. Die heißt nicht Julia. Die heißt Julia Moretti. Boah, das ist eine Italienerin. No. Ich habe die Nummer mitzuhaben. Ja, voll, Mann. Ja, schreib auf. Sie hat so viel gutes Parament. Warte. Die ist Praktikantin bei uns. Ich weiß. Ja, bitte. 3-8-0-1. Ja. 6-0. Könntest du fragen, ist das hier? Ja, danke. Was ist das hier für eine Blume? Wo hast denn du den jetzt? Den habe ich gepflückt. Das ist eine Tulpe. Okay, dann will ich ihn wieder. Gut. Okay, Mann. Und warum bist du jetzt im Barrio gelandet? Ist der... Oh, essay. Eine Frau. Elder Diablo von 18th Street. Welche Frau? Sag, das ist deine... Ja. Sie ist Herrin, ja. Deine Herrin? Ja. Ist das schon so tief? Haltst du sie, damit sie böse zu dir ist? Nein, nein, nein. Sie... Wir leben den gleichen Lifestyle, was die Polygamie angeht. Aber sie hat gesagt, wenn ich wirklich ihr das Wasser reichen soll, dann muss ich einen Tag bei ihr Praktikum machen, um zu wissen, wie sie lebt. Warum hast du keinen Joker an? Was ist das? Na, das Ding um den Hals. Ach so. Oh mein Gott. Den schwarzen Gürtel der Unterblüffestand. Nein, 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 nein. Nein, nein. Das nehme ich nicht. Auf gar keinen Fall. Naja, auf jeden Fall war ich gestern dort und dann haben die Zocken... Als älster Amigo-Mann musst du die Socken so voll hochziehen, Mann, und du brauchst so eine Dreiviertelhose. Jo. Alles Sorgs, Mann. Aber ich ziehe es ja eh erst gleich aus. Ach so. Also von daher passt das. Okay. Also Diablo aus der Agent Street kann dich ein bisschen unterstützen. Ja, kennst du den? Scooby, Scooby. Scooby, Scooby. Sind die neu? Oh mein... Äh, nee. Das ist nur eine. Dieser Diablo hat hier vor allen anderen Nassagen auf der Straße. Oh ja. Ganz, ganz früher. Okay. Der hat die Street-Town basiert, Mann. Das war unser Figger. Bevor er zum Bulli sein geht. Und der ist dann später Cop geworden. Ah, ganz normal. Ja, ja. Also, woher werde ich mich mit dem Umstell gehen und so, und dann sagt man, was ist, ja? Ich bin dabei. Okay. Alles klar, bis dann. Aber ohne Manipulation und Sabotation und... Manipulation ist gestern, heute ist Loyalität. Jo, ich... Warne Worte, Leiser, Warne Worte. Daniel, was zusammen unternehmen, ja. Ja, Mann. Die zwei bringen mich mal ein Umfeld, dann übernehmen wir das. Würdest du das machen, ja. Weißt du, du bist um die Luft voller geglenen? Ja, komm. Nein, Mann, ich komme einfach mit. Du Kieser, grünen, meinst du? Ja, komm, wir können unseren Homie doch nicht alleine los. Ja, wenn der Wigglen ist, Bro, und gesmoked wird, dann sind wir zur Stelle. Was auch immer du da redest. Ich hab meine Blicki dabei, Bro. Wenn wir links gehen, Mann, wir haben ein Auto dabei. Ich geh nimmer von rechts. Nimmer rechts, Portion. Street Capality. Was? Johnny, hast du ein Auto? Äh, no, nur mal mit Gretter. No, dann müssen wir in die andere Richtung, jo. Ja, wir müssen Kim zurückholen, Mann. Wo ist der denn? Welches Exil? Wo ist der? Ich hab keine Ahnung, Mann. Er hat so Chris wie gemein, der wird gesucht und müsste ins Exil gehen und legt sich einen anderen Anzug. Es tut mir leid, jo. Und das mit O'Neill ist aber erstmal, ähm, nicht mehr. Also die sind raus, ja? Ciao, Kakao und sowas. Ich weiß es nicht, Mann. Ich wollte eigentlich mit ihm auch nochmal reden. Okay. Ich wollte ihn an unsere Mission erinnern, aber... Ich glaube, alles wiegt so ein bisschen Verkampf gerade, Alter. Nach zwei Tagen Pause. Wir haben sogar die... Dieser Scheiß O'Neill, das ist doch so klar gewesen. Das ist ein kleines Stück Scheiße, ist das. Das war sowas von safe. Der macht Business und nimmt uns nicht mit rein. Johnny, Mann. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Ich hab ein Autoritätsproblem. Ich komm nicht drauf klar, wenn er mir Ansagen drückt. Ich kann das nicht. Du bist ja auch kein Zombie. Ich bin kein Zombie. Genauso wenig wie ihr. Du bist mein Charakter, genau wie wir. Genau wie wir. Genau wie wir. Und genau aus diesem Grund funktioniert das einfach nicht. Ich kann auch halt ja sein, Mann. Was kannst du sein? Ich kann so ein NPC sein, ja. Entschuldigung. Das kann ich. Auf jeden Fall, Wurz. Nein, nein, nein. Das kannst du auch nicht. Kann ich in Not halten, tja? Nein, Mann, das geht doch... Du kannst das auch nicht. Du hast auch manchmal deine fünf Minuten. Nein, bin ich nicht, Mann. Ich hab die letzten Tage... Ja, ich hab überreagiert, Mann. Die Stadt hat das aus mir gemacht. Die letzten Tage... Junge, du... Ja, okay. Wenn du sagst, dass du's kannst, dann sag ich dir jetzt was. Naja, du... Warte, bleib stehen. Ich muss dir was sagen. Was denn? Mann, ich hab mich gestern schon durch Zufall um gewisse Dinge gekümmert, okay? Um was für Dinge hast du dich denn gekümmert? Siehst du, hört ihr, wie aggressiv der weird auf einmal macht? Alter, Roi! Hast du's? Ja, yo, Roi! Jo, nein, Mann, der erzählt mir immer irgendwas von Gleichberechtigung. Der macht schon den Zahn drum, Mann. Ich würd ihm nicht alles sagen. Nein, ich würd... Der sagt, er ist mein Berater. Und dann kommt der so und lockt mich mit Süßigkeiten in den Van, Alter. Was soll der Scheiß? Ich wollt nur auf den richtigen Moment warten, weil ich genau weiß, wenn man dir was falsch macht, rast du wieder aus. Ich hab gestern... Guck mal, er will's nicht mal wissen, so ein Wixer von wegen... Sag mir doch! Sag mir doch! Ja, ja, komm. Oh, oh, Juna ruft an. Ja, genau. Wer zum Laser 2.0 kann man hier um die Vibe? Komm, Pins, wir gehen. Wir gründen unsere eine Gang. Ja, ich hab dich angerufen, Mann. Wir müssen... Nein, 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 nein. Wir haben jetzt ein Fäcker. Leute, Hermannos. Scheiß Mülltonne. Hat hier super funktioniert. Da hatten wir schon wieder ne Gang von für den Spiel, das ist kaputt. Das funktioniert nicht, Laser. Okay, ruf mich dann einfach an, Mann. Wir brauchen nur Regeln. Okay, ciao. Hey, ab in die Karre, ja. Siehst du? Okay. Ach so, ja, genau, jetzt erzähl mal. Entschuldigung, Mann. Ich hab Juna gerade, Mann, du weißt doch... Es ist auch schwer, ihr noch die Sachen zu beizten. Du weißt doch noch, vorgestern, als wir in der Grotte noch gechillt haben und quatscht haben. Du weißt noch, du weißt noch. Komm einfach zum Punkt, Mann, das kostet alles Zeit. Ich hab einen neuen Geschäftspartner organisiert. Wen denn? Ja, wen, wen? Du weißt doch, über wen wir gesprochen haben. Nein! Guck mal! Du mach halt doch auf, das Geheimgeheim! Mr. T und Mr. P und Mr. M. Jetzt, warte, 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 du hast mit dem geredet? Ja, siehst du, siehst du? Alter, ist nicht dein scheiß Ernst, Alter. Aber nur 5 Prozent. Ich hab einen Termin ausgemacht, wo du da dabei bist. Verstehst du es nicht? Ich bleib Main, Mann, Mann. Nö, bleibst du nicht. Aber... Du weißt ja nicht mal, was ich gequatscht hab und schon gehst du durch die Decke. Es ist mir egal, weißt du was? Und der Boss ist Johnny, Mann. Dann komm ich und dann kommst du und dann komm Pinte. Alter, ich bin gar kein Scheiß-Boss. Warum bin ich unter uns? Nein, dann bin ich letzter. Jetzt steig in die Karre, Mann. Nein, ich bin der Boss. Okay, Boss, Mann, wohin, Mann? Was machen wir, Boss? Boss sagt Claire das mit Curtis wie ein erwachsener Boy. Aussteigen. Ja, wir haben das geklärt, Mann. Hast du nicht? Du machst ja jetzt schon wieder diese ganzen OG-Ränge hier und verteilst einfach an 12 und so. Genau, Boss sagt Aussteigen, Roy. Ja, sehr gut. Ja, Johnny hat schon recht, Mann. Wir sind zu viele Main-Charakter, das funktioniert so nicht. Nein, nein. Ich bin bereit, mich unterzuordnen. Ich halte dein Hosentäschchen fest, wenn du willst. Das ist, das ist... Das ist trotz, was du hier gerade wieder von mir gehst. Was du mit ihm redest. Alter. Ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Ich habe so Respekt vor dir, Johnny, Mann, weil du so viele Frauen hast, das will lernen. Ich bin der Meister, Lär das. Ich überfordere den Pinsel, Mann. Der Kopf, der kommt mir so richtig klar. Das ist ja nicht passiert. Das ist ja auch mal, wenn ich sie brauche. Bitte, klärt das jetzt. Bitte. Ich habe jetzt den Ball, okay? Ja, okay. Laser, komm her. Aber was gibt es denn alles zu klären? Okay, du hast geredet. Ich finde es nicht gut, Mann. Okay, Sache geklärt. Aber warum findest du es nicht gut? Du weißt ja nicht mal, was ich geredet habe. Okay, was hast du gesagt? Komm mal ran, Pinsel. Männer, an mir gibt es auch eine Seite. Ich bin nicht so dumm, wie ich klingel. Wie du aussiehst. Und ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe. Warum wird gelacht? Warum disrespektest du mich? Weil ich jetzt weiß, dass es kommt. Nein. Alter. Jetzt pass mal auf, jetzt sagt er jetzt ein CIA-Agent, Mann. Nein, natürlich nicht. Und der tut nur so, als ob er dumm wäre, um andere zu verwirren. Ich war gestern angeln. Dann wurde ich angerufen. Und um halb zwölf auch nochmal. Weil die ja wussten wollten, was abging. Dann haben die gesagt, ja komm vorbei, erzähl uns, was abgegangen ist. Ich bin hingefahren mit der Entführung, die Sache wohl. Auch jetzt für Laser und Pinsel. Ich habe denen das erzählt. Die wussten auch schon Bescheid, weswegen das passiert ist. Bla, bla, bla. Ja, und dann habe ich denen so ein bisschen... Also die wussten Bescheid? Ja, die haben mit Asimov schon gequatscht. Okay. Ja, ja, na klar, wir haben darüber geredet ein bisschen. Achso, okay. Und dann habe ich nur gesagt, ja, wir wissen noch nicht, was wir tun. Die wussten auch schon darüber Bescheid mit Sandro so, dass sich das ein bisschen gesplittet hat. Weil er sein Ding macht, wir unseres. Und ich habe die einfach davon überzeugt, dass wir nicht dumm sind. Ich habe jetzt nicht gesagt, ja, wir tun nur so oder sonst was. Weißt du was? Und genau das ist doch das. Jeder, der dumm ist, würde sagen, er ist ja nicht dumm. Was ist los mit deinem Mund? Nein, ich habe ganz normal mit Dingen gesprochen, ohne dass man in der Zwischenquatsch hat. Und dann habe ich gesagt, warte mal, Pinsel. Und dann habe ich gesagt, jo, mit Roy, dann haben wir so ein bisschen geredet. Dann habe ich gesagt, jo, mit Roy kann man echt gut Dings. Ich habe mir nur eine Kugel für den gefangen. Und habe einfach nur gesagt, wir suchen jetzt nach neuen Geschäftssachen. Und dann hat Mr. T. gesagt, jo, was schwebt dem vor? Dann habe ich nur eine Sache gesagt. Wegen dem Transport. Mr. T. war auch dabei. Hör zu. Und danach habe ich gesagt, aber, wir brauchen gar nicht weiter quatschen. Lasst uns Männer, wenn ihr Lust darauf habt, weil ich weiß, ihr redet nicht so gerne so viel, die Tage quatschen mit Roy und so. Und dann diskutieren wir das aus. Also dann quatschen wir drüber. Wenn ich mir jetzt aber an den Business gehe, müssen wir erstmal unsere Scheiße unter uns regeln. Boah, aber siehst du, ist gar nicht so schlimm, du Penner. Ich habe dich da mit reingezogen. Ohne dich hätte ich überhaupt nichts gehandelt oder so. Roy, sag ich, dass das nicht so schlimm war, wie du gerade jetzt ein Drama draus gemacht hast. Und du gehst aber sofort an die Decke. Jo, nein, Mann, ihr denkt immer so, ich gehe an die Decke. Mann, ihr habt gar keine Ahnung, wenn ich an die Decke gehe. Ach, du spielst das nur? Ja, ich bin gar nicht so sauer. Das klingt nur so wegen dem Bart, Mann. Du bist ein dreckiger Lug. Ah. Ja, ich bin hier der Sechskopf, nicht du. Du bist noch Drei-Kopf. Ich? Und Johnny ist Vier-Kopf. Ich habe so viele Köpfe, ich könnte mir selbst einnuckeln. Und dann noch Drei-Bei. Ja, okay. Wie, was hältst du denn davon, wenn wir keinen Anführer haben, sondern jeder wird dahingesetzt, was er am besten kann? Das versuchen wir doch schon die ganze Zeit. Das Moneyball-Prinzip, Mann. Laser ist gut mit Dings. Das ist ein Chaoten Psychopath, der kann gut mit Frauenquatschen. Ficken, achso, ja. Und im Bett ist auch eine Granate. Hat seine Freundin erzählt, da. Die eine. Eche. Boah, ich kann's supergut verkaufen. Und sonst eigentlich nix. Das war nur Spaß. Ich fand das lustig. In Zeiten des Kapitalismus ist eine Geldquelle die wichtigste von allen. Hatte ein Depreschen denn jetzt. Pinsel, was kannst du gut? Warum musst du nicht fragen? Sag du's mir, was dann? Du bist unser Mitleids-Boy. Wenn jemand Stress mit uns macht, schicken wir dich vor und die lassen dann ab. Na, und du sagst dann Entschuldigung, weil ich die gängig. Das Arpenkostüm tragen Pinsel, das sind unser Maskottchen. Was haltet ihr davon, wenn ich einfach der Kopf von der Organisation wäre? Pinsel! Okay, du wolltest dich umziehen, Johnny. Auf geht's. Aber wie wär's denn das? Aber pass mal auf. Stellt euch mal vor, dass es gar nicht mal so schlecht, was Pinsel sagt. Nehm ihr mal an, er trifft auf einmal Entscheidungen, die so crazy sind, dass wir die beschissensten, heftigsten OGs ever werden. Wisst ihr, was ich mein? Ne, aber ich kann mich unterordnen, Mann. Das hat nichts mit Unterordnen zu tun. Das hat einfach nur, nein, das ist einfach nur ein Leidweg, der eine... Ich kann auch nur ein Beta-Tier sein. Ich meine, er schreibt, er stellt nur eine gewisse Art von Handlungsstrangen Aussicht und wir folgen nicht. Mann, Pinsel ist kindisch, der ist super kreativ. Kinder sind immer kreativ. Richtig. Die kommen auf die besten Ideen. Oh ja. Deshalb würde ich sagen, der Pinsel ist der Schuttkoller. So ein Ding. Okay, Pinsel, was machen wir? Also grün oder turgese. Oh nein, Alter, du bist abgewählt. Oh mein Gott. Grün. Ja, wenn du nur... Der Pinsel ist doch schon besetzt, Mann. Ah, weil ich hab das mit den Ausgaben, dass okay ist. Ich darf die auch tragen. Ich werd keine beschissene Farbe tragen, das hab ich vier Jahre lang nicht getan, Pinsel. Weißt du was, wir tragen das, den Wollen. So sieht's nämlich aus. Ja, das machen wir doch schon immer, Mann. Aber ich werd jetzt ab sofort immer ein bisschen mehr Grün tragen. Ja, das kannst du ja machen. Ja. Guck mal, ich hab mein Trau auch schon Grün an. Ich auch, aber sieht man nicht, ist mein Boxer schuld. Körn ist halt mit Grün kein Problem. Ich bin Grün auf die Weide gekommen. Ja. Wir haben über 10, 20 Kilo Gras vertickt, Mann. Grün wäre eigentlich unsere Farbe im Norden. Außerdem sind wir dann die Wurzel vom Grape Seat. Wir sind nicht nur die Frucht, Mann, wir sind jetzt auch die Wurzel. Wurzeln sind nicht grün. Das ist oben drauf, weißt du, dieses Grüne. Das ist keine Wurzel, das ist ein Stängel, Idiot, Alter. Die Wurzel sind weiß oder gelblich. Ja, aber die Stängel raucht man doch nicht. Nein, die werden trotzdem mal gemacht. Ist auch egal. Ja. Sagen wir, es gibt keinen Anführer. Alter, was sind das für Gespräche, sag mal. Siehst du schon wieder rastet raus, Johnny? Nein, das sind Gespräche. Nein, du machst doch nur Spaß. Ich weiß, zu dem ganzen Spaß gehört 5% doch mal kurze Absprache, Roy. Das ist doch nicht lang. Ja. Wir werden das doch nicht wie immer machen. Hast du schon mal gesehen, dass Laser 5 Minuten im Kreis steht? Ja. Das ist ein Rekord, den ich gerade hier habe. Wir wollten uns doch umziehen. Ich wollte auch stoppen nehmen. Okay, okay, Roy. Okay, wir haben es ja jetzt erstmal geklärt. Okay, wir sind erstmal alle cool miteinander. Wenn wir was brauchen, kommen wir. Na klar. Und wir machen was und so weiter und so fort. Gut, danke. Ja, das ist doch schon die ganze Zeit. Ach, ihr seid doch bescheuert, Alter. Bis später, Boys. Wie, du musst doch... Ja, wie, komm mit, du Idiot. Ach so, okay, sorry. Ich wusste nicht, was Roy jetzt machen. Tut mir leid. Ja, wir wollten noch einkaufen fahren. Okay, Ben, das ist ja ein Viersitzer. Ach so. Oh, das musst du auch nicht. Wir sind die Besten, Alter. Wir suchen den schicken, Friseur. Eigentlich fand ich den Look von damals ganz geil. Und das kann nur Juna schneiden. Die hat so eine Special-Friseur-Ausbildung. Weißt du, wo ich dich voll süß von, Laser? Wo denn? Mit roten Haaren und verschmierten Augen. Das waren die Achtung. Da haben wir jetzt mittlerweile fünf von mir. Das gibt's nicht mehr. Das riech war gerade auch so. Wollte du noch ein bisschen lustiger warst. Alter. Jo, jo, was soll denn der Shit jetzt? Ja, warum? Hallo, keine Kritik. Aber man darf das wohl noch sagen dürfen, oder? Scheiße, Leute. Achte mal, war ich null. Was sind wir denn, ey? Hey, Leute. Mein Name ist Johnny Laser. Ja, die müssen den Pinsel auch mal ausquatschen lassen. Sonst haut er wieder ab. Sorry. Was? Die Stimmen in seinem Kopf meckern nämlich immer. Gar nicht. Die lachen. Alter, Curtis. Kannst du dich jetzt mal raffen, Mann? Ja, okay. Sorry, Chef. Warum der hört Stimmen? Sind sie das verrückt? Also ich hab viel, so viel mit Mila zu tun. Wo ist die eigentlich? Die schläft, aber die will foltern. I like. Mila ist unser Foltermeisterin. Die wächst ja Schlangen jetzt erstmal zusammen da drin, okay? Kann man die smoken, die haben einen Butz dabei. Kann man die zusammenschlagen? Vielleicht, wenn die aus dem Barrio kommen, ist das nicht so eine gute Idee. Scheiße, wo die? Was? Wir sagen jetzt erstmal, was die in unserem Turf machen. Das ist Stefano? Ja, Mikey. Oh nein. Stefano. Ja, ihr Wichser, warum callt ihr nicht durch, wenn ihr in Wickeln seid? Heiß die verdammten Wichser. Was macht ihr denn hier? Fängt euch. Was? Fängt euch. Nein, fickt du dich. Was macht ihr in unserem Turf? Ich wohne hier. Willst du so gesmokt rein, Fu? Nein, ich bin ja vom Sturfen. Hey, Mikey ist korrekt, wirklich. Der ist cool. Genau so wie ist Stefano. Und Begars ist auch korrekt? Ja. Ich hab ein bisschen Angst, oh Begars. Hallo? Man muss jetzt dein Vertrauen erstmal, ich weiß. Aber ey, sorry wegen gestern, dass ich dich abgestochen hab. Oh, bist du dumm? Sorry, dass ich dich abgestochen hab. Was bist du für ein Hurensohn? Oh Gott. Jo, das kannst du, das kannst du einfach. Das ist unser Team. Ja. Das ist auch ein bisschen, okay. Wie kommt das schon? Soll ich dich auch abknallen und sein Erfano jetzt verbeknallt hat? Erfano Alfonso. Hä? Ist er mein oder mein Läbergerakter? Warum denn? Er hat mir keinen Hurensohn gesagt zum Laser. Für was? Es tut mir leid, weil ich dich in der Vergangenheit behandelt hab. Was denn, du bist jetzt irgendwie, was denn, hast du jetzt irgendwie Dings? Schlagarmfall. Wie nennt man das? Wie nennt man das hier, Mikey? Multiple Persönlichkeit. Reue? So einen auf den, du hast du in der Klischung oder was? Ja, ich zeige Reue, verstehst du? Achso, ja, okay. Ja, das ist gut, ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir. Okay, Mann, können wir wieder Freunde sein, so wie früher, Mann? Ja, können wir, das ist gut. Korrekt. Warum hast du jetzt deine letzte Hurensohn genommen? Weil er mich gestern abgestochen hat. Und dann einfach nur so, es tut mir leid, das war's. Sorry wegen gestern. Ja, das müsst ihr untereinander klären, Mann, aber Stefano, jo, tut mir leid. Ja, alles gut, alles gut, ich werde Zeit. Ja, und mir? Nein. Achso, ich würde ja auch einkaufen. Was ist das hier um mir? Ja, egal, irgendwann kommt der Tag, wo ich dich auch abspeche. Ich bin dann ein Sensei, denkt er an. Hast du da was noch? Man könnte sich aber eigentlich auch ein Sensei. Ich habe auch ein Sensei. Was hast du? Ein Sensei. So was geht nix, ich bin dein Vater. Du bist mein Vater. Wer hat dir deine ersten Fußballschuhe gekauft? Ich habe gestern Apache kennengelernt. Das ist der Sensei von dem anderen Alfonso. Von Leiband. Oh, ist das unkreativ. Weißt du, Leiband rufst du zurück? So viele Fragen gehört es. Die sagen nicht mal Schüss, wenn die abhauen. Ja, das ist unser Team, gewinne ich drin. Das ist nicht unser Team. Den bald ich niemals akzeptieren. Welchen? Den komischen Typ da mit dem Unteramt. Das ist ein Snitch. Nein, ist er nicht. Ist er wohl. Wirklich nicht. Wir sind alle Snitches, okay? Alle. Ja, stimmt. Ich habe noch nie gesnitcht. Du hast Roy erzählt, dass ich aus, dass ich auf diesen Tank geschossen habe, du Wichser. Das ist ein DP. Was ist das denn? Ein Disziplinarverfahren. Ach so. Aber Verfahren schreibt mir doch nicht mit dem P. Fertig. Und das war auch in die Pi. Warte mal. Ich bin ja gar kein OG, ne? Was soll das? Ja, wie? Ja. Ich habe dich nur getreten. Oh, scheiße. Ich muss ins Bank, ja. Entschuldigung. Ich habe Blut. Ich habe Blut. Alle Menschen haben Blut. Außer Vampire. Hm. Ach. Hör ja nicht darauf, was die... Pensel. Ein Verbandkasten. Hör ja nicht darauf, was die dir alle erzählen wollen. Das sind ganz Idioten. Die tun jetzt so einen auf loyal und morgen landest du wegen denen im Knast. Weil die dich verpäften. Ich weiß nicht, wie ich vertrauen kann. Mir kannst du vertrauen. Wo machst du Waxing? Hier ist ein Verbandkasten. Von wem ist der? Von Tesa? Nee, da war Banter drin. Der wurde schon gelootet. Okay. Sag mal, Miki. Mikey. Grün oder Türkis? Das ist doch das Gleiche. Grün. Ach, scheiße. Wieso? Wieso? Wir müssen dann eine Color Glam Bang. Oh, Grün, Mann. Color Bang ist, wenn du jemanden angreifst, wenn du eine Farbe trägst. Ja, gut. Wollt du eine Gangfarbe oder was? Ähm. Nein. Nein, nur wer will. Ich bin für grün. Ich bin für grün. Ich kaufe mir ein grünes. Aber eigentlich bin ich für grünes. Lass mich doch nicht alleine stehen mit denen. Ich kenn die doch gar nicht. Hörst du mich? Ja. Du kennst mich nicht? Ich kenn nur deinen Namen. Und ich weiß, dass du Leute verrätst. Ich oder was? Ja. Nee, dann hast du mich falsch kennengelernt. Nee, ja? Ey, Stefano, weißt du, was für Gefahr steht? Ja? Schwarze Air Forces. Ja, das steht. Nicht die Weißen. Wenn du schwarz an hast, bedeutet das, dass du suchst Stress. Aha. Und was, wenn ich Weiße hab? Dann bist du nur Pussy. Was hab ich denn gerade? Ich hab Weiße. Ich werd jetzt einfach weggehen, okay? Alles klar. Ja, alles klar. Hau rein. Pussy. Lass mich nie wieder alleine stehen mit den Pennern. Doch, ich muss mir ein grünes Ding kaufen. Das ist super weird. Warum? Ich kenn die nicht. Wen? Die grünen? Die sind Micky und den anderen. Stefanie. Ähm, Micky ist der Typ, der mir frontal in mein Auto gefahren ist mit dem Bike. Ja, dann musst du den smoken dafür. Ähm, nee, ich musste lachen. Ja, okay. Das muss reichen. Und den anderen kenn ich nicht. Der tritt mir immer gegen meine Karre. Ja, warum schlägst du nicht zusammen? Aber ich hab Mitleid. Warum? So meine ich das nicht. Ich versteh das nicht. Das macht mich sauer. Weil der sich immer versucht durchzusetzen, aber immer auf die Fresse kriegt und verliert. Verstehst du? Hast du den dem angeguckt? Ja, ist kalt draußen. Der hat Nippel, Alter. Was soll ich sagen? Den könntest du auf die Kirmestellen Ringe werfen an seinen Nippeln. Komm, das war gut. Der war lustig. Der Mattenfleisch. Guck mal, wie sieht das aus? Boah. Jo. Gut aus. Aber ich kaufe mir nur keine. Ich will mir die verdienen. Boah. Dann ist es. Du bist ein halber Maya. Weißt du, stimmt. Aber sie kreuscht uns. Da geht's nicht. Da geht's nicht. Aber irgendwie hat es auch was gemacht, weil ich hab bei ihr gepellt. Jo. Entschuldige dich bei Stefano. Warum? Du hast du einen Pussy genannt hast. Hab ich gar nicht. So sagt man das heutzutage nicht mehr, ja, weil wir lieben Frauen, man fragt Johnny. Und zweitens Stefano, ein Homie von uns. Ich kenn den gar nicht. Jetzt kennst du mich. So, das Big Ass, einer der mitbegründete 895-Grapeseed-Poste. Jo, wenn der auf die Villa gekommen ist, haben immer nur alle gesagt, er soll sich verpissen. Alter Zeit, Mann. Ja, true. Curtis, Mann, was haben wir gelernt, Mann? Vor zwei Tagen knapp den Totengang, Mann. Wirklich? Jo, das heißt doch nicht, dass ich mit Säumen die Hände schüttel. Oh oh. Es wird Zeit demütig und räudig zu sein. Warum entschuldigt der sich nicht bei mir? Warum? Was hab ich dir getan? Da hat er recht. Du hast meine Freunde verpetzt immer. Wen hab ich verpetzt? Alle. Und du hast damals von Kim das Auto angezündet. Das, äh... Jo, aber da hatten wir ja Ärger, Mann, aber das wird nicht mehr passieren, oder? Und du hast mich gestern fast umgebracht. Du hast mich abfüßt, doch, und du Hurensohn. Oh Gott, was sagt der da? Er sagt, du hast mich fast umgebracht, Junge. Gestern wurde mir... Du hättest dich mal gestern mehr am Sonnenschein, als er voll ausgerattert ist. Das ist ganz anders gewesen noch. Oh ja. Ja, am Telefon. Ja, den fick ich auch noch, diesen Wechsel. Scheiß, Alfonso. Alfonso, wie hieß der nochmal? Käse. Kaiser. Nein, Mann. Ändert seinen Namen eh noch. Ja, die beobachten uns die ganze Zeit. Ja. Jo, da nimmt uns einer einen Sasquatch-Rack. Was ist das denn? Das ist ein Crack-Junkie. Achso. Ja, der konnte sich nicht mal... Ist das Florida? Wir müssen mal schmoken. Die Hose teilen. Übrigens, Cadiz, gestern hat der Peep mir erklärt, dass man ein Wort sagen darf. Walsches. Was mit der Mutter und dem Beischof genehmigt. Ohrensohn? Ja. Ja, aber das soll man trotzdem nicht sagen. Das ist erlaubt, bei so vielen Leuten mit gutem Kutte rum. Was hat denn das damit zu tun? Wenn du deiner Mutter den Beischof genehmigen. Was ist das für eine Beschreibung? Ja, ich ballere dem Arm halt. Ich würde sagen, du kannst es auch förmlich umschreiben. Ich suche den Beischof mit deiner Mutter. Deine Mutter und Beischof genehmig sind gleich Wuchensohn. Okay. Nein. Ja, doch. Stimmt doch. Aber so nah hat halt... Wird deine Mama in der Bäckerei arbeiten, wärst du ein Bäckersohn. Ja, so gesehen, ja. Was bist du endlich? Wo hat deine Mutter gearbeitet? Meine? Nein, seine jetzt. Geh dich den Scheiß an. Geh dich den Scheiß an, Sohn. Ja. Ja, okay. Ja gut. Ganz schön wild hier. Wollen wir jetzt hier gammeln oder wie? Also warum sind wir alle hier? Nein. Warum seid ihr nicht hier? Das ist unser Turf. Wir sind am Wickeln. Wickel, wickel. Ja, wickel. Warst du nicht Cobb? Ah, Mann, ist das schon ewig her. Zwei Wochen. Warum? Da sind schon meine Akten wieder sauber. Wieso bist du nicht mehr Cobb? Wie, bei PUBG? Der hat in den Cobb gesmoked, der wurde rausgeschmissen dann. Ist so. COCP-Verfahren. Ist so. Ich habe den geknüppelt in der Gasse. Er hat den Kangebiet zusammengeschlagen. Ja, gespuckt habe ich auf den. Genau. Sehr gut, ne? Sehr schön, sehr schön. Was macht ihr so auf der Straße? Gar nichts. Umsitzen, aufschlitzen. Achso. Das ist aus Scream eine Cloud. Nein, wenn dann Scary Movie. Das ist Scream. Nein, ich habe das von Scary Movie. Das ist Scream. Ich habe es von Scary Movie. Dem reiche ich nicht, die Hand. Jetzt kommt dir deine Mütze. Kannst du nicht. Die ist angeklebt, ich habe keinen Fädelsäcker. Ja, da wichst du drunter, der ja. Das kippt richtig hart drauf. Was habe ich da drunter? Penne, Keile. Komm, Stefano. Rügel dich doch mal. Du kannst das doch. Nein, Mann, ist da jemand von euch noch? Raus, mal drehen. Soll ich den verkloppen? Bist du doch? Der Gewinner kriegt. Ich bin doch doch. Dann habt ihr dir Hund gesagt. 1.000 Dollar. Wie viel? Wie viel? 1.000. 1.000? Ich kriege 1.000 Dollar, wenn ich den umhau. Du, der Gewinner, Mann. Mit oder ohne Laser-Shirt? Was? Na, darf ich meinen Laser-Shirt ziehen oder nicht? Ja, natürlich nicht, Mann. Ja, wie, das ist ja langweilig. Also, du kannst den doch nicht in ein Teilchen hauen. Ja, doch. Ja, prügelt euch jetzt. Oh, Juna, was geht? Oha, wie redest du mit weis Freundin? Hallo, Juna. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das meine Freundin ist. Hey, Juna, wie geht es dir? Ich bin schon bereit. Ach so, die macht jetzt deine Haare, oder? Bitte nicht. Was bitte nicht? Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Jetzt pass mal! Hey, der Anding ist alt. Du bist ja in unserem Barrio. Das ist unser Terri, 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 Terri. Ja, du kommst in unsere Barrio, USA. Si? Und das Problem ist, Barbara. Was machst du denn für die Faxe, ne? Ja, guck mal, sie ist disrespektet. Bien. In Amerika hat er ein anderes abgestochen. Genau, guckst du dir in den Ringen von den Lasern. Hier stehen 100 Leute. Ich bin überfordert. Mach mir die Haare. Ich hab grad keine Zeit, sorry. Ist das höflicher? Ja. Also, alles gut. Ich brauch nur die Frisur und dann können wir uns ja unterhalten währenddessen. Wie du das vorhattest mit Roy. Dachte ich auch, Mann. Du brauchst ja dringend eine Frisur. Ich will einfach die von gestern. Ja, aber Roy hat zuerst angerufen. Ich kann doch jetzt nicht einfach dir die Frisur machen. Du sollst aber nicht mehr mit dem Reden reden. Ah, genau. Ich ruf dich an. Du hast keine Zeit. Und dann telefonierst du aber lieber die ganze Zeit mit Johnny. Mit Laser oder Johnny Mike? Okay. Ich mach ihm einfach die Haare und währenddessen... Warte, ich sag dir was. Ich muss dir was beichten, Mann. Okay. Ich bin Arm, Mann. Die ganzen Autos, die ich hatte, waren nur geleast. Alles weg, ja. Ist okay? Okay, ich mach das. Putzt du die Zähne? Ich mein, ich bin reich. Ich meine mit dem Ende in den Arm, Mann. Damit das Loch nicht so auffällt. Okay, Mann, aber warum kommst du da nicht, Mann, umarmst mich, ja. Du müsstest reichen. Ich bin knapp im Tod entgangen. Ich bin knapp im Tod entgangen. Warum hast du ein grünes Tod? Warum nicht, Mann? Grape Seat, ja. Ich verstehe gar nichts mehr. Weil wegen Lissi, danke für den Press am 14. Ja, Pinsel. Komm, Hild. Mach Grape Seat. Pinsel, ich verstehe 90% der Sachen auch nicht. Ich verstehe überhaupt nichts, aber sollen die sich jetzt mit dem Finger runterfetzen, oder? Ich weiß nicht. Müssen die abschieben? Ich weiß nicht, was die vorhaben. Wenn du aber Bock hast, einen zu schlagen, dann schlag den einfach. Häuslein, ja, und nehmen wir den Crackhaus. Hör mal jetzt mit dem Finger runter. Dürfen. Okay. Wie ist das? Dürfen wir in den Dienst gehen? Ja. Auf gar keinen Fall. Nein, nicht jetzt. Okay. Nein, ich bin kaum überfordert. Ich bin auch kein Frauen. Ganz viele Leute. Dinge voll. Merkst du was, John, jemand? Scheißkopigkeit. Ich habe keine. Die will nichts zu mir machen. Aber jetzt, Fiona! Entschuldigung, der Katalog, das ist sehr schwer, die Seiten umzublättern. Die kleben irgendwie zusammen, weißt du? Alles gut, alles gut. Guck mal, ich habe sogar eine Zigarette hinterm Ohr. Oh Gott, nein. Oh, Jean-Luc. Island Ball. Ja, also von mir aus ist mir eigentlich egal, wo ich wohne. Wir können aber ja nicht irgendwo noch einziehen. Was heißt wir? Mit wem willst du da hinschicken? Das muss wahre Liebe sein. Wie mit wem? Mit mir, Mann. Ihr zieht da alle hin, oder nicht? Ja. Ja? Aber die Villa haben wir immer noch, Mann. Jawohl, die müssen wir auch nur sauber machen. Okay, Mann, ich bin arm. Ich habe nichts. Das war nicht die Frisur, Juna. Ich glaube voll. Nein, nein. Ich glaube, die wäre nicht wirklich. Ich glaube, das war genau die Frisur. Aber die ignoriert dich die ganze Zeit. Ich glaube, die will ich überhaupt nicht mehr. Ich rede von der Frisur. Ihr könnt nicht alle auf mich einreden. Ihr seid ganz schön anstrengend. Alle auf einem Haufen. Wisst ihr lasst? Halt mal. Wir sollten einfach alle single bleiben. Ja, das glaube ich. Die Frisur hatte ich nicht. Ich hatte dann kurzzeitig eine andere. Juna, aber die gefällt dir auch. Ich weiß, ich weiß. Okay, sorry. Dann mach mal. Mach mal. Also das ist keine Kinderfrisur. Nein, 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 nein. In Schwarz würde ich das fühlen. Ich gar nicht. Können wir seidig machen? Ich habe gehört, das können wir mit Schweinemilch wassen. Bitte nicht. Wassen. Was? Schweinem was? Warte, kennst du... Ey, warte, du kennst keine Schweinemilch, Mann. Was ist denn Schweinemilch? Beseidige Haare. Wisst ihr das nicht? Ich bin Tierliebe. Ich habe schon eine Dreck in dir. Wie schön. Bitte weiter. Rang mich nicht an. Oh my gosh. Na, das war doch... Bitte nicht. Fotos Wieseloffen. Dann nimm mich Ragnar. Ja, das ist doch nice. Ja, das. Was? Mach mal, Blond. Ist nicht dein Ernst, oder? Lass doch erst mal dann gleich wirken. Ja, wirkt schon. Richtig. Oh Gott, du siehst aus wie so ein Staubsauger-Vertreter. Dann musst du mein Angebot vergessen, aber auch gar nicht. Ich wollte nichts kaufen, Mann. Was für ein Angebot? Ich habe gesagt, ich bin sein Chicken Wing. Also quasi sein Wingman in weiblich. Ja, wie jetzt? Hä? Ja, ich bin sein weiblicher Wingman. Ich dachte, du musst auf jeden Fall eine Menge Männer-Ging machen. Okay. Das ist sexistisch. Oh, cool. Ja, aber die Frau bringt nur Probleme mit sich. Weil alle... Weil alle um dich streiten. Ja. Also Pinsel nicht. Hallo, Jean-Luc. Ja, we don't talk to police Pinsel. Ja, geht schon scheiße in den Wichser? No. Ja, Mann. Oh nein, doch nicht jetzt! Ja, wie, wenn die pinkeln muss, muss die pinkeln. It is what it is. Was war denn jetzt so hart? Warum sieht er gut aus? Hey, Donnie. Donnie, doch. Oh, Jeremy, bist du's, Mann. Du verkaufst auf jeden Fall Versicherungen. Oder Papa filmst, ja. Ja. Johnny Laser. Also, wenn du so eine Frau aufreißt, ne, dann kriegst du 500 Dollar von mir. Ja, ich investiere in einen weißen Anzug in dich. Oh, Mann. Oh, Mann. Aber haben wir das jetzt mit Juna geklärt? Du hast ja ganz klar gemerkt, Mann, die will eher mich anstatt dich. Mach, wie du möchtest. Ja, aber nein, Mann, du machst doch wieder so hinterher. Nein, ich mach gar nichts. Wir lassen einfach sie entscheiden. Ja, ja, okay, Mann. Kriegst du erst mal eine Nackenschelle. Die tat nicht ansatzweise so weh wie die Frisur. Ja, aber das kann ich mir vorstellen. Hihihi. Der Esteban hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich Koks habe. Ich hab ihm gesagt, Mann, das halbe Kilo ist schon weg. Ich hab noch ein paar Reste. Hast du dir noch ein Kilo Mehl verkaufen? Der checkt das eh nicht. Oh, glaub mir, doch. Der checkt das schon, bevor er das überhaupt sieht. Hey, Johnny, das will schon, Mildau. Mach dir keine Sorgen. Wenn man mir die Haare grün färbt, dann... Kennt die Yu-Gi-Oh, dann sehe ich aus wie dieser Käfer-Durland. Weevil Underwood. Hab das nie geguckt. Ach so. Ich hoffe, dass du dir die Hände gewaschen hast. Yuna. Nee, mach ich nie. Wer einer von euch, der sich die Hände wischt? Ich wasch mir mal die Hände. Ja, ja. Zuschauer. Ich nie. Ich bin ein gepflegter Mann. Der sieht sehr ordentlich aus. Ich schneide mir auch immer die Fingernägel. Schauen wir einfach nochmal von vorne an. Das ist ja gar kein Problem. Die schneidet man sich auch. Ja, manche schneiden die sich nicht. Und dann ist da Dreck runter. Das war diese richtig hässliche, oder? Die davor, die davor war es. Warum schießt denn du so gegen Jonathan? Nee, die hier auch. Nee, nee, die da... Ja, die hier. Nein, das war die danach. Warum bin... Hast du... Was ist das? Bin ich ein Nordmann? Du bist King of the North, jo. Weißt du nicht sogar so im Wiener... Jetzt gucke ich nach. Ich weiß, ich weiß. Bin, das kann ja nur sich um Stunden handeln noch. Nein, nein, wir sind gleich durch, wirklich. Wo ist denn denn... Scheiße, mir kribbeln alles. Ich muss halt smaken. Ähm, so? Wie findest du? Scheiße. Was würdest du nehmen? Die Anime-Frisur. Wir müssen... Ich habe sie für dich genommen. Wenn das zwischen uns beiden nicht mehr so ist wie damals, dann weiß ich auch nicht, warum ich diese noch tragen sollte. Außerdem magst du gar keine Animes, hast du vorhin gesagt. Ich mag auch keine Animes. Was passiert denn jetzt hier? Okay, dann nehmen wir die Frisur. Ich bin Koreanerin, ich weiß nicht, warum ihr die ganze Zeit von Animes redet und warum ihr alphanische Sachen sagt. Scheiße, ich mag Animes. Aber schauen Koreaner, bin ich auch Animes? Sie machen auch, wo was ähnlich ist oder nicht? Ich kenne wirklich alle Animes dieser Welt. Ich gucke auch Hentai. Guckst du jetzt diese Frisur haben, oder? Das gucke ich nicht. Ja, perfekt. Dann ziehe ich dir jetzt einfach einmal die Perücke vom Kopf. Ich habe mal so einen Oktopus-Film gesehen. Willst du Geld? Oktopus-Film, oder was? Wie gesagt, ich bin reich, ist alles gut. Perfekt. Oder? Weiß nicht. Dann klären wir das jetzt noch mit Roy am besten, oder du? Ich kenne noch gar keinen Tokio-Oop-Police. Aber unter sechs Augen. Ja, aber klar. Warum dürfen wir schon wieder nicht zuhören? Nein, nein, mach das. Ihr klärt das? Das ist erst mal nicht mein Bier. Und dann komme ich gleich wieder. Nein, nein, wir klären das direkt. Dann machen wir das hier. Nein, komm, wir gehen doch schnell rüber auf die andere Straßenseite. Nein, ist doch egal. Lass doch die anderen mithören. Okay, Mann. Jo, was bist du für eine feige Sau, ey. Also, geh mal weg. Ich muss mich wieder hinsetzen. Ich saß hier vor dir, du Arsch. Ist mir egal. Ist mir auch egal, du Wichser. Aua. Ich saß da, er ist da. Ist egal, also. Setz mich schuldig auf deinen Schoß. Okay. Aber ich habe eine Flasche Bier in der Hand. Nicht, dass du... Oh Gott. Dich gibt es gar nicht ohne. Pass auf, einer Penner, du. Kannst du whippen? Dann singe ich Weihnachtslieder. Okay, Mann. Wir sollten jetzt... Juna. Konnte nur um. Oder Johnny, fang du an. Juna, ich bin im Unklaren. Ich weiß nicht ganz... Oh. Ein Light. Entschuldigung. Juna, ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Ich weiß nicht, wie und jetzt warum. Und vor allem, ob oder ohne dich. Kannst du uns da weiterhelfen? Johnny, ich habe dich vorgestern gefriendzoned und dir gestern gesagt, ich bin dein Wingman. Du hast gesagt, ich bin dein Chickenwing. Ich will, dass du an mir knabberst. Nein, ich habe gesagt, ich bin dein Chickenwing und ich kann dir helfen, Frauen aufzuhalten. Warum? Weil ich auf einmal jetzt... Wieso? Weil ich die Anime-Frisur abgelegt habe. Ich bin wie rumgelaufen, wie ein Clan. Bin ich für dich. Alter, alter. Ich sah aus wie... Als... Weiß ich nicht. Als käme ich aus einem anderen Planeten. Von einem anderen Planeten. Was soll das? Oh, Juna. Wir sind seelenverwandt. Und ich hätte mir genau das Gleiche ausgesucht. Ich spür's dir. Walla, Walla, ich spür's dir. Das war ein gutes Rollenspiel. Ich habe Walla gesagt. Juna, ich habe das gemacht, weil ich dachte, dass es dich glücklich macht. Ich wollte einfach mal in eine andere Kultur eintauchen. Und dann... Ich bin dich. Juna, weh, 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 weh. Ich habe dir tagelang Mist erzählt, damit du mich magst. Du hast... Ich habe gesagt, ich habe einen Bugatti und dann hast du mir gleich deine Nummer gegeben. Oh. Oh, scheiße. Golddäger. Soll ich den Chefverlauf mal laut vorlesen? Oh, ja, ja. Lies vor, lies vor. Okay, 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 Juna, du bleibst dir. Lies dir mal vor. Das andere schläft ein. Oh, Mann, nee, nee. Ich meinte, du bist eine ganz geile Bitch, hat er gesagt damit. Oh. Das habe ich nicht gesagt, er hat's gesagt. Oh. So, dann muss ich aber ganz weit runter scrollen. Ah. Mir wurde von der russischen Mafia mitgeteilt, dass du Single bist. Ich bin ja reich, erfolgreich, gut aussehen. Krass gebaut. Oh, jo, warte, was? Warte mal, werde ich das verschrieben? 3-3-7-7-7. Das war die einzige Nachricht, die du mir geschickt hast, Juna. Die einzige. Oh. Jo, warte, du hast deine Nummer, als die Leute abgezogen haben, auch in die Runde geworfen? Nee, er hat mich im Internet angeschrieben. Oh. Aber wie kommt das mit dem russischen Mafia-Zeug? Das hast du mir doch auch geschrieben. Du hast mir deine Handynummer zugerufen und dann habe ich dir geschrieben, weil... Oh. Das war's. Ich geh so weit. Ich dachte, dass du ein niedlicher, ne? Und Johnny hat mich im Internet angeschrieben. Ich habe den nicht angeschrieben. Oh. Er hat mich angeschrieben. Aha. Junge, Junge, Leute, Leute, wirklich. Ich schreibe ganz Los Santos an, Junge. Das ist eine Bitch. Scheiß drauf, Bro. Oh Gott, was hast du gesagt? Scheiß drauf. Scheiß auf dir, Junge. Ja. Warte, Stefan, das ist immer noch dann meine Freundin. Ja, und mach Schluss, Junge. Was bist du für ein Bruder? Gib mir die Schaufel. Piss dich, Alter. Gib mir die Schaufel, oh, ey. Ich geh jetzt eigentlich mit Suki. Ja, nimm sie doch. Ja. Wie hast du? Nimm die Schaufel. Also, Junge, mit wem bist du jetzt zusammen? Mit Roy oder mit Leiser? Oder mit gar keinem? Mit Kensei zusammen. Mit wem? Mit wem? Mit Kensei zusammen. Was? Lass mich aufstehen, das geht weg. Was? Was? Ich bin keine Frau für nur einen Mann. Mit wie vielen Spuren fährst du? Bist du der Hogwarts-Express? Das darfst du nicht. Du hast deinen Winet-Status aktualisiert. Natürlich darf ich das auch. Darfst du das, weil du ein Mann bist oder was? Und ich darf das nicht? Ja. Jetzt aber vorsichtig, mein Freund. Ja, warte, aber ich bin doch voll... Ich habe meine konservativen Prinzipien. Ich dachte, einmal vertraue ich jemandem. Ich habe Stefan noch vertraut. Er hat mich gefickt. Alles ein Selbstdelay. Ja, wie jetzt? Was hat er mit dir gemacht? Nicht gefickt, sondern... Was passiert hier? Wie nennt man das, Mikey? Ja, er meint damit... Ich habe ihn nicht mehr verraten, Alter. Ich bin mein Herz gebrochen. Trink dir einen, trink dir einen. Ich habe Bier bei. Entschuldige, eins auf dem Rucksack. Das war's. Haben wir Gras. Ich brauche Drogen. Und auch nicht, Roy. Nein, mach. Hey, Judah, du kannst mich anrufen, wenn du willst. Tschüss, Juni. Tschüss. Keinen Abend wünsche ich euch dann noch, ne? Na klar. Also, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr mal einen Schickmoin braucht. Okay. Okay. Ich melde mich nur, wenn ich mal einen Friseur ändern will. Jetzt pisst dich. Genau, und wenn ihr einen Friseur braucht, ich gehe jetzt zu Kenzeh. Ciao. Ja, tschüss. Und hoffentlich kommt ihr jetzt vieler Almi. Ja, änder dein Beziehungsstatus im Winnet. Änder dein Beziehungsstatus. Die verarscht euch. Die bedienen euch voll. Die verarscht euch richtig. Die hat euch alle eine Nase umgeführt. Das ist eine Schlange, Junge. Das ist eine Schlange. Schlammblut. Die Schlange isst du mir auch nicht. Outland. Outland, Beutlin. Beutlin. Ich hab dir die Wahrheit gesagt. Die knutscht echt mit vielen, oder? Alles erzählt, ja. Die machen nicht nur Knutschen mit vielen, sondern auch andere. Du. Zählen wir mehr? Weiß nicht, ich will's auch essen. Ja. Was hat die mit Laser getan? Mit Leben? Ja, Big Ice meinte, die knutschen nicht nur. Die macht sogar anderes Zeug. Ey, Jungs, wir haben jetzt keine Probleme mehr. Los. Sehr gut. Jetzt können wir wirklich von vorne anfangen. Als gemeinsame Gruppe. Ja, Mann. Ja. Was ist der erste Plan? Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, wie? Ich muss das erstmal verkraften. Ja, wie? Ich kann das so nicht. Ich gehe jetzt auch verkraften. Bis dann. Ja, wie? Alle Anfänger, Junge. Alle Anfänger. Was seid ihr für? Da müssen wir ja laufen. Ich hab ein Viersitz davon, wollt ihr? Warum bleiben wir nie echt in meiner Kerne? Weil wir sind einfach ein Duo-Team. Was willst du machen? Guck dir das an. Jetzt gehen die zusammen wegfahren und schubbern sich gegen sich. Soll ich euch abkicken, oder nicht? Ja, wir kommen schon. Danke. Ja, wir haben einfach. Wir müssen das erstmal verarbeiten. Siehst du, Pinsen, deshalb knutscht man nicht oben hier. Also, ich war kurz davor, dir einfach aus dem Leben zu boxen. Was ist denn jetzt gerade passiert? Roy dachte, er wäre mit ihr zusammen. Laser dachte, er wäre mit ihr zusammen. Und dann sagt sie, dass sie mit irgendeiner Kidney-Bohne zusammen ist. Kenji, das ist einer von den Junern. Das war's jetzt mit unserer Gang. Na egal, mach mir einen auf. Ja, ich hab schon mal einen grünen Effekt. Komm mit, ab vorne. Ich lass mein Auto herbringen. Oder du deins. Wie du willst. Sollen wir Pepe zusammen flangen gehen? Okay. Ja, aber die sollen Schutzgeld zahlen. An die O7. Also, hast du gesagt O7? Ja, wir sind jetzt die O7s und du bist der OG, okay? Und ich bin dein Berater. Okay. Du sagst mir, wenn ich smoken und wiggeln muss. Wir sind gerade am wiggeln. Ach so, wickeln, ja, ja. Außer die leben in der Natur, dann scheißen die im Gebüsch, na ja, ja. Innen steht da der Schwanz. Was hast du? Boah, ich wollte schon sagen, das ist racist. Warum? Was sagen das so schlitten? Der Schwanz. Der Schwanz. Kamila, hör ich gar nicht raus. Nee, die macht, äh, vor den Eidle-Bow-G. Welche Carp fahren wir? Sieht der aus. Ich hab die Cinque Mila und ich hab Komet Carp. Aber ich würd sagen, wir fahren mit deiner. Sieht ghettomäßig aus. Welche? Eligi. Okay. Ähm, der steht am Park. Weißt du noch? Scheiße. Hast du noch dein Dings, Primo? Ähm, ich hätt nur nen Draft da. Ohne Manches. Ja komm, dann Manches. Pass ich da einen drauf? Oder bin ich zu dick? Ich denke, das passt. Wir können auch mal nen Draft davon. Wie du willst. Mir egal. Sag mal, eine Minamoo? Eine Minamoo? Eine Minamoo? Manches? Ja. Okay. Das war denn mal. Ja, du gehst... Watt? Jay, schon offline, Alter? Scheiße, ich brauch auf jeden Fall einen krassen Physiker. Dankeschön für den Raid. Warum schon offline? Alles bricht auseinander schon wilder. Zum siebten Mal. Ohne Witz. Ich dachte wirklich, jetzt haben wir's geschafft. Jetzt haben wir's geschafft und ich weiß endlich, worum es geht. Und dann... Dann war alles vorbei. Ja, hast du ne Knarre bei? Ja. Sollen wir vorher bei Taxi-Taxi vorbeigucken, ob wir die Beklauen können? Ey, was ist denn hier los? Komm, wir machen denen Ansage. Okay. Halt euch auf zu prügeln, sonst mischen wir uns gleich ein, ihr Toten. Ich halte es nicht aus. Das ist unser Turf hier. Echt? Ja. Ja, wir haben das geclamed. Wir haben Müller immer umgeschmissen. Genau. Boah. Krass. Ihr Rabauken. Ich habe auch einen umgeworfen. Aber dann bist du doch der größere Rabauke, wenn du sagst, das ist dein Turf. Raus hier, habt ihr nicht die brennende Mülltwange sehen? Raus. Ihr dürft nur bis zur Linie. Sö mal, bietet ihr auch irgendwie Seniorenpflege an? Wir suchen einen Seniorenpfleger. Für wen? Für den alten Mann da drin. Den Opa. Den Opa? Ja. Der da drin. Geht mal rein. Das ist ein Opa? Der braucht Intensivcare. Kann man den zusammenschlagen? Kann man den zusammenglappen? Nee, das nicht. Komm, wir gehen den pressen, Pinde. Das ist doch alt und zerbrechlich. Komm, wir wiggeln da hin und pressen den und gucken, wo er herkommt. Wiggel, 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 wiggel. Hier, wiggel. Yo, was sein, was sein, was ist dir, fu? Yo, O, PMP, was sein? Ja, was geht das ab, ey, hier? Yo, die Jungs haben... WIGSER! Na, ich steh dich im Spiegel, alter Mann. Hä? Nee. Was? 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 Ob du wegen Milz abgebracht? Wer? Ja, wie? Was ist deine Color? Ach, du weißt, du bist meine Prinzessin. Was? Was? Jo, da hat irgendwas über deine Mama gesagt, Pindel. Du bist meine Prinzessin. Oh, scheiße. Pass auf, da steht denn eine lange, du Wixer. Pass auf, sonst wird das Kreuz auf deiner Stirn gleich rot und dann gibt's ein breites Dürrchen. Okay, ich passe lieber auf, ey. Nein, wir tun alten Menschen nix. Wir sind im Krankenhaus, aber wir. Ja, das stimmt. Ich will keine Stress haben. Wir wollen, wir wollen auch keinen, oder? Ähm. Da weiß ich vielleicht. Pass auf, meine Kinder, das ist kein Pflaumenkuchen mehr. Aber Mann, wir können dann machen, guck mal, der Dreck ist. Hey, der holt ja Sandseite ist ja schon. Wie kannst du das haben? Nicht weinen. Hör auf zu weinen und in meiner Hand, als sie schön fest hat. Hör auf damit. Also, war auch. Was macht ihr mit eurem Opa, ihr Schweine? Was macht ihr mit dem? Na, wir wollten den herzen. Ihr macht den emotional fertig. Wir haben den nur gepresst, weil das unser Teil. Ach, der ist schon fragt. Der ist schon fragt. Guck ihn dir an, der hat XS. Ist die Nippel. Gib dir mal einen Pflaumenpudding oder so. Ich weiß nicht, ist das nicht schlecht für das Gebiss? Nee. Ich hab noch kein Gebiss. Willst du einen Zahn oder was, wird's frech werden? Nein, ich will gar keinen Stress haben. Ja, ich bin's Kenny. Was geht? Ja, was geht ab, Kenny? Wir sind hier beim Paletti-Dings, komm her. Wir haben eine Gang gegründet, wir sind aus Seven jetzt. Kannst du mal da rein? Okay. Du siehst nichts, weil du alt bist. So breit bin ich wieder ein Tüchchen, du verdammter Schwanz. Genau, Pinsel geht nämlich pumpen. Mein Ball war schon immer ein Blatt, aber heute hab ich einen neuen. Und ich fotografier den, wenn der pumpt. Den jetzt nicht fotografieren. Na, den Pinsel, dich doch nicht. Oh. Aber seid ihr in der Gang? Scheiße, wer seid ihr überhaupt? In SOB. Oder ihr könnt mich auch J-On nennen. SOB? Ja. Was heißt das? SOB? SOB. Hauptmann auf SOB. Ja. Das heißt bestimmt Straight Outta Block. Ich hab das mal in einem Hochglanz-Magazin gelesen. Ach, also. How to be a gangster on the streets of L.A. Okay. No shit, Sherlock. Ja, scheiße, das kannst du nicht anziehen. Guck doch mal, wie du aussiehst. Und dann nennen die Motherfucker sich Snoop und so. Die sehen voll gut aus. Nein, zieh dich um. Die sehen voll gut aus. Ja, und das sieht richtig fresh aus. Ja. Ja, das stimmt. Okay, wollt ihr uns den Schutz gezahlen, owa? Ja, 50 Dollar pro Kopf. Wollt ihr für unsere Route arbeiten? 50 Dollar pro Kopf. Oh, scheiße, außer der Opa, der ist ziemlich breit. Ja, sag ich doch. Boah. Ach, dann nur ihr. Ich hab ein bisschen trainiert. Ja, Opa, du bist auf jeden Fall der Krasse, Mann. Aber es geht ab, Schlumpfine. Gebt ihr gleich Schlumpfine. Entschuldigung, ich wollte nicht dismiss-back vor sein. Ja. Der Opa hat gesagt, ich soll das sagen. Nein, das ist gelohnt. Mein Opa, erzähl mir mal Quatsch in mein Ohr. Das glaube ich nicht. Wohl doch. Aber wenn sie beim Mechaniker... Was? Ich kenn dich, Curtis. Woher kennen sie mich? Äh, wir haben uns mal im Stadtpark getroffen. Das kann ich sagen, ich bin verheiratet. Ja. Keine Sächte... Das ist zufällig über den Weg gelaufen. Ach so. Hat immer ein bisschen Kleingeld für mich. Die sind voll teuer, die Klamotten. Ähm. Ja, die Jungs, die müsst ihr eigentlich an mich abdrücken. Die haben mir schon Schutzgeld gegeben. Haben die? Ja. Sag mal, Opa, wir müssen los. Brauchst du noch länger hier? Ich muss doch noch mal hier was raussuchen. Jo, können wir mitkommen? Ja, bitte. Ja, weiß ich jetzt nicht. Oh, ich hab auch ne Blicki. Ich hab alles, ne Strap, guck. Oh, Goddamn. Oh, scheiße. Ich hab auch so ein Ding. Nimm die mal weg. Die kann Strap, Bro. Goddamn. Ist vorm Spiegel. Guck mal, die ist so gereicht. Jo, die ist aber so. Die hat sogar ne Sonderfunktion. Wenn ich da den Trigger mach. Aua. Nein, das war mein Finger, weil ich bin nicht so stark. Da hatte ich versucht, den Trigger zu drücken. Siehst du? Da kommen Blitzstrahlen raus. Ich bin sowas wie ein Zifflord. Komm. Aber ich dachte, da oben war das so was. Die haben den Drive-Ball auf uns gemacht, Pinsel. Die wollten uns abknallen. Paschen. Das war die Bomb. Wart mal, Login. Das sind diese kranken Motherfucker aus den Projects. Ist clear? Es hängt wirklich lieb. Boah, zum Glück. Sonst hätt ich ne Smoke geworfen. Ich hab grad... Ich hab grad nen Schall hier raufgeschraubt. Ja. Komm, wir mitkommen. Wir bangen auch. Oh, wir bangen das schon für ne andere Kalle. Ne, wir sind da flexibel. Ja, das ist einfach nur Geschmack. Die drehen das einfach um, genau. Ich wollte eigentlich Turkis, aber den gab's, den hab ich mal grün geschnappt. Genau. Weil es gibt keine Grün. Weil Grün wurde gesmoked. Ja. Rest in Peperoni. Die Grün ist jetzt blau. Das ist Gift. Warte mal, die tragen blau. Ich muss gucken, warte. Ich hab nen Krampf im Arm. Bitte was? Wir tragen blau. Wir tragen blau. Ich trage aber auch weiß. Und schwarz. Ja. Das wäre auch peinlich, wenn man nur eine Farbe tragen würde. Ja, das wäre sehr, sehr peinlich. Ja. Ja. Können wir mitkommen? Können wir mitkommen? Das ist schwierig, Mann. Warum? Warum? Ja, weil ich da jetzt ein Gespräch hab. Mit wem? Scheißegal, du brauchst ja so Part. Mit wem hab ich das erste Gespräch? Ich kenn ja alle. Ja, stell dir vor, du hast eskaliert. Wir arbeiten für die größten Motherfucker in der Stadt. Echt? Tust du das? Ja, Caro. Echt? Ja. Zieh dir die brennenden Tonnen vorbei? Nee. Echt? Was? Ja, Mann, du dreckiger Alunkel, du hülst uns jetzt mit. Hör mal auf, wenn du mich hier flexen willst, dann gib mir mal eine Runde wiggeln, Bro. Wiggeln? Jeje. Doch, scheiße. Was meinst du denn mit wiggeln? Erzähl mal. Ich laufe mal eine Runde und einen Block. Eine Runde und einen Block. Ich laufe vier Blocks. Also da bin ich definitiv nicht dabei, Mann. Warum? Ist dein Bein kaputt? Nach einem Meter schon nicht meckern. Ah. Wie ist dein Name? Jejo. Jejo? Jejo. Also wie Kokain, quasi. Nein, nein. Ja doch, das heißt Kokain. Ja, A-Y-O. Ja, wie jetzt? Kann mir dein Spitzname verpassen? Ja, mach doch. Noob. Oh Gott. Ich muss weiter, Mann. Kann mir jetzt mit, oh wow? Wie cool ist das bitte? Ist das ein Fortschritt? Und trin' Cola? Du. Warum rennen die weg von uns? Hey, was ist mit dem Opa? Ja, wegen der Spiekabilität. Ja, Opa, suchst du ne Gang? Opi? Opa? Was? Wir sind die coolsten? Kannst du mal vom Spiegel weggehen? Nein. Opa, ich glaube, die sind abgehauen. Fünf Dollar könnte ich vom Spiegel weggehen, weil du hättest ja das von mir. Ja, für fünf Dollar haust dir eine mal. Kann ich dich neu jetzt zu Hause bringen? Ja gut, das war die falsche Wurdenwahl. Pencil OG Kenny kommt jetzt auch. Ja, ich muss grad meine OG raushängen lassen. Wir brauchen eine Whip. Okay, mach das, mach das. Ja, die Frechheit. Aber denkt am Traum bringen nur Ärger. Ja, hab ich gemerkt. Ja, ich bin fertig. Komm, Opi, wir begleiten dich. Ich kann dich zu entschuldigen. Ja, lass dir nur Pienruhe. Ich muss auch noch einkaufen. Opa, wir haben keine Zeit, wir müssen los. Ach, scheiße. Komm, Pinsel, wir müssen los. Du kannst schlecht jetzt nicht endlich. Komm, Pinsel. Komm, schnell rein. Schnell Pinsel. Hast du nur noch von ihm. Ich will Lösegeld für ihn haben. Leute. Oh, ich hab ne Knarre in der Hand. Vielleicht verpass ich dir ein Ding. Nein, hast du nicht. Kai, fahr zurück. Oder lass mich raus. Ich lass mein Bruder nicht zurück. Wir haben dich jetzt entführt. Wir wollen Lösegeld. Ich bin nix wert. 100 Dollar. Ich will nur 50. Wenn sie kommen, schnell dir entfüren mich. Die teilen das einfach auf 80-30. Steig jetzt aus. Okay, wenn ihr was braucht, ruft mich an, okay? Ja, aber dann haben wir... Wir haben Glocks, wir haben Uzzis, wir haben Code. Kuck. Wir haben alles. Das ist ja zum Trägen, oder? Wie soll ich denn da anrufen? Du wirst dich noch wundern, wenn du erfährst, dass ich gleich die Wahrheit gesagt habe. Hau rein, Motherfucker! Wir sind die krasseste Gangpinsel. Die haben alle Angst vor uns. Siehste? Siehste? Oh, die Frau hat mich gedissen. Da hab ich sie disrespected. Genau. Und dann hab ich mich schuldig. Scheiße, Kenny. Du musst uns mit Kenny, der hat mich angerufen. Können doch das andere Auto nehmen. Wenn die wissen, dass das kein Fan war, was ich gerade gesagt habe. Aber keiner nimmt uns ernst. Nee, wegen mir. Weißt du, was wir für Knarren haben, Alter? Wir haben sogar so ganz alte Scharfschützengewehre. Wirklich? Jo, wie heißen die Nummer? Sniper? Nee. Musketen, wir haben Musketen und so, Alter. Das ist kein Witz. Was? Jo. Warum? Ja, weiß ich doch, weil wir schon lange hier unterwegs sind. Wir sind schon da, wir sind krass. Lass mal ein paar Fooden gehen. I'm hella hungry, bro. Ja. Skruch, skruch. Ich musste noch die Sprache lernen. Ich bin das ein bisschen bald. Das steht hinten. Wir wollten doch das Auto nehmen. Stimmt. Okay. Bring mal, gib mal Crashkurs. Jo, was willst du wissen? Jo, was willst du wissen? Nein! Du sollst... Du sollst mir sagen, was du wissen willst. Irgendwas, keine Ahnung. Ich kenn Wiggeln. Jo, wenn ich sowas sag wie Roy wird gepoppt und so, dann heißt das, der wird angeschossen. Morgen ist, wenn du ihn abknallst. Wiggeln ist, wenn wir im Blog laufen. Bisschen abgucken. Wenn jemand zusammenschlägt, was heißt zusammenboxen? Nee, nee, jumpen. Jump. Jo, lass den Bixer jumpen. Und dann jumpen wir den Schlangen zusammen. Okay, lass das mal machen. Lass uns mal einen jumpen gehen. Okay. Und ich muss den Liban vorstellen. Du musst keinen anrufen. Auf mal keinen, Jan. Oh, scheiße. Er ist immer nur am Telefonieren. Ach, der ist immer nur drauf. Wo ist er jetzt hin? Jo, Young Less, Dankeschön für die Primes am 13, Aloha. Der kriegt das jetzt immer von der Frau, der muss er selber machen. Und Crisscross, Dankeschön für den Prime 13. Was? Jo, Kenny, Kenny, wir sind am Park jetzt. Okay. Dein Leiter, Wally. Wir sind hier beim Crucial Fix, Scheiß. Kommst du her? Klasse. Ja, ich komm hin. Bis gleich. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Wir brauchen jetzt einen Viertöre-Pinsel. Der Kenny ist auch cool. Ich hab nur einen Primo. Primo. Warum steht nichts auf deinem Nummernschild drauf? Aber ich ging's ja mit. Außerdem sieht das so viel cooler aus, oder? Ja, das stimmt. Also, was sagst du? Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich... Ach komm, ich geh mal einen Viersitzer kaufen. Sag mal, Mann, Viersitzer. So, ich geh nicht mehr dran. Ähm, weiß nicht. Ich frag Robi. Ja? Ja, wo ist denn Woi jetzt denn? Alter, das weiß ich nicht. Ich würde nicht, der hat mich abgesagt. Ich fahre nur Bus. 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 Ehrlich? Ja. Liegt der auf, oder ist besetzt, oder? Nein, nein, der Handy ist aus. Vielleicht hat er sich ja hingelegt. Oh Gott, was ist mit unserer Gang jetzt? Wir haben gerade schon welche gepresst. Was heißt denn pressen? Na ja, abchecken, woher die kommen und so. Ob die bangen oder nicht. Und bangen die? Ja, die sind am Bang. Okay. Die tragen blau. Okay. Assis oder nicht Assis? Nein, die sind cool. Dortmunder oder keine Dortmunder? Ne, keinen Dortmunder. Okay. Cool. Also, die sind alle ohne Dreierchip unterwegs. Oh, cool. Die war gut. Ja, ich mach ja noch gerade Mainz, da fahre Bus und so. Warte mal, bist du da im Bus? Wie bitte? Ich fahre gerade im Bus vorbei. Ja, hey Leute. Hallo. Ja, dann viel Spaß bei deiner Busfahrt. Danke. Danke, scheiße. Ja, okay. Ja, was geht ab? Scheiße, kein Thebermann, wir sehen uns. Jo, bis dann mal lang dir. Hä? Wer ist das? Der wohnt bei uns. Roy hat den im Winterwurz eingeladen. Ist das ein Cop? Ja, was? Du bist ein Cop? Du bist du es, Mann? Ähm, nein, nein. Nein. Achso. Achso. Na gut, ne? Na klar. Ver-verweiter! Ja, na gut. Verweiter! Warum haben wir den nicht abgezogen? Der hat nur eine fette Kessel. Der wohnt bei uns, meint er. Der ist cool. Der ist irgendwie. Könntest, wenn ich dir eins move an den Raum bin. Das ist ein cooler Typ. Das ist kein Krieger. Das ist ein cooler Cop. Findest du mein Hip-Hop-Rocker-Outfit? Ja, was ist cool aus. Achso, warte, da fehlt noch was. Was ist denn der? Den können wir smoken. So, jetzt ist perfekt. Ja, Mann. Komm, wir klauen ihm die Karte. Scheiße, der hat den Moldhaus gemacht. Das war ein Scheißkarre. Wir brauchen einen Pferd-Türer. Weiß nicht, der hat sich mit seiner Freundin gestritten. Die ist wohl fremdgegangen. Und dann hat er gesagt, der muss ja, der muss irgendwas klären. Der muss darüber hinwegkommen. Scheiße. Aber war das nicht die, diese Juna? Genau. Ja, doch nur. Yo, what the, Bro. Was zum. Scheiße, Mann. Johnny Mike. Johnny Mike, was geht ab? Servus. Was machst du hier allein ohne Sandro? Ja, die haben mich doch rausgeschmissen für eine Woche. Die haben mich rausgeschmissen? Ja, ja, weil die mich provoziert haben und ich dann mit dem Crane-Shotter habe ich dann das Gaspedal festgespackst und bin in den neuen Ferrari von Paletti reingefahren. Weiß'n Mann. Suchst du einen Gang? Ne, ne, ich mach grad gar nichts. Ich fahr grad ein bisschen Auto. Du fährst Auto? Naja. Das ist gut. Ja, perfekt. Schaut einfach nur, bis ich ein bisschen mal einen Fluchtwagenfahrer brauche. Ah, ja, warum nicht? Wir haben euch längst nach dem Parkplatz fein gehalten. Äh, hallo, die Herren. Hallo. Ihr seht aus wie richtige Abenteurer. Habt ihr Bock auf einen Abenteurer? Und was geht's da? Äh, pass auf. Bisschen für Pearls. Weiß nicht, ob du das schon mal von was gehört hast. Das ist das Casino hier in der Stadt. Und wir haben irgendwann so die Welt. Das ist mir zu anstrengend. Was ist mir zu anstrengend? Okay. Ja, scheiße, Mann. Gib uns die Karre. Ja, gib die Kohle, Mann. Und die Karre. Wir sind Cops, wir brauchen die. Ja, super special Geheim-Einsatz. Bitte. Kriegst du lange meine? Ach, heile Gerne. Du kriegst so lange den Allergy. Ich brauche noch keinen Schlüssel. Mach einfach anderen Dingen. Was ist denn los? Ja, das wird ein bisschen kritisch hier. Warum? Was wird kritisch? Ich kann doch nicht einfach so mein Auto gehen. Du kriegst doch den Allergy so lange da hin. Du kriegst so lange den Allergy. Yo, 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 der zieht ne Knarre, Mann. Scheiße. Der ist durchgeknallt. Da ist es. Mach, was die Jungs sagen. Ich weiß nicht was, aber mach's einfach. Letz dich rein und mach's an. Okay, danke. Oh Gott. Der ist nachgeladen. Ich mach das schon. Da ist er. Wo ist das? Fahr jetzt ja nicht weg, Mann. Der ist echt gut im Shooten. Auf jeden Fall. Hinsen, mach ihn den Allergy an. Dann hat er wohl nicht ein Auto. Mach dir meine an und so lange, okay? Komm halt. Okay. Fahr, fahr, nimm den Allergy. Boah, wir haben den voll abgezogen. Boah, wir sind so gut. Wir sind so krass, Bro. What the fuck? Ich weiß, meine krasseste Gang. Wer ist denn Allergy? Das ist vom Pinselnir. Ach, das ist für zwei Sitze. Ja, wir brauchen vier Sitze. Ich hab auch einen vier Sitze. Ja, ich hätte einfach meine G-Klasse holen können. Oh, ja. Ja, du suchst ja keine Gang, Johnny Mike. Wir sind eine Gang Gang. Kannst du uns den? So was, nee. Kannst du uns den ausleihen? Weil jetzt haben wir doch schon einen Primo. Ja, der ist doch Primo. Der Primo. Willst du mitkommen? Wir gehen ein paar Leute abziehen. Ja, ja. Warum nicht? Das ist das erste Mal, dass Johnny Mike mit mir quatscht. Soll ich euch mit dem G-Waggon hinterher fahren? Nee, wir fahren mit dem Primo. Vielen Dank. Jetzt kannst du mit dem Allergy rumgucken. Ja, was für ein Tauch, Mann. Was für ein Tauch. Habt ihr eine Nummer von dem? Nee. Nö, ich hab gesagt, Treffpunkt ist hier unten im Parkhaus. Okay. Aber wann? Du kannst mit dem Wagen fahren, ne? Kein Problem. Fahr so lange du willst. Ich fahr mit hier unten im Parkhaus. Scheiße, fahr jetzt mit dem Wagen. Und dann schießt er. Ist der neu in der Stadt? Fahr mit dem Allergy. Jetzt steig ein. Warum treppst du jetzt die Mütter nun? Scheiße. Jetzt fahren die Karre, Mann. Scheiße, Mann. Ich will doch nicht. Hey, hey, hey. Nur auf, mit dem Kopf zu reden. Das wird wirklich ficken. Was ist hier los, Alter? Wir sterben. Ja, aber die machen eh nix. Also, sie haben Angst. Jetzt fahr. Jetzt drückt er mal aufs Gaspedal, Ernie. Ja, Scheiße. Hört mal durch jetzt. Was ist los mit ihm? Jetzt fahr. Nicht ins Parkhaus fahr. Jo, Pinsel macht Drive-By. Let's go. Bei wem? Ja, bei dem und vor uns. Mit Schalldämpfer. Los, gib raus. Los, Pinsel. Nein, egal. Scheiß drauf. Jo, knall den ab, dem Wichser. Was klaut er unsere Karre? Halt die Knarre auf. Oh Gott. Ich guck's ja gar nicht. Das kaffte aber auch nix. Nicht schlecht. Wie konntest du fach sein? Okay, du hast ja 1 cm aufs Gaspedal und weg. Okay, das ist nicht. Du weißt überhaupt nicht, was los ist. Reicht jetzt mir ruhig nicht. Ja, Pinsel, lass zum Piep seinen Club aus. Wir ziehen den ab. Oben im Norden. Okay. Wir müssen Schutzgeld an uns zahlen. Wir sind aus Haven. Wo wohnen wir? Bestimmt. Und wir wohnen noch nirgendwo. Hä? Wir wohnen überall. Ja, und ich bin unabhängiger Security-Consultant. Du bist einfach. Ja, du bist ja. Genau das. Oh, das sind doch die, oder? Auch die von Jupiter, Jessie. Oh, die sind so schnell. Ich hab nur nen Schatten gesehen. Das ist die langsame Karte, die ich hier gesehen hab. Das ist so ein Drecks. Die fährt 120. Wir hätten ne G-Wag irgendwie im Sollen, Alter. Aber das ist schon cooler. Hopp, die staper uns ein Links da. Ja, das ruft doch an. Oh Gott. Oh nein. Achso, die jagen den Nikolaus. Oh Gott. Fahr weiter. Warte, lass doch Taxi-Taxi. Lass mal kurz raus. Das ist einer von Taxi-Taxi. Oh nein, das ist ne... Oh Gott. Das ist einer von Taxi-Taxi für n Euro. Oh, das ist Taxi-Taxi. Das sind die, die mich rausgerufen haben. Achso, stimmt. Ich bin dann gelern, dass ich ein Auto geklebt hab. Müssen wir einfach wegfahren. Willst du da wieder zurück, oder? Ne, ne, alles gut. Fahren wir jetzt weiter. Ne, hatte Johnny Mike wohl rausgerufen. Ich ruf doch kurz an. Ja, aber du bist doch nur für ein bisschen rausgerufen, oder? Ja, ja, für ne Waffe. Aber ich ruf doch mal kurz an. Und dann? Gehst du dann wieder hin oder sagst du, fickt ihr euch? Ne, ich sag jetzt Ha-Ha. Was machst du? Ich sag Ha-Ha. Sahara? Die Sahara. Achso, wie der Nelson von Simpson. Ja, genau, weil die da gecrasht sind. Ja, die crashen nur immer. Ja, die geht nicht ran, weil er gecrasht ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich liegt der Tod neben dem Baum. Neben dem Baum. Der Baum. Ja, ich bin echt der beste Fahrer von denen. Wenn ich nicht da bin, dann geht da halt gar nichts. Der Herr kann ja auch nicht fahren. Ja, aber auch nicht der Sergei, oder Alexander, oder wie er heißt. Der Ingo. Ingo. Ja, genau, der Ingo. Ja, der kann, glaube ich, gar nichts. Boah, ist die langsam. Wie schnell wärst du? Jetzt geht's rückwärts. 145. Jetzt 145. Weckt ihr mich, wenn ihr mit einem... Wenn wir nach vorne wippen, kriegen wir noch 10 Kameradrauf. Ha-Ha, ha, ha, ha. Boah, fast die Nuss. 146, ich bin weiter. Ich bin weiter. Warte, ich puste, ich puste hinten raus. Einmal wippen, los. Wo wurde denn der Pinsel? Wo wurde denn der Piepen-Nummer? Irgendwo haben wir den mal getroffen. Wer kauft sich denn freiwillig so eine Scheißkarte? Wir sollten uns alle einen Club kaufen. Oh Gott. Ah. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Aber hier müssen wir vorsichtig sein. Hier sind die anderen Rocker. Kann man ein Live-By machen? Yo, let's go. Aber du musst einmal vorbeifahren mit Musik und dann nochmal. Wirklich schon ein Live-By? Ja, er hat auch gemacht. Nein. Nein, lass mir die. Aber ich glaube, da sitzt gar keiner davor. Ja, trotzdem. Ich kann von denen nichts erkennen. Fürs Feeling, Alter. Mit dem Schalldämpfer oder ohne? Oh, ne. Warte mal, wir machen keinen richtigen Drive-By, ne? Nein, kein richtigen. Kai, weil ich hab die Gläser schon in der Hand. Ich auch. Bereit? Kai. Mach mit Scheidern einfach, oder? Mit laut. Nee, das ist doch nur ein Sound, Mann. Ja. Das ist nicht. Los. Hast du das auch immer gemacht, wo du Kopf warst? Hallo, Mila. Das war knapp. Ich weiß noch nicht, wie er er hat. Gut, gut. Und noch einmal. Hier ist Piep. Ach, scheiße. Du lässt dich so gut fahren. Ich dachte, du bist der beste Fahrer in Pili gewesen. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich der beste Fahrer in San Andreas. Ich kann jeden Shopper machen. Keiner kriegt mich. Ja, aber ich bin dem Auto. Alter, da steht ein Hellcat. Was? Du steht mit Kass aus der Hölle? Ja, genau. Wie? Das hassen wir, oder? Ich mag keine Musikas. Ich auch nicht. Ich finde die super. Die sind sehr laut und lassen sich scheiße verarmen. Ja. Was ist denn hier? Jo, das sieht aus wie ein Schrottplatz. Ja, ist auf jeden Fall. Also, da rechts, rechts, das Haus, das hier hinten, da rechts. Sollen wir Pieper anrufen und sagen, in seinem Club, wo es wird randaliert? Ey, ohne Scheiß. Wir können da rein. Jo, lass den Schuppen durchsuchen. Looten, looten und leben. Alter, was ist das hier? Warte mal, hat der eine Chemiearbeit? Äh, also die... Was ist das denn? Das hier... Crowdass, mancher. Was ist denn das für ein Dachau hier? Habt ihr gerade einen Fall gebaut? Ja, ich bin gerade vorbeigefahren. Wenn die Mike mal nicht fährt, ne? Mach's doch. Das stört dich einfach. Nein, no drugs in the north. Ah ja, grüße. Du hast gerade so Glück gehabt. Ja, ich wollte dich auslachen. Ich stehe nicht mal einen Meter davon, hab daneben geschossen. Passierend. Warte mal, wo ist die Tür? Ach, da unten. Warum schießt ihr das kaputt? Aber jetzt auch einfach die Flaschen wegschmeißen können. Komm, wir laufen alle mit Schuhfeder um. Schießt mal ein Magazin kurz mehr. Das ist nur ein Wasser-Tank. Verdammt, jetzt haben die nichts zu trinken mehr. Ja, wie. Wo ist der Pinsel? Weiß nicht. Oh Gott. Oh Gott. Johnny Mike ist tot. Johnny Mike. Es brennt hier im Haus. Ach Gott. Johnny Mike. Oh Gott, alles verkördert. Johnny Mike. Ja. Es du noch. Es du. Oh Gott, das ganze Ding. Oh Gott, raus hier. Oh gut. Das hört nicht auf. Was hast du gemacht, Johnny Mike? Gar nicht. Wir müssen abhauen hier. Also, wir haben das ganze Haus um ihn hochgejaugt. Au, au. Oh, es muss den sagen. Wo ist der Pinsel? Ach, schnell abhauen hier. Die ganze Bude brennt. Ja, wenn Pepe fragt, das war ein Johnny Mike. Wo geht's denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir gucken, wo's abgeht. Die, weißt du, wie ich weiße knapp, das war ich gerade so. Das war so'n knapp. Wenn sie drauf steht an. Oh Gott. Ich hab' gehört, wie jemand da hinten. Was, das war Johnny Mike? Ich weiß ja noch, dass ich hier vor Ort war. Wo geht's denn hin hier? Nochmal gucken, was um Wienet angeht. Wienet. Also, ab 130 zieht die Karre ja gar nicht mehr. Schwedisch Penisbombe. Was? Oh Gott, das ist Bimmel. Was soll ich sagen? Was ist das? Wer war das? Sag die Wahrheit. Nein, sag, das ist jemand wahr. Was, heute Praktikum bei dir? Wie, hab gleich Verschießerei in der Stadt. Wir sind so zwei Tage da. Curtis, ich bin Hänger bei Piep. Jo, wir sind alles Hänger jetzt beim Piep. Okay, Piep, wo sollen wir uns treffen? LJ Panda, danke für den Priser am 10. Gib auch ein Nachi ein. Trümmt das Ding voll durch, Alter. Ich hoffe, das war richtig. Okay, wir sind aber leider, wir sind vier. Sag das doch nicht, Pensel. Wir sind einer. Sag, du bist einer, du hast aber andere, du hast noch deinen Stofftier dabei. Piep, ich hab mir noch eine andere Frage. Hast du noch ein anderes Haus außer der deiner? Habt ihr noch eine andere? Bleibe, so ein Wohnrohran. Wo du runterkommen kannst. Wie cool ist das bitte? Ihr sucket vor mir. Also wir waren 140, schieb mal mit an hier. Ja, der Laden. Ist ja der, der brennt und explodiert ist. Und scheiße, das war Johnny Mike. Oh Gott. Zugang hat eigentlich schon für den Primeslub im 11. Da gibt's ein kleines Problem mit diesem Beicht. Ja, das ist voll in die Luft gesprengt worden. Ist ja explodiert und voll in die Luft gesprengt, babe. Sag, wir haben beobachtet, wie die Kops das graded haben. Und die haben das Labor kaputt gemacht. Und haben das Labor kaputt gemacht. Alter, wir fahren fast 160. Du hast das gesehen? Oh, oh. Das ist doch abwärts. 100, 170. Okay. Ja, Bodenwellen. Ja, Bodenwellen. Alter, die Karre, der Monster. Ja, und das sehen die alles kaputt haben. Die Kops hat die Uhr endet. Wo müssen wir jetzt hin? Weiß nicht. Pinse muss sagen. Wohin? Ach so, okay. Gut zu wissen. Pinse, wo renn? Wir müssen den Speed behalten. Wo müssen wir hinkommen? Oh Gott. What the fuck is 8,5,2? Ähm, ach so, ja. Okay. Jetzt sag nicht, lass ganz oben. Wir müssen schon wieder ganz nach oben. Nein. Also 8,5,2 ist da, wo wir alle in Gesprächen sind. Ja, sag, dass wir in drei Tagen da sind. Darin hat er dankeschön, du bist am 23. Aber du hast es gesehen, oder? Du bist deine Monster, der likes to live in the gangsta's paradise, Alter. Ja, aber der sagt, der war schon kaputt. Rest in peace an die Legende, dankeschön. Der hat gar nichts gesehen. Der hat gesagt, er weiß nicht, wer das war, aber der wusste ja schon. Das war nicht June and Mike. Oh nein. Oh Gott, ich kriege dich gerade schon zu bewegen. Ah, jetzt fau ab. Oh, was? Warum macht er das? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe erst Wohl an. Jungs? Ja? Warte. Stehen wir alle? Ich hab super Angst. Wird er nicht schießen, der Fahrer dieses Vehicles hat. Der muss kurz pinkeln. Ja. Haben die kuckosichere Dinger? Was sind denn Dinger? Kuck mal links, das Auto. Das sieht schon heftig aus. Nein? Woher weißt du das? Was wollen die? Weiß ich nicht. Das sind deine Kollegen, Frank Duldi. Wollen denn die kommen ab? Ja, die bissen sich wieder. Ja, im Wichser. Ich bin ja scharren. Jetzt wartet der hinten und der vorne. Wir sind mal herangeschüttet für den Prime 7 22. Huh, kaltes. Ich hatte gestern Geburtstag und du warst nicht live. Mein 30. Lebensjahr macht keinen Sinn und ich kusse auf den Nuss. Herzlichen Glückwunsch und nachträglich. Stell dir vor, da sitzt der Typ drin, das ist Autovir. Aber der hat einen Allergy bekommen dafür. Ja doch, das war kein Diebstahl. Dann hat er unser Auto auch Diebstahl. Ja, eben. Ja. Da hat er mich Kennzeichen abgerissen, der Wichser, oder? Bei deinem Allergy, ja. Ja. Haben wir alle gesehen. Warte, man denkt ja, das wird eine Verfolgungsjagd und der wartet. Ich glaube ja. Okay. Und Johnny Mike wird fünf Meter fahren und dann anhalten. Ich sitze, ich habe heute ein bisschen im Hals, hörte du das? Nee. Nö. Okay. Dann. Was ist denn aus dir geworden, Pinsel? Warum? Ja. Läufst du mit dem Kassettenrecorder rum? Du warst am Handy. Hahaha. Ich sehe im Rückspiegel nicht Johnny Mike. Ich auch. Das ist das erste Mal, dass der Bob mit uns redet. Hahaha. Stimmt, ich hatte mit dem auch noch nie was zu tun. Johnny Mike, ich glaube die Cops wollen, die dachten du fährst weg. Guck mal im Rückspiegel. Guck, die kommen jetzt. Halt an, halt an. Wir haben doch gar nichts gemacht. Haben doch gar nichts gemacht. Sollen wir die töten? Oh. Wir sind mehr. Oh. Ja. Was haben wir getan? Fahrer einmal Motor ausschalten. Ja, das geht nicht. Scheiße. Also wir nicht. Warte mal, wir haben einfach mal gar nichts gemacht. Der kann uns überhaupt nicht. Gar nichts. Servus. Was gibt es denn für ein Problem? Also ich schaff zwei. Wie viel schafft ihr? Gute Dau. Gleich sogar drei. Ist nur bescheuert. Guten Tag, ja. Das war der Notfall. Ach, das habe ich mir ausgeliehen. Also ich habe damit gar nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich bin Taxifahrer. Guck, guck, guck. Johnny Mike Hollecker vom Taxi. Taxi fünf Euro. Ruvin, vielen lieben Dank für fünf gifte Zaps. Ja. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Elegy in Pink. Wissen Sie? Du Wechser. Halte mal. Ja, genau. Der wurde uns nämlich gestohlen. Gib mir das Zeug. Ich habe einen Waffenschein. Ich habe warum einen Waffenschein? Wer vom Elegy? Oh, scheiße. Das ist da drinnen in dem Fahrzeug. Wir sind gerade in Hot Pursuit und suchen den Herrn. Scheiße. Ich habe viel zu viele Drohungen dabei. Das ist doch wunderbar. Wo steht es denn? Einfach weiter. Wenn die mich haben wollen, dann muss ich jetzt einfach vorne reinschwingen und wegfahren. Ja, den hat er stehen lassen. Der ist mit seinem billigen Primo vor Ort den viel teureren Elegy gefahren. Hat gesagt, steigen Sie aus mit einer Waffe. Und dann hat er den Primo angelassen und ist dann mit dem Elegy geflüchtet. Wir wollten den mit dem Primo hinterher fahren und wollten den schnappen. Pack, schnell unterm Sitz. Ja. Ja, ja, genau. Immer diese Leute, die mit ihrem Primo andere Autos klauen, ne? Ja, wie jetzt? Haben die den gefunden? Ja, die haben den Primo gefunden. Das ist den Dieb. Der ist wirklich mit dem Elegy zu den Cops gefahren. Und dann hat er gesagt, ich habe einen Elegy bekommen, aber die haben meinen Primo geklaut. Das sind doch die Leute, die eine Million Euro finden, nur das Dollar und das zu dem Polizisten bringen. Ja, er blieb dauert kurz, wir sind in Boycei-Kontrolle, wir sind nämlich mit 120. Aber Johnny Mike, hast du gut geklärt. Ja, natürlich. Schön den Putsch, das ist ein Angesbezell. Sehr gut, sehr gut. Haben Sie jetzt unseren Elegy gefunden? Wir vermissen unseren Elegy. Warum haben wir eigentlich einen Primo geklaut, wenn ich selbst einen besitze? Oh, da ist der, da ist der. Da ist der Dieb. Da ist der Dieb. Da ist der Dieb. Oh, jetzt kriegst du einen aufs Maul. Oh Gott. So, warum klaust du unseren Elegy? Hatte mal. Der zieht sofort einen Taser, Bro. Ja, weil ich weiß, ich bin... Achso, du diskriminierst jetzt Handwerker. Oh, ja, Alter, ich cancel dich. Ich bin Ingenieur vor Bagger-Technik, ich bagger an, verlege Rohr. Wir haben hier drei Leute, die bestätigen können, dass du den Elegy geklaut hast. Und deinen Kack-Primo hast du stehen lassen. Ja. Also. Hätt ich nachher gefahren. Mit dem Schlüssel. Und dann hat er es durchgehend geordnet, bis wir uns geschnappt haben. Das war ein Kicker. Wir hätten jetzt gerne unseren Elegy wieder. Warte, hat er es gerade eingesperrt? Vielleicht hätte der Mann gerne sein Primo wieder. Hat er es gerade eingesperrt? Der kann den ja wieder haben, wir haben den ja nur verfolgt. Dann streckt er aus. Er hat es eingesperrt. Ja. Das ist Freihandsbewerbung. Ja, die können... Die Tür sind zu. Das ist Freihandsbewerbung, nehmen Sie fest. Hä? Das war doch gerade eben noch offen. Er hat den zugemacht, er hat es eingesperrt. Warte, 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 warte. Jetzt, hier. Warte mal, ich ver... Nein. Wir müssen unser Auto wiederholen. Warte mal, du... Wo steht denn jetzt der Elegy? Du klaust eine Karre für 150.000 Dollar? Und dann rennst du zu der Polizei? Wegen 4.000 Dollar Mann? Wir müssen mit dem Herrn zum Psychiater drehen, ganz ehrlich. Ja, wir müssen da einmal drüber reden. Ja, klar. Glück ist hier in der Fahrrad. Jetzt kommen meine Kollegen. Sie haben die Mediziner gemacht. Wer hat denn jetzt die Mediziner gerufen? Guck mal, der Laser. Ich da. Laser. Hey, was geht ab? Der Typ hat vom Pension Elegy geklaut. Was passiert? Ja. Hey, Leute, rausrücken, sofort. Das geht's auch nicht. Dann haben wir seinen Primo genommen und dann hat er die Polizei gerufen. Weiß nicht, warum. Robi? Wir sind eigentlich auf der Suche, um jemanden aufzuschneiden. Wir brauchen irgendeine OP, aber na gut. Ich brauche ein Pflaster. Ich habe mir wehgetan. Hallo? Ah. Da ist gerade ein Labor oben im Norden explodiert. Ja, nicht euch. Ui, ui, ui. Guck mal, mein Finger. Dann gib du mal eins aus. Ah, das ist ja... Kleider keine dabei. Bist du die? Ah, das sieht eher abgeknabbert aus. Das sieht abgeknabbert aus, oh Gott. Hallo, Tanja, guck doch mal hier auf den Finger hoch. Sag ich ganz Primo. Wer hat die denn da reingebissen? Na, ich beiß mir selbst da rein. Ne? Ah, nein. Aber warum? Ja, dann stellen wir ja beide Anzeige wegen Fahrtzug Diebstahl. Jetzt müssen wir noch mal jemanden suchen, den wir operieren können. Ja, aber den Kampf wird er doch verliehen. Ja, das ist echt schlimm. Ja, ich weiß auch nicht. Erz, Erz hat einen Elegy geklaut. Na, egal. Vergessen wir's. Ja, er hat ein Auto von uns entwendet. Das ist deine Karre. Na ja, klar. Ich höre mal schnell die Gegner. Grüße. Und er wollte irgendwas mit den Nummern-Schild machen. So, aber jetzt mach halt Züge. Du Verbrecher. Äh, danke schon. Äh, trotzdem. What? Ja. Von diesem Snitching werde ich den noch beschrafen. Geiles. Ja, smoke. Also wenn sie mir den noch mal haben. Ja, wenn die wechseln. Äh, äh... Da jumpen. Ja, haben sie den. Taktur. Norma. Preissen, ja. Was war Preissen nochmal? Na, anmachen. Auschecken, wo er halt kommt und so. Die Primo war ganz schön zugerichtet, wa? Ähm. Der sah schon so aus. Merkt ihr mal das Nummern-Schild? Wie das? Äh, die hat 30 weh. Äh, die hat 30? So, Jungs, dann. Wir wollen mal Euro sagen. Ähm. Entschuldigung. Ach, da, der hat uns gespürt. Das ist vom Pinsel der LG. Oh, nein. Und mein Auto geglaut. Dein Auto. Ach, die Heimatland. Ja. Und dann... Haben wir das Auto hierin geclaimt, um hinterherzufahren, aber der war so schnell. Der kam rangefahren an den LG, ist ausgestiegen und in Pinsels' Car reingestiegen. Hat aber sein Auto aufgelassen und angelassen. Genau. Weil es halt schnell gehen müsste, hat er ja nicht die Zeit. Genau, der wollte unbedingt den LG fahren, aber warum der jetzt zur Polizei geht, wissen wir auch nicht. Das verstehe ich schon. Vielleicht wollte er sein Auto dazu wiederhaben. Hallo? Und da Johnny meint, der beste Fahrer ist in ganz Los Angeles, ist der gefahren. Okay. Das ist doch gut. Weil der arbeitet ja auch beim Taxi-Unternehmen, ne? Aber momentan wurde er suspendiert. Taxi-Taxi-5 Euro? Genau. Oh, für eine Woche? Ach, die Scheiße. Ja, ja. Das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Das ist mega hart. Ja, weil das Taxi-Taxi-5 Euro ist ein sehr seriöses Unternehmen. Wir haben auch gar nichts mit Cannabis und so zu tun. Vor allem der Jürgen nicht. Dann ist er super. Das ist doch super, Mensch. Ich auch. Nehmen Sie den mal raus. Jetzt ziehen Sie den mal raus. Das ist bestimmt nicht eingetragen. Von wem Ausweis? Von Ihnen. Ja, bitte schön. Wie gesagt, das sind Sie dann vier gegen eins und dann hat Sie die Sache eigentlich quasi schon erledigt. Ja, klauen Sie ernsthaft, dass ich Primo-Clown würde. Oder wenn ich eine G-Klasse habe. Kriegen Sie den Ausweis einmal zurück? Ange. Ja, gucken Sie sich mal in die Karre. Warum sind Sie mit dem Primo-Clown? Warten Sie mal. Ich mach mal Remote Start bei der G-Klasse. Ei, ei, ei. Ich bin schlecht. Ja. Nicht schlecht. Also das ist schon das All. Da haben wir Geld nicht wahrscheinlich. Ja, das Ding ist straight pipe. Ne, wie gesagt, da würde ich euch von der Ausnahme schon entlassen. Wo da LLG steht, wisst ihr ja. Wo denn? Na, der wollte noch irgendwas. Den haben wir in der offenen Verwahrstelle schleppen lassen, weil da lief und offen war. Ja, wie auf der Verwahrstelle? Ja, aber der hat doch irgendwas gerufen aus der Karre, dass der die Nummern im Schilder braucht. Sind da nur Nummern im Schilder dran? Äh, ja. Also nicht zugelassen quasi. Dann hat er die abmontiert. Ein Kennzeichen. Aber wie gesagt, da steht in der offenen Verwahrstelle, da kommt es ja jederzeit ran. Ja, aber das kostet Geld. Oh Gott, da wurde geschossen. Kannst du mir das Geld geben, der Typ? Habt ihr das auch gehört? Ähm, 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 wir, wir werden... Sitzt Kenny schon in der Karre? Ja. Ja, das ist jetzt drinne. Dauert er so lange. Weiß nicht. Kann mir gehen, Pinsel? Okay. Bis gleich. Aber, aber ich muss doch noch... Ich muss doch aus... Wir haben doch sein Nummern-Schild. Wir suchen ihn später. Wir suchen ihn später. Aber wie sollen wir den wieder finden? Aber Piep hat gesagt, da kommen die so runter. Ja, wohin? Nach hierhin. Also hier, wo wir sind? Ja, Piep kommt hier zum Park jetzt. Okay. Er hat gesagt, der braucht nicht lange. Wenn die Kopf abhauen, dann schlagen wir ihn zusammen. Auf jeden Fall. Schlag dir sowas von. Hast du gehört, was der gesagt hat, Johnny Mike? Er hat gesagt, ich stehe mir ab. Deine Haare sind nur gefärbt. Wer hat das gesagt? Na, der Typ, der mir den Primo aufgezogen hat. Alter, du hast gesagt, dass meine Haare nur gefärbt sind? Ist das eine aufs Maul, oder was? Hat er es wirklich gesagt? Nö. Er hat gesagt, dass meine Haare nur gefärbt sind. Übrigens, hier auf dem Dach, hier über uns. Besser komm ich nicht mehr runter. Das nächste Mal. Freundchen. Warum bist du jetzt hier? Meine Helikopter haben mich abgeholt. Wirklich? Das sind fünf Cops, die haben echt nichts zu tun, ne? Ja. Was ist denn jetzt? Wo ist dein Auto jetzt? Auf der Marstelle. Offen. Ja, das steht da wohl einfach noch so rum. Dann gehen wir doch los. Nein, wir warten auf Piepe. Piepe? Auf die Plattpiepe. Jungs, macht los. Ach so, in der Gerserfahrt waren wir noch Piepe. Was für Dalli-Dalli? So, habt ihr einen Scheiß, habt ihr eine Socke geschnüffelt? Was für eine Socke? Ja, ob ihr bescheuert seid. Wieso sollen wir los, Mann? Das ist eine öffentliche Straße, dank der Scheiße. Macht ihr mal los und arbeite. Los, arbeitet weiter. Geht auf Streip, los. Was macht ihr das? Scheiße, los. Geht Verbrechern lang. Traußen sind Verbreche. Scheiße, derzeit, wo ihr hier steht, wurden schon fünf Romis umgebracht. Also, Mertens und Jochen, wir brauchen Hilfe. Scheiße, wir kommen gerade runter zum Schattenpark. Das sind sechs Cops, die wollen uns zusammen prügeln. Scheiße. Ähm, okay, okay, wir kommen. Wir versuchen, das zu klären, aufhänge ich. Wir sind bei Crucial Fix Rados weiter. Crucial Fix Rados weiter. Einfach so Richtung South-West, die Straße. Okay. Klar, beeil euch. Ja, Alter. Ich rieche Gras. Ihr almanischen Wichser. Was ist denn los jetzt hier? Ja, die wollen sagen, hey, das ist ihr Törf hier. Wir sollen uns verpelzen. Dann das Törf Claim. Scheiße, Mann, ich war Krieg. Wir sollen wegfahren. Fahrt ihr doch weg. Fahrt ihr doch weg. Aber ihr müsst arbeiten, wie nicht? Ja, ihr müsst auch arbeiten. Aber hier. Wieso müssen wir arbeiten? Hartz IV. Aber ich hab Urlaub. Die scheiß Karre muss doch irgendwie getankt werden, oder was? Ja, der Juni Mike ist reich. Ja. Das ist ein Gank. Das ist ein Gank. Das ist ein Gank. Grüße. Was sind die denn? Oh, oh mein Gott. Die Kops sagen, wir sollen hier abhauen. Die wollen uns Platzverbot geben auf der Straße. Das ist ein Gehweg. Ja. Oh, scheiße. Das ist nicht mein Platz. Ich wollte hier Platzverbot geben, ihr Idioten. Oh Gott. Oh, heik. Mädchen. Ja, okay, ich versuche das jetzt mal zu klären, okay? Wir rollen euch mal, okay? Komm mal runter von deinem Scheiß-Trip. Du Fixer. Du meinst, du wärst spätig. Ich bin Rocker. Du musst jetzt Metal machen. Der hat schon aufgegeben. Du musst ihm zeigen, wie es Metal geht. Metal! 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 Aufgescheuert. Ah, Metal! Ja, sehr gut. Ja, gewonnen, würde ich sagen. Dass man das finden werden muss. Hört uns, Leute. Bis später. Jo, Pim, du bist der Kratz. So, Leute. Ich hab 2800 Dollar. Du müsstest unbedingt Knarren kaufen. Gleich eine dicke Ballerei. Nein, damit kannst du dir nur eine Knarre leisten. Auf dir Hilfe. Braucht ihr diese Boate? Wir brauchen noch ein paar neue Hänger, ja? Ja. Ich hab meine Hänger. Du hast Hängetitten. Das ist das Einzige. Das stimmt. Was willst du denn, du Schmorpimmel? Schmorpimmel. Scheiße, da kommt unser Chefpinsel. Ich hab eine schwere Krankheit, die nennt sich Schmorpimmel. Ich hab den in der Optikrill gehalten, seitdem tut er weh. Da hilft nur eines in eine schwedische Penispuppe. Ich hab Fieber, ich hab einen Schlag, ich Fieber. Stopp, du Schack. Irgendwie juckt mein Po. Scheiße. Ja, zwischen hilft. Pim, mit wem habt ihr eine Schießerei? Mit den Erzikas. Ach du Scheiße. Der Pinser war schon da. Ja, was geht's aus? Mit den Erzikas? Sind das die, die vor... Jo, der wollte die Farbe kleigen. Ja, sehr gut. Äh, wir fahren dann gleich hin. Jetzt fahren Sie immer mit der Schießerei da. Mit Bikes oder Autos? Äh, nee, mit Autos. Mit Bikes in der Schießerei fahren, ist immer eher unklug. Ja, ja. Okay, wir haben den G-Wagon von Dings, von Juni Mike. Egal, okay, ich würde sagen, zuerst fahren wir euch Kunden mit. Ja, Dingsler. Und dann geht's los. Kann ich noch ein paar? Dr. Chuck, wollen Sie mitmachen? Dr. Chuck, wollen Sie mit? Ich fahre schon mal zu einem ganz täglichen. Ja, nein, noch nicht. Ich brauche keine Kutte, ich bin nur Fahrer. Ist mir schlecht, Kutte. Wie, brauchen wir unbedingt eine Kutte? Ja. Ja, wir haben ja schon gut. Okay. Ja, gut. Los geht's. Bis gleich. Ich habe so weit von Asthma. Warte, warte, Pinsel ist noch ein Strind. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Let's go, Lesetax. Was ist hier los? Was ist hier los? Gib ihm Luft, gib ihm die Sauerstoffpumpe. Ey, wollen wir uns jetzt... Nee. Oh Gott, jetzt heilt die uns schon wieder an. Einmal oben. Alter, es kann doch auch nicht euer Ernst sein. Es kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr mir in meine G-Klasse reinfällt, ihr könnt. Oh, Mann. Wenn die... ...schau. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Du bist ein Zorn. Können Sie bitte das Martin-Torn ausmachen? Danke. Halt den Mund. Brauchen Sie. Mach das wieder an. Da frag ich mich, ob du schon mal gehämmert wurdest. Halt immer bitte hier diese scheiß Martin-Torn auf. Oh, ich kann nicht mehr, Alter. Oh, Mann, Doktor Stark! Oh, schlisse. Ah, scheiß auf meine Dikker. Ah, Doktor Stark! Ich hab mir den Kopf geschenkt. Hinten. 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 Oh, ich kann nicht mehr. Oh, that's a lot of damage. Wo müssen wir jetzt hin, Alter? Keine Ahnung, Klamotten an? Das war doch ein Streifhieb, oder? Ja, ja. Das war ein Schlatter-Durchhieb, Alter. Streifhieb, Streifhieb. Ich brauche Pause. Okay, Spielstopp fahre ich dann. Mach das Dingbild an. Dr. Shark, ich habe mich dreifhieb. Ich brauche... Wie viele cops sind denn unterwegs, Alter? Angst! Einer muss Pieper angerufen. Wir sind auch bestimmt mit den Dermotten an. Ja, ja. Warte, 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 warte. Ich kann nicht mehr. Ich bin so am schritten. Das habe ich denn alle meine Autos noch wussten lassen, diese Rede. Ich kann überhaupt nichts verstehen, Dr. Shark. Schreiben Sie SMS und ich rufe zurück, oder so. Alter, wie viele cops sind ja unterwegs. Ja, Piep, wo seid ihr? Alles gut bei euch? Ich kann nicht mehr, Piep, ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr loslaufen. Ich kann nicht mehr loslaufen. Ich kann nicht mehr loslaufen. Wir sind gerade... Wir sind hier im Klamottenland. Lass bei Southside. Im... Okay, wir kommen ein. Southside Klamottenland. Okay, gleich. Ist gleich. Oh Gott, ich bin so am schritten, Alter. Wo ist der, ja? Na links. Hast du keinen GPS? Das ist, Alter, das ist das Geh-Response-Vehikel. Wie reizt. Ich brauche nur kurze Pause. Ich auch. Oh, scheiße. Ich habe einen Streifheep gekriegt, mit einem Hammer und einen Streifheep. So, wenn wir jetzt mitmachen, bei der Schießerei. Na klar. Ja, ich bin nur Fahrer, ich brauche keine Kutte. Okay, ich brauche. Das wird doch Leute schieben. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht. Ich würde das gerade auf der Fresse auch noch machen. Oh, scheiße. Fieses, wir brauchen dich. Aber cooles Noppet. Dankeschön. Also, wir hatten hier einen Hood-Hailcat, Alter. Sehr geil, alle da. Perfekt, wir sind Full-Team. Wir brauchen nur noch Knarner-Munition. Ich darf einmal da ziehen. Läuft gar nicht. Und ich brauche auch noch eine Waffe. Ganz viel Fahr. Ich habe eine Waffe. Scheiße, haben wir. Oh, du hast eine Waffe? Ja. Hey, gut. Haben wir jetzt noch mehr Hangarounds? Ja, ich bin Fahrer. Gefriese. Ja, Pi, geht das so? Das geht voll fett. Okay. Sehr egal. Sag mal, gibt es hier eigentlich auch... Was kostet der, Mann? Ja, ich habe nur einen. Fuck. Ja, komm mal, was geht ab? Weiß nicht genau, aber auf uns wird geschossen. Von wem? Jetzt gehen wir da rein, als Tickers. Wart ihr so richtig da rein? Ja. Okay. Ich glaube schon, ja. Wir haben vorhin auf uns geschossen. Oh, ich kann nicht mehr. Wieso? Was passiert? Das kann ich gar nicht erklären, was gerade passiert ist. Ob das ziehe ich mal auf meinen Helm auf? Ja, wäre besser, wäre besser. Ich kann nicht erklären, was gerade passiert ist. Ich kann es sein, von ich will das gerne. Ich habe auch einen Helm dabei. Du Scheiße. Du Scheiße. Oh, da kommt nochmal ein Helm. Willkommen nochmal, Chef. Hast du den Helm für Helfer? Warten wir in die Munition, ob wir es euch da anstellen. Guck dir, mein Arm, Mann, da ist ein Streifhebel. Streifhebel. Ja, doch, doch, Schank. Ich habe meine Tür eigentlich geklärt. Hast du gegen eine Piraten gekämpft? Mein Papagei hat sich an einem Maiskorn verschluckt und hat das Schnappatmung. Ich komme mich ein, ich muss schnell kacken. Deswegen musste ich ganz schnell weg. Ja, lass doch einfach laufen. Hier ist doch noch eine, die geht von Wiedelsgrämen. Ja, ich brauchte ja einen Grund, dass ich da nicht, dass ich da nicht weiterbleiben konnte. Ach so, ich dachte, das ist wirklich ein Papagei. Das ist Rasilin, oder was? Das kam sehr glaubwürdig drüber. Ja, ja, ja. Was machen die da? Ich habe meinen Finger eingeklemmt. Oh, Herr Fresspuffer ist auf jeden Fall. Ja, der hat schon was mitgekommen. Und gerade war einer von Baker da, ich wurde ein Pflaster und der hat mir echt ein Pflaster gegeben. Brauchst du Muni? Dankeschön. Ja, aber... Okay, Winsel, könntest du gerade jetzt mal kurz eine reinhauen für die Erstverschlimmerung? Ja, oui. Ja, Bitch. Und noch für eine Munition? Aua. Ja, ich. Eine Kotte, wer hat die Kotte? Ich gehe im Garten. Der hat mir vorm Heim geboxt. Genau, also wenn auch... Ja, genau. Manchmal braucht es eine Erstverschlimmerung. Bitte schön. Danke. Ja, Fink. Sehen Sie, Dr. Chunk, deshalb kann ich nicht im Dienst kommen. Ich habe andere Sachen zu tun. Ich habe schon gemerkt, der hat eine Schießerei verabredet. Nein, das ist doch nicht Spaß, oder? Bordschießen. Ach so, ja. Ja, unser Press wird da schon machen. Ja, ja. Gut, die Frau auch. Es sind ziemlich viele Arztdäckers da. Das könnte interessant werden. Ja. Ja, okay. Sind Sie in der Nähe, falls was passiert? Ich wollte die auch alle eilen für die fairen Chancen, aber das Baker ist schon dort. Das ist gut. Ich hoffe, dass unser Press weiß, was er tut. Er weiß immer, was er tut. Na, ich glaube, Peep ist unser Press, oder? Ja, Peep ist unser Press. Lenkrad Piep ist unser Press. Lenkrad Piep. Ja, Mann, Lenkrad Piep. Ich ziehe mir auch nochmal eben die Kutte an und so. Wie cool ist das, bitte? Ihr suckt mich vor allem. Oh, ich brauche eine Pause. Wieso haben wir mehr Hänger als Member hier gerade? Ja. Sag dir, wir übernehmen bald den Bums. Das heißt, Siggi, du vor allem am allerwenigsten, Mann. Was ist denn ein Hänger? Das ist ein Hängerball. Jemand, der sich den Patch am Rücken noch verdienen muss, Dr. Chuck. Genau, jemand, der Bike putzt und so was. Genau, noch dürfen wir nur Prospekte verteilen. Ja, ja. Aber wir sind Prospekt. Das müsste ja Prospekt sein. Ja, wir sind Hänger. Ich hätte gar noch ein neues Kaufland-Prospekt. Wie, ich bin kein Prospekt? Nee, Prospekt-Kunden sind lila. Ja, dann spiel ich nicht mit. Warte. Ich kriege jetzt meinen Patch oder ich gehe nach Hause. Ja, warte mal. Wenn es gut läuft, kriegst du deinen Patch. Okay. Hey, wann kriege ich denn meinen Patch? Wenn du aufhörst vom Bike zu fallen dreimal die Stunde. Wenn du 40.000 auf den Tisch gelegt hast. Ja, und das. Und warum haben die auf euch geschossen? Ja, weil es Wichser sind. Dr. Chuck meinte, geil, das sind echt viele, ne? Ja, ich habe gehört, die sind immer Full-Team. Wir müssen da eigentlich vorsichtig sein. Die haben ein Viech-Restaurant. Äh, haben die? Oh Gott. Ja. Ich dachte, die haben Tacco-Laden. Ist doch das gleiche. Tacco oder Viech. Tacco, wie Viech gibt es? Ja, klar. Möchte von euch Gelee-Bananen jemand? Ich habe noch welche dabei. Nee. Was? Was für ein Ding? Gelee-Bananen. 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 Das ist widerlich. Ja, gerne. Nee, das habe ich nicht gegessen. Sexe, vielen lieben Dank für den Wii-Sub im 11. Und Choddy, danke schön für den Prime im 39. Machst du langsam. Und Seriously, danke schön für den Wii-Sub im 18. 18 Monate nur klar. Und Ali, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 12. Kuss zurück. Ich bin nur noch warm, Alter. Ja, deswegen hast du auch einen Helm auf. Das ist klug. Ich dachte, ich dachte, es wäre ein Goldfisch gelassen. Und wie das ausschaut. Na, was willst du denn, Alter? Der ist von meinem Opa. Der ist gestorben. Jetzt kriegt Bob. Was ist denn das Super Bowl? Ach, genau. Der hat beim Super Bowl mitgespielt. Ja. Der war die Super Bowl. Kannst du da drin eine Hotbox machen, Mann? Okay. Geht's los, oder was? Okay, Press. Was müssen wir tun, Mann? Was müssen wir tun, Press? Ich habe die Info bekommen, dass das echt viele sind. Ja, wir auch. Scheiße, wir sind echt viele. Sehr geil, und wir haben einen Heiler dabei. Ja, we. Ich bin Volk, Mann. Ich bin Volk, Mann. Was seid ihr? Ihr seid die Barbaren, oder was? Wir sind die Trolls. Ja, die Trolls. Ja, das smackt man überhaupt nicht. Ich bin Tank, Mann. Ich bin Paladin. Ja, ich bin D-Day. Und ich bin eine Valkyre. Oh. Er hat das Spiel nicht gespielt, er schenkt es nicht. Ja, ja. Ich glaube, ich ziehe mir besser meinen Helm auf. Ich habe nur Cock gespielt. Oh, ja, ist auch gut. Wollt ihr nicht lieber eine LAN-Party? Ja, Pinsfield. Er ist ihm Fahrrad hergekommen. Dr. Chuck, Sie müssen endlich mal lauter sprechen. Sie waren andauernd überrascht. Das ist quasi eine LAN-Party, aber in ERL, sage ich dir. Jetzt ziehen Sie sich einen Helm aus. Ja, das ist eine ERL-Lan-Party. Ja. Pizzare. Was? Pizzare. Oh Gott. Was, Pizzare? War das jetzt gerade mit Euphorie gesprochen? Das war sehr unvorragend. Hey, bezeichn dir mal richtig. Wie man sich über Pizza folgt. Haben wir nicht fünf Minuten Schießerei oder so? Sollten wir nicht losfahren? Haben Sie bitte los? Ja, ja, wir warten kurz auf Pizzare, dann geht's los. Ich habe schon angerufen. Wir haben drei Minuten Schießerei, Mann. Behalte euch jetzt. Ja, okay. Alles gut, ich habe angerufen. Wie läuft das? Schlecken wir aus? Sonst scheppern die richtig um? Oder wie ist das für die Combat um? Halt mir mal kurz zu, okay? Wir müssen eine kurze Ansprache machen. Warten wir jetzt bei denen auf uns? Wir warten auf Pizzare, bis wir die Ansprache machen. Okay, ich gehe nochmal pinkeln. Ich glaube, die meinen da ernst, Alter. Ich bin schon mal vorraus. Wann gehen wir denn Muni kaufen? Ich brauche auch Muni, Mann. Wir haben doch keine Muni. Wir haben eben gerade gesagt, wer Muni braucht, geht zu Mavon. Was macht ihr? Steht hier um die letzten Idioten. Hab ich nicht gehört. Hat irgendjemand noch ein Scheperbrett von euch? Ich habe nur so ein kleines Ding. Ja, ich habe ein Scheperbrett. Weißt du, so ein kleines Ding reicht vollkommen für diese Loser. Unämlich. Das ist der maximale Disrespect. Eine 50er oder eine KLUK wäre jetzt auch gerade gar nicht mehr so verkehrt. Eine Panzerfahrt. Also ihr wollt da wirklich einfach aussteigen und auf die schießen? Ja, die werden voll weggeschleppert. Achso, die warten auf uns. Das ist abgesprochene Bretterei. Ja, aber die haben... Die schießen nicht schon während wir im Auto sitzen. Also wollt ihr einfach... Sollen wir nicht ein bisschen taktischer vorgehen? Ich kenne das Gebiet. Sehr gut. Ein paar müssen von hinten pushen, ein paar müssen auf die Dächer, Mann. Da ist die Dächer. Die Dächer sind wahrscheinlich schon. Ich kann ja ablenken und wisst ihr wie. Ich mache einfach euch, Leute, meine Glocke und sage, freie Bier. Die sind wahrscheinlich auf dem Dächer, ne? Das sind doch keine dummen Stückchen wie wir, Mann. Das ist kein MC, Mann. Sind die ernst, aber auf dem Dächern? Ja, safe call. Stimmt. Dann komme ich halt so hier. Weißt du, was ist auch ein guter Tag, Diggis Press? Was, ja? Dass wir ernst sagen, wir wollen reden und wenn die alle auf einem Fleck sind, wir dann anfangen zu schießen. Die sind schon vorbereitet. Sobald wir anfangen, geht's los. Ich will nicht sterben. Warte mal, wir fahren zu denen und dann schießen wir in die Schießerei. Das ist doch voll dumm. Das ist richtig dumm. Wir steigen davor aus. Warte mal, hätten wir uns auf einen neutralen Boden treffen müssen, Mann? Ja, theoretisch, wo keine Dächer sind, am besten. Ey, wer sind Ballers? Auf dem Feld, Alter. Wir treffen uns bei den Ballers. Ein bisschen Deckung sollte da ja auch schon sein. Ja, ruft die Mangen. Wir sollen einen neutralen Boden aussuchen. Äh, Rennschuh. Das alte Rennschuh. In der Macebank-Arener. Ach, scheiß drauf, Leute. Ich sag's euch. Wir machen das so oder so. Wir treffen uns beim Theater mit denen, Mann. Nein, in der Macebank-Arener. Warte, wir machen das bei denen. Sagen wir so, das ist noch größerer Disperspekt. Damit die wegsteppern, meinst du? Hi. Hallo. Pindel. Ach, ist er. Pindel. Was ist denn, wir brauchen den Junge? Ja, der hat einen kleinen Zinschnur, das dauert ein bisschen. Ach so, warte mal. Da kommt immer nur Tropfen, wir tropfen wie eine Kaffeemaschine. Ah. Wenn wir jetzt noch Munition brauchen, Meph is hier. Ja. Wo? Na hier. Wo ist unser Healer hin, Mann? Ja. Ich brauch einmal Munition. Ja, jetzt geh ich auch pinkeln. Ja, komm mal ein Stück beiseite. Hast du keinen der Battle-Res eigentlich? Oh, das. Ich muss auch pinkeln. Ich ahne sehr, ich ahne was sehr böses, Shit. Das ist auf K. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Sie schätzen sich halt auf Kickbasis. Das ist aber ein bisschen... Was ist hier los? Warum schießt ihr? Ja. Ich verstehe das nicht. Und wenn habt ihr geschossen? Die haben auf uns geschossen. Was ist passiert? Steck einfach rein. Pfeif auf, pfeif auf. Ja, wir müssen hier weg. Oh Gott, ich schieße schon wieder. Es geht weiter. Johnny Mike, fahr mich weg hier. Wo sind die? Pass auf. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich hab keine Ahnung. Nicht da hinfahren. Ich hab einen Johnny Mike. Hä? Nicht wegfahren. Wir gucken nur, wo die sind. Oh Gott, ja... Oh Gott, das... Johnny Mike, kannst du bitte hinter einen kleinen Land fahren? Das ist ja sehr nett. Ja, ich hab einen Platten reif. Ich muss jetzt erstmal meinen... Ja, aber drei ganze. Genau, kannst du bitte da hinfahren? Hinter dem Kleidungswagen. Weiß schon, dass wir gerade in einer sehr schlimmen Situation sind, ja? Hinter dem Kleidungswagen. Ja, genau. Wir brauchen eine Deckung. Guck dich. Ja, ja, ich mach die Differentialsperre rein, da geht doch schön. Kannst du stehen bleiben? Ja, ja, klar. Danke. Die haben jetzt auch offiziell auf mich geschossen. Jetzt ist persönlich. Ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Pass auf, wir haben jetzt geschossen. Alter, hier haben gerade Leute vorbeigeschossen. Servus. Alter, da trifft man sich auf dem Dach, so wie ihr macht. Oh, die Cops kommen. Egal. Wer hat ihn da rumgeschossen? Was hast du zu tönen? Hä? Ja? Ich hab absolut keine Ahnung, was hier passiert, Chat. Lebt er noch, hallo? Ich leb noch. Den habt ihr gefessert? Die haben uns einfach auf uns geschossen, die auch. Hä? Ich bin auch seltener. Sollen wir die wegmachen? Hä? Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht, was du meinst. Was denn hier passiert? Ähm. Ruf mich mal an, wenn du hier fertig bist, bitte. Wenn ich überlebe, ja. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Wir machen die weg. Weil wir sind seltener. Kenny, weißt du, was hier abgeht? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie hat gerade irgendjemand gerufen, das waren gar nicht die, die auf uns geschossen haben. Hä? Pencil auf uns wird gerade geschossen. Ich hab's gehört. Bist du unten? Ähm. Ah, war irgendwie, war das, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das war. Ja, die sind alle vom Kleinladen. Wo bist du? Na, auf dem Dach mit Kenny. Wir sind doch keine Anfänger. Okay, ich komm hoch. Okay. Aber was haben die Ballers hier oben gemacht? Na, die haben zugeguckt. Ach so. Ja, Press. Wo bist du? Wollen wir losgehen? Ich hab hier mit Kenny Highground geholt. Jo, 5-0, Mann, 5-0. 5-0, 5-0, 5-0. Oh, scheiße. Wir haben unsere Kranesplatte, Pepe. Wir haben Platten. Wir holen noch ein drittes Auto, alles gut. Okay. Mann, scheiße, wir waren drei frei. Jo, warte, haben die Ballers auf uns geschossen? Nein, das war ein anderer. Enze, bist du es? Ja? Ich hab absolut keine Ahnung, was hier abgeht. Ich war, ich hab fast gekotzt in der Unkleinung. Ich war pinkeln und auf einmal wohl draußen geschossen. Ja, es kam ein Auto, hat Drive-Buy gemacht. Mir ging's wirklich grad so schlecht. Ich musste so lachen. Hat das einfach ein Drive-Buy gemacht? Hä? Oh. Die haben gesagt, es ist ein schwarzer Revolter. Kann natürlich jeder sein. Aber ich hab heut schon einen gesehen. Nein. Oh, mein Rücken tut mir. Ich kann nicht aufstehen. Warte. Ist Joddy nicht vorhin eingesteigt bei einem? Weiß nicht. Doch, das war bei einem eingesteigt vorhin, wenn ich mich gequatscht hab. Was? Fangen die telefonieren? Warum? Kann nicht aufstehen. Wofür mein Handy klebt. Oh Gott. Äh, mach ne Rolle. Nein. Oh, jetzt. Oder? Ja, du stehst. Neee. Oh du Gott. Bin jetzt sowas wie quasi Modu. Ach, scheiße. Mein scheiß Kopf. Bruder, ich kann genix machen. Alltag. Für mich funktioniert gar nichts. Ja, nimmt ruhig den Gepäckchen klar. Bisse, Mann. Aha. Oh. 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 Ich kann mich gebissen. Ich glaub ich geh, ähm. Oh Gott. Hilfe. Hallo? Oh. Mir geht's wieder gut. Doch nicht oder hallo? Keine? Hallo? Das ist Server ist nicht down. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ganz und gar nicht, Junge. Ja, das ist ja auch ein super weirder Tag heute, Alter. Ich hab absolut keine Ahnung, was hier los ist. Nee, Team Spring ist nicht down. Aber ich bin halt auch nicht mehr im Voice. Ja, was willst du machen? Dann können wir wenigstens kurz fünf Minuten chillen, Alter. Das ist mir auch... Ey. Wie willst du denn mit solchen Leuten mithalten? Ich dachte schon, bei uns ist das unstrukturiert. Junge, die holen einfach irgendwelche Randoms von der Straße und treffen sich zum... Zum Gambo, Alter. So auf Kick. Das ist irgendwie super seltsam. Ich weiß noch nicht, ob ich da mitmachen soll. Aber kann ja sein, dass das auch nicht stimmt, was die sagen. Ich hab grad links einer weggeflogen. Ich hab grad links einer weggeflogen. Ja. Hm. Was kann ich dir nicht sagen, Neid, Leid? Warum werden die denn alle gezogen, aber ich nicht? Okay. Ich schließe das auch noch. Bringt ja nix, ne? Bringt ja nix. Warten wir kurz neu. Wie cool ist das bitte? Danke schön für den Prime-Summer im dritten mit Keiko-Stanze. Danke schön. Boah, Junge, Junge, Junge. Dankeschön, Chat. Hier funktioniert irgendwie nix mehr. Dankeschön, Dankeschön. Boah, ich darf nicht krank werden, Alter. Pichfilet? Machst du auch alles put? Ich hab damit nix zu tun. Ich kann da nix für. Okay. Hallo? Meiner? Ja, ich bin hier. Ach, okay. Kamst du da vom Dach, oder? Ja, ich kam vom Dach. Oh, noch einer. Was hat da geklatscht? Ey, Pat, ist auch dabei. Super abgeroll. Ähm, Pete, noch jemand? Maeve ist noch, oder? Maeve? Ich weiß nicht, ihr habt ja alle Reste von der Straße aufgesammelt, Mann. Ja, klar, wir machen Hotbox. Wir sind jetzt Rocker. Du Wannsohn. Ich bin nur Fahrer. Ich bin Rocker, ich darf das sagen. Das stimmt. Ja, wollen wir loslegen, oder was? Ja, wo ist denn jetzt Maeve? Wird jetzt gescheppert, oder wird nicht gescheppert, Mann? Ich will da nicht mit... Nur Recall, danke, für du bist am 7. Oh, doch, wir biegen Feuer ab. Guck mal, J.M. an mit seinem Helm. Leute, wo ist denn jetzt Maeve? Ja, wie findest du, meine? Ja, macht ihr euch über Johnny Mike lustig, ihr Panner? Ja, ein bisschen, ja. Hey, der ist voll Premium. Was heißt, Moment? J.M., guck mal, was ich hier habe, J.M. Was ist das? Das ist ne Glock. Gott, ich will... Hast du ne Glock? Hast du ne Knarre? Der Glockner von Notre Dame, Mann. Okay, selbst. Der hat ne Glock? Ich hab ne Glock, Mann. Zeig mal! Ich hab eigentlich nur deinen Mittelfinger gesehen, aber ja, klar. Ja, muss mal aussteigen. Muss mal aussteigen. Achso, ja, ja. Guck die scheiß Kache mal an, Alter. Jau, zeig deine Glock. Hier, Mann, guck. Oh, fuck! Jau, gib die Glock her, du Wichser! Gib die Glock her, Mann. Gib die Glock her! Hey! Wir brauchen die für unser Mutortclub. Gib die Glock her! Ey, Piel, wir haben einen Deal mit dem Wizardclub. Warte mal, ey, da kann ich nicht schüren, das ist der Hänger. Ja, das stimmt, das ist. Los, gib die Glock her! Gib die Glock her, du Wichser! Gib die Glock her! Sonst gibt's was auf die Glocken, du Panner. Okay, okay, wem soll ich die Glock geben? Gib die irgendeinem hier. Ja, Johnny Mike. Das ist ne Stände an dem Motorradclub. Nee, dem Johnny Mike. Gib die dem Hänger hier. Gib dem Johnny Mike die. Gib jedem außer Johnny Mike. Gib dem Johnny Mike die nicht. Johnny Mike, gib die Glock her, Mann. Gib die Glock her, Johnny Mike. Johnny Mike, gib die Glock her. Johnny Mike, gib die Glock her. Was passiert hier gerade? Ich brauch die, ich geb die euch danach. Nee, Johnny Mike, gib die Glock her, Mann. Gib die Glock her, Mann. Gib die Glock her, du Wichser. Glock her, John Mike. Bin ich gut aus? Ja, wer willst du denn jetzt haben? Ich? Ja, hier, hier. Ja. Hier, hier, hier. Hier. Mach die Augen so'n Schmeiß. Ey, Piep, sag denen mal was, Mann. Ich wollte euch helfen gerade. Was soll denn das? Wer auch immer die jetzt bekommen hat. Du wolltest vongucken, das wissen wir beide. Wer hat die Glock, Mann. 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 Der im Hemd hat die Glock. Wer hat die Glock. Ich hab die Glock. Ich habe die auch nicht. Schieben mich beim Lekt. Ich glaub, der mit dem Hemd hat die aufgefangen, Mann. Der hat die Glock. Gib die Knarre her. Oh ja. So, alle mit den Händen hoch an die Wand. Der Hänger spricht, ihr Wichser. Oh, da kommt der Rest, da kommt der Rest. Los geht's, los geht's. Gib die Glock zurück. Der bekommt Ärger von Sandro. Gib mal die Glock zurück, derjenige, der die Glock hat. Der bekommt voll Ärger. Ich glaub, er hat die Glock. Hast du die Glock, ja? Hat der Hingo die Glock wieder? Hast du die Glock wieder? Was sind wir überhaupt hin? Hat er die Glock wieder, ja. Ja, er hat die Glock wieder. Los geht's. Oh, mein Körper ist schon wieder so ganz komisch. Ja, mein auch. Das war schon wieder ganz wabberig. Schmorpimmel. Das kam von so viel Lachen. Was macht so hoch? Warum Schmorpimmel, weil ich das heißt, Rostpimmel, Alter. Schmorpimmel. Schmorpimmel ist es. Das ist wie Schmorbraten, nur kleiner. Geil. Mach doch mal die Karre auf. Mach doch mal die Karre auf. Ich sag, die Schießerei rei, ich wird gut auf jeden Fall. Das dauert ein bisschen, bis der Diesel am Motor ankommt. Oh, der Motor. Wieder aus. Sind alle drinnen? Ja. Oh Gott, das geht... Das müssen wir denn machen. Also, der Presser hat gerade gemeint, die fahren da hin und schießen. Sofort, die wissen Bescheid. Die haben sich quasi getroffen. Was? Ja, bitte, fragen mich nicht. Ich weiß nicht mal, warum wir hier drin sitzen. Ist die besser? Ja. Johnny Mike, fahr nicht sofort da rein. Du musst uns an einer guten Posey rauslassen, okay? Ja, wie heißen die, wenn du die... Aztekas. Ja, ja, aber die hat die... Bei der Polizei, die nennen die doch immer anders. Johnny Mike, du musst lauter sprechen und uns zuhören jetzt. Legg auf jetzt. Ja, ja, nee, da kannst du mir eine bestellen, dann geht's doch. Der ist am Telefon. Ja, ja, hab ich. Du bist jetzt aber wieder, oder? Pinkeln, Swip. Ja, ja, klar. Was? Du musst kurz pinkeln. Oh Gott, Alter. Ja, klar. Ihr kommt niemals an. In Moment, Leute. Johnny Mike. Johnny Mike. Johnny Mike. Ja, aber was ist der? Du darfst nicht sofort da reinfahren. Ja, ja, mach ich auch nicht. Ich fahr erst mal zum Rüben. Wir diggern die weg, Mann. Ich bin rocker. Wie oft fahren die andere dann? Danach holen wir uns den Rest. Penze, warum sitzen wir hier in der Car und fahren da mit? Weil wir einen Drive-By machen, oder? Nein, die wollen da reinrennen. Richtig, wir rennen da rein. Bitte keine Musik, Dankeschön. Das ist ein neuer Hangaround, Mann. Bitte keine Musik. Aber das ist richtig... Das ist Richard Wagner, der ist schon lang. Immer nur so vier Sekunden, das ist okay. Ja, das ist okay. Das ist okay. Ich hab aus. Aus. Ja, ja. Du bist ein richtig kleiner Sambo. Ich will nicht sterben. Ich habe es nur in Kauf in der Eichbeschüsse gesehen. Wir überleben das. Weißt du, wieso? Ich vertraue dir, Press. Wir kennen uns schon so lange. Komm, wir machen eine kurze Ansprache hier. Komm, steh, steh aus. Steh Köpfe zusammen, steh Köpfe zusammen. Oh Gott, ich kann bestimmt nie wieder einsteigen. Okay. Einmal unserem Song abspielen. Nein, nein, kein Song abschieben. Nein, kein Song abschieben. In unseren. Okay, passt auf. Also, heute haben wir uns hier versammelt, um Brettchen zu verteilen. Brettchen-Marmel-Tür. Das ist der letzte liegt, und das wollen wir alle anstehen mit einem kräftigen. Per Kip, also Play. Per Play. Per Play. Per Play. Per Play. Per Play. Okay, sehr gut. Per Play. Das ist sowas von drüber, wir bekommen alle Ärger. Ich sitz rechts. Wir bekommen alle Ärger von Roy. Komm auf meinen Schoß. Okay. Ja, aber Roy L, der ist doch gerade eh, der nimmt seine Blutdrucksenker zurzeit nicht. Scheiße. Komm, quetsch du nicht. Ich sitz rechts. Ich muss rechts pushen. Ich kann die nicht, Maus. Ich weiß nur, dass die einen Fichtladen haben. Links wird mir mal angeschossen, dann muss ich mal rechts einsteigen. Ja, längst ist Tupac gestorben. Wer pusht mit mir auch lang, Mann? Oh Gott. Kommt drauf an, wie die Flash fliegt, du Wichser. Ich geb dir, ich geb dir ne Super Flash, ich geb dir ne Super Flash, Mann. Kein Problem. Scheiße, Banane, Banane, ey. Ich muss jetzt überhaupt reden. Scheiße, wir brauchen Bananen. Ich bin Globalos Editors. Wir haben da Ding, das ist ein sicherer Ding. Wir haben, wir haben da Ding. Wenn er ein Brett gibt, muss er rufen. Hat ein Ding, hat ein Ding. Ich sag dir, das ist richtig praktisch hier alles. Ist mein Auge dahin? Bereit! Ja. Ach, ruh. Ich hoffe es. Junge. Dann ist mein Team. Wir schieben an. Oh Gott, das wird so schlimm jetzt. Könnis, falls ich sterbe, ich hab dich geliebt. Wir sterben nicht, Penze. Wenn du Johnny Mike jetzt nicht verkackt, sterben wir nicht. Johnny Mike wird verkackt, der Verkäufer. Verkäufer. Der Dealer. Achtet auf die Dächer. Oh Scheiße, stimme hier im Highground. Duckt euch, duckt euch einfach. Einfach ducken. Ja, einfach ducken im Auto. Da vorne steht schon einer. Lass mich hier raus. Mich auch, der Dächer. Lass mich hier raus. Ach. Du willst hinten sitzen gleich. Auf geht's! Geh mir aufs Dach. Ich auch hoch. Geben wir voll auf Fremdchen oder was? Gerdus, ich hab deinen Rücken. Hände hoch! Hey, du! Hände hoch! Nimm die Hände hoch! Ich bin alt! Hände hoch! So? Ja. Scheiße, was machen wir hier? Wo sind die? Sind die kackt! Wo sind die? Die Kops kommen! Da unten ist einer! Aua, aua! Schnapp weg mit Rolle! Links, links, links! Oh Gott, der hat Brettchen bekommen! Was ist denn das für ein Rücken? Hab einen! Das ist noch einer! Hab noch einen! Oh mein Gott! Die Maschine! Was sind das denn für welche? Wieder hoch! Oh mein Gott! Oh mein Gott, du bist ein Genie! Oh! Wo ist die Braulen? Die Frau ist weg! Egal! Bist du weg? Scheiße, das Kugelsicher hier! Aber wenn es dir wiederkommt, oder was? Da unten läuft nur einer! Ich darf einfach sitzen, ja? Sauberpinser! Nachladen! Ich muss nachladen! Hätte ich die drei gemacht! Deck mich! Ich brauche Deckung! Bleib am Boden! Ich brauche Deckung! Die Kops sind da! Wir sollten abhauen, oder? Ich glaube, wir haben die besiegt! Ja, ich glaube, wir haben die komplett gebrettert! Wir haben die komplett weggebrettert, Mann! Okay, wir müssen die echt weg! Er schießt nach! Weiß ich nicht! Die Kops sehen uns, Mann! Ja, wir müssen back ins Wasser! Könnt ihr schwimmen? Ich hoffe, wir können schwimmen! Ja! Ja, und können wir runter! Hier liegt auch jemand! Hände hoch! Du willst nicht wirklich auf mich schießen! Hallo, Dr. Chuck! Ich habe eine Riesenschießerei! Aua! Da geht's nicht, Dekko! Oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, wo ich hier reingeraten bin, Dr. Chuck! Ich weiß nicht, wo ich hier reingeraten bin! Die liegen da her! Da sind die weg! Ja! Geil! Ei, was mir los! okay ich hab mich abgerollt ich bin ich war gerade bei dr chanc war für ablegen ich bin ich sonst wäre ich gerade weg ist nicht weg ich weiß nicht wo ich ich bin nie von gehört da kann das aus dem bückel hätte ich nicht okay vorne tvs jedoch nicht den kollegen wir darauf traurig aus wie sie da liegen ich will nicht erschossen werden nicht mehr zu passen der paper und der paper im pinsel und kann die mich genommen hat gesagt kommen wir gehen zum strand und dann fangen wir an um zu ballern ich habe ja jetzt den sie mal auf hier stehen sie mal auf der reise wirklich da kommen jetzt noch kollegen das wird nur noch ein bisschen schwierig okay dann bleiben sie liegen entspannen noch eine runde ja der steht da vorne haben wir schon gesehen sehr schön da vorne über rechts rollen mein körper ist so schwer ich helfe einfach wenn du bereit bist ich glaube ich wurde in den beinen geschossen ich bin leider keine art soll ich dich zu chuck bringen ja bitte okay komm mal her die arme das kriegen wir hin vor allem wird doch gerollt und gebe da vielleicht doch eine hinter uns wird gerollt ich habe auf niemanden geschossen und schwöre ja erst mal behandeln wir dich das geht ja vor sondern bin ich der letzte der hier lebt wo sind die denn alle rechts rechts ist chuck dann gehen wir dahin geht es euch gut wer hat gewonnen man ja aber ich habe den highscore warte mal ich dachte du hast nicht geschossen nein habe ich auch nicht sicher dr chark ja dann setze ich ja genau nein ich gehe da vorne ja dann ich bleibe hier geht es euch so weit alle gut soll ich einen arzt holen ich bin arzt ich muss mich aber erstmal selber gucken ich muss die kutte nehmen ich verbote sonst du bist krank also wirklich man geht nicht auf kutte habe ich gehört ich habe es gerade zu rasch geschafft ich hatte kopf am arsch ich muss auflegen ich bin prezise hier mach ich mal meiner 50er komm zurück komm zurück ist die noch warm sie ist noch warm auf wen hast du geschossen weiß nicht ich bin über rechts gerollt ne wer im bild war der war ne war orange oder pinke fleck was gibt es so ehrgeiz ist mir egal gewesen ne ohne Rücksicht auf der Lust einfach alles was auf der Lust drauf gehalten genau jetzt nicht mehr ist alles zerfleddert ne du wichser hast du auf jemanden von uns geschossen weiß ich nicht aber fick dich sag ich dir fick dich du wichser was ist das denn jetzt für ein Vogel gewesen einfach mal umrollen ne egal nicht meine Abteilung hab dir ein T-Shirt ich muss nur Dings aber mir ging alles in den Helm okay ja dann kann ich ja direkt zum nächsten gehen wo du den trägst da ist es wirklich Glück gehabt sag ich dir wo wurde ich getrafft ja ja das war wie ne ordentliche Kopfnuss sag ich dir nur in Ordnung Scheiße die Kugel hat ganz knapp deinen Pips verpasst oh Gott oh Gott jetzt kommt man hier für die Kopfschmerzen danach ah danke man okay ich nehm deinen Schnürfeltuch ich mach da mal die Dings bis Dr.Chuck kommt du musst Waker ist der eigentlich hingelaufen? ja der liegt da in der Straße hier rechts Dr.Chuck wurde nicht getroffen den hab ich geschützt ja der versorgte Leute hey gehts euch gut? ja ja geht schon brauchst du irgendwas? ne du hast Glück gehabt hinter dir war ein richtig krasser Killer der hat dich fast getroffen hinter mir? ja Roman hab ich genau gesehen ach so gut gut aber die braucht nix ja? ne ne alle nicht so unter Kontrolle hier ja schon ich hoffe dass die halt ein Mentor hier bei den ganz Kriminalen hm hm oh Gott oh Gott schreib mich auf du kommst durch ich weiß das geht noch weiter wir wollen doch nur zum Strand ich muss überleben wir sind noch weiter geschossen wo wo ich muss da hin ich muss da hin ach wir haben doch alles unter Kontrolle hier fahren sie ruhig aber der Herr ich muss doch ihre Zeugenaussage aufnehmen ich hab nix gesehen ich hab nix gesehen ich hab nix gesehen ich hab nen Helm auf das ist nicht meine Abteilung ne? verweigere dann können sie eh keine aufnehmen jetzt fahren sie und geben sie brettchen ja mein im Namen der Rocker wir alle Rocker Metal 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 Aua ach Schmerzen aua ich kann nicht so metal ich habe den pips eingepackt das gehört das war krank hier das war völlig krank ich habe die so wegrasiert ich wurde getroffen oh gott ich habe die so kundlos weggemacht den habe ich weggemacht ich habe da noch zwei andere gekriegt und dann kam von und von links gepusht man habe ich keine chance gehabt weil die kam von rechts naja und ein vollen helms reich voll in helm und bleibt das banker ja doch ist da vorne noch also ich gehe jetzt mal kurz da gucken in der zeit könnt ihr ja schon mal euch irgendwie aufrecht hinsetzen falls möglich ist und da fahren sie bitte weiter sonst gehe ich auf reifen hier das geht nämlich so nicht kannst du auch sofort leistens die kontinente pro gelände das ist mir latin oder der papst drin sitzt also wenn ich jetzt mein abzeichen nicht bekommen ist aber ja du musst du kannst du nicht den verletzten zum mülleimer schicken du warte ne meile auch du musst zurück du musst zurückkommen oh gott da wollte einer flüchten ich habe ihr leben gerettet du hast mein leben gerettet ja ich habe sie beschützt ich habe auch ihr leben gerettet ok ok seid ihr schon versorgt kommt es wurde in nova schenkel eingeschossen ich habe die blutung schon gestellte mit meiner kutte und ich fürchte das war ein missverständnis da wurde noch niemand alarmiert ich hole mal verstärkung ok und der präsident piep der wut fast am pips getroffen ich habe fast aber nur die haben dem verfehlt wir fahren sie mit ihrem gangster mobil bitte einmal weiter haben wir jetzt schon wieder gangster mobil ja wir wollte er immer höchstverdächtig warum jetzt direkt abgestempelt ja ich bin ja auch officer schubladen denken deswegen was kann ich und warum die haben recht okay dann lasst mich kurz mal abgestellt wenn ich hier bin ich bin ja nicht zu lassen mich doch mal ich schaffe ich habe schon noch ein komm doch mit kümmern sich lieber um die andere gehen die wurde richtig zerfetzt ich weiß noch nicht gesehen klicken ja die liegen alle auf dem dach aber ich ist das komplett krank und warten ja auf dem dach wir waren nicht auf dem dach wir wollten nur zum strand bis den ball ja ich kann bestätigen wir wollen im nord ach wir sind voll gehoben doch haben sie noch was bei dann kann ich helfen ich muss rumpeln oder kommen jetzt sollten sie dann kommen was machst du hier ich bin söldner dafür bezahlt genau ich bin hänger und ich habe ein karten bier dafür bekommen ja und die haben zu mir gesagt die kutte an du wichser ja also könnte es wenn wir dem mehr geld geben dann bist du nix auf unserer seite oder was warum denn ach weil hier geschießerei war bitte was kann ich dafür kann ich dafür ja aber da wollte ich rein da muss ich hin also ich kann so viel also ich habe hier gerade jenen verbunden oder abgebunden sehr gute arbeit und ich soll jetzt gesucht werden hast du schlechte laune mann ja wenn du schlechte launen hast verpiss dich direkt ja seh ich auch so die schlechte laune ist gleich vorbei haudi hallo jungs ich habe alles getan für euch ja nächstes mal lass ich euch einfach liegen gehts euch hier dr chack hat uns schon geholfen ok er muss mit er muss mit er muss mit er muss mit ich wurde im oberschenkel getroffen ich weiß nicht ob die kugel noch steckt du kommst mit piep er wohnt nähe seines pips getroffen ja du kommst auch mit und du mit dem bei dem ging alles in den helm rein ja der hat glück der kann hier bleiben ja ach so aber ein schwein gehabt ja ja und wir reden nicht von seinen englern lass doch hier noch helfen ok aber was mit der polizei die brauchen unsere aussagen die sind nicht verletzt das ist nicht mein problem so piep lass dir helfen ich nehm ja bist du neun baker nein ich bin schon ne weile da ich hab nur ne andere frisur steh weg hier los fahr weg fahr weg wo fahr denn was passiert hier pfff was sind das für geräusche ich hab keine ahnung ok ok ja im rückwärtsgang ok scheiße das haben die mir gesagt wodka super oder was blöd ich weiß es selber nicht ich versteh nicht mal was hier los ist keine ahnung ja ich auch nicht da ist noch einer von uns komm stecken nate w idiot ihr zu mir ihr da rein warte ich mach hier mal und jetzt helfe ich dir mal hier die tür aufzumachen und dann danke ja ich muss meinen press schützen da soll hier reinkommen ah vielen dank jo piep das war wie mit einer panzerfaust auf tontauben ich war mit drei jungs oben ich sag links und auf einmal kippen alle links ja der eine hat sogar nur versucht in seine wohnung rein zu kommen den hab ich in den drücken geschossen sehr gut sagst du ich war auf den dächern das krank jo aber wir waren auch auf den dächern ach so wart ihr auch ja klar ja dann ist ja wir sitzen da drin wer bist denn du überhaupt beep repress und doch doch kürtis kursch komm einfach rein kürtis ich hole gleich alle ab rein ja meine leute in welcher gang bist du hallo soll ich dich mal anrufen sind jetzt alle durchgegangen oder was warte mal ich dachte du bist tot ja kürtis viele dachten ich bin tot jo irgendjemand hat mir gesagt dass die alle tot sind hier kürtis guck mal ich hab deine nummer gelöscht weil ich dachte du bist tot ja kürtis aber du bist khanrik oder ne kürtis ne silber ach silber hensa wo bist du ähm ich bin ich bin vor Ort wo bist du Na ich bin im rtw mit unserem press ok wohin fahrt ihr zu nimm die beiden bayer wir haben den bayer wir wurden angeschossen ja wir fahren jetzt los mal bitte alle ansteigen Ich hab ne Fünfer KD. Bis gleich. Echt? Was macht denn die Julia da überhaupt? Ich merk schon wieder, dass wir zu viel mit dem reingekicke, Alter. Perfekt. Sieht gut aus. Und Vollgas. Ach, Alter. Alter. Ich nimm meine Aussage zurück, Junge. Das ist ja komplett rüber heute bei jedem, der hier auf dem Server ist, Junge. Wir gehen ja alle durch, Alter. Das mach ich doch nicht. Ich hab gar nicht gemacht. Ich hab nur eine Bier getrunken. Das ganze Krankenhaus besoffen, Junge, Alter. Ja. Äh, Dings, wie's Putschi? Nee, das ist kein Kicken. Kicken ist ja wirklich nur, wenn du OOC sprichst. Warum? Das ist halt einfach komplett drüber. Ähm, ich sag mir das wann, ich muss jetzt erstmal hier... Was ich grad gesagt hab, Fünfer KD, das ist Kicken. Richtig. Wer mir jetzt noch verhaftet hat? Wer verhaftet hat? Mh, ich sag mal so, wir können noch ins Becker fahren, ne? Ja, wie? Na klar, jetzt direkt im Dienst, ich arbeite da. Echt? Ja, klar. Ich nicht. Was machst du denn im Erdway? Wir haben den, ich dachte schon, wir haben den geklafen, Alter. Wir sind nicht mal erste so, like what? Das Ding stand offen, Mann. Guck mal, was denn das für eine Immobilieinsatzzentrale da vorne? Ja. Ja. Okay. Go, dann steigt man aus. Denkt man ganz, ganz entspannt aussteigen, ne? Ja. Ja, hast du meinen Press geschubst? Ja. Hast du dich einfach geschubst, Keule? Ich bin an der Rocker! Komm her, Mann. Was ist los mit dir? Ah, Scheiße. Warum schlägst du den zusammen vom Krankenhaus? Ja, weil genau das soll doch ablenken und so, Mann. Das stimmt. Aber die hat ja ne Kieferklemme. Scheiße. Etwas, ja. Kannst du mich vielleicht schnell wieder rausmachen? Ja, ja. Das ist egal. Ich glaub's, warte. Ich kann hier richtig zumachen. Warte, Press dich her, es geht richtig zum. Warte, komm her. Warte, komm her. Warte, komm her. Jetzt geht's, Gina. Es geht wieder alles gut. Perfekt, komm. Steh auf. Ach, danke. Ach, Scheiße. Guck, jetzt hab ich nen Krampf im Arm. Was ist denn? Gott. Äh, ich... Wir sind beim Arzt gerade. Geht's dir gut? Sehr gut. Wie geht's? 50. 50 Chancen, Mann. Das gibt's doch nicht. Okay, zurück, zurück, zurück. Oh, Dias Meer. Oh, Dias Meer. 50 Chancen, 50 Chancen. Ich hab' alle mal mit dem Träger aufeinander. Oh, was geht's? Wie ist denn die Bruste? Jus Meer, wer ist das? Ich bin der Top, ich bin der Top, der Rocker. Wieso steht der hier drin? Und ich arbeite im Krankenhaus. Wieso bist du hier drin? Weil ihr mich angeschossen habt, ihr Penner. Wie habt ihr mich angeschossen, ihr Penner? Und ihr habt mich angeschossen, nachdem ich fünf von euch angeschossen hab. Guck mal, die Herr, Pendero. Na, mich noch einmal Pendero, dann beiß ich dich. Pendero. Alles Gute, nur da wolle wir nicht sein. Tier, das ist ja krank. Ja, das ist der Krampfweg, Mann. Weißt du, ich sag doch, ich bin halt kein Schulmediziner, Mann. Ich hab so meine eigene Präferenz. Jetzt zwingst du zwei davon und dann passt das. Okay, ich guck mal kurz nach deinem Kumpel hier rum. Oberschenkel wurde ich angeschossen. Oberschenkel. Okay, Achtung, zähl mal von drei runter. Ich tu die Kugel raus. Ja, wie willst du nur die... Was geht hier ab? Das ist das absolute Irrenhaus hier. Scheiße, Mann. Du kriegst mir nicht. Schrei leiser. Schrei leiser. Schrei leiser. Schrei leiser. Schrei leiser. Schrei leiser. Okay. Also Kugel, also ich hab verstanden. Knochen, Mann. Hast du mir jetzt den Knochen da rausgezogen? Mach den ja wieder rein. Was bist denn du für ein Fuscher? Nein, wir kommen schon klar. Geh weiter. Warum hat der einen Kriegshelm auf? Warum hat der einen Kriegshelm auf? Komm bitte. Wenn das der oberste Landesrichter gewusst hätte, dass hier so ein Clown zu einem wird. Welcome to my world, lad. Oh Gott. Oh Gott. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Na klar, die Polizisten wollten uns verfolgen. Hörtest du die Blutung bitte stoppen? Ich sprit dich grad voll an. Ja, ich drück doch schon drauf, Mann. Beruhig dich, Mann. Die wird schon schwindelig. Ich brenne die jetzt aus. Achtung. Mit dem Feuerzeuger Ohr. Ja, und dem scheiße... Nimm gefällig das hier, hier. Drück drauf, hier. Ja, ich geb dir mal noch ganz kurz so eine Patrone von mir aus dem Schwarz. Alles gut. Ich hab da so eine Patrone von mir aus dem Schwarzpuffer drinne. Der kannst du besser. Ja, schütten Schwarzpuffer rein und sind das an. Das veröltet die Bunde besser. Ja, ja. Also, Mann. Und danke, dass ich Schmerztabletten oder so krieg bei der OP. Ja, natürlich. Beruhig dich doch. Ich bin doch schon dabei, Mann. Das ist doch keine OP. Das ist eine Operation gerade. Was meinst du, für was OP steht, du Idiot, Alter? Ohne Probleme. OP. Ohne Probleme, Mann. Ohne Probleme, ja. Gut. Achtung. Ich bin dir den Scheiß jetzt noch ab. Was ist das heute für ein Tag, Alter? Verrückt, ne? Verrückt, ne? Okay. Passt. Kannst du aufstehen. Ich bin halt ein etwas anderer Mierdick, okay? Mierdick. 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 Rufname, dr. Molotter. Rufname, dr. Molotter. Den Haftschluss. Ja, das habe ich. Kannst du nicht erzählen. So, was hast du? Okay, wie lange habe ich Enden dienst? Ich brauche ein Pflaster. Was Pflaster? Ich hab mir die Finger natürlich angekommen. Ja, ich... Also, ich empfehle dir immer, heute Abend mal ein bisschen ruhiger noch zu machen, aber... Könnt ihr mir Klamotten geben auf der Klampe? Ich schaue mir die selber. Also, ich wurde nicht getroffen. Scheiße, dann ja gib mal her, zeig mal, zeig mal Fingern, 10 bis 3, ich schick euch, sag ich dir, 21 Uhr, ich mach mich bereit, ich schick deine Mata, ich schick, so, warte, guck mal was zu tun. Ich hab kein Coolpack mehr. Ich kann nicht mehr, ich muss glauben. Ich kann nicht mehr, ich muss laufen. Ich muss raus. Das sagt der, komm morgen bei mir vorbei, ich fick deine Mutter bei uns. Hast du eine Salbe oder so? Ja, hier. Ich muss raus. Was ist denn hier los, Victor? Ich weiß das nicht. Kann ich dich irgendwie unterstützen? Die sind da schon fertig. Super. Ich drück mal kurz auf Dr. Quark. Oh Gott. Ich hör dich ein bisschen zu klein. Mann, ich hol mir Klamotten aus dem Mülleimer, du Wichser. Schepu. Alles war gut. Gebt's euch gut. Ja, alles war gut. Ja, sehr gut. Ja, Security, ich muss dir kurz nachschauen. Ja, ja, ja. Alles gut, sehr gut. Ich kann mir mit dir gehen, ich kann nicht mehr wirklich. Ich bin so am Schwitzen. Ja, ihr seid alle. Ich bin dehydriert. Jetzt lauft, meine Vögel. Lauft, fliegt, fliegt. Kotzt euch, wenn es so weitergeht. Oh Gott. Das ist so. Oh mein Gott. Was geht? Was ist denn hier los? Das ist so. Ihr seid erlöst. Oh, das gibt so Ärger. Warum haben die Kopf eigentlich nichts gemacht? Scheiße. Weiß ich nicht. Ich hab den Geber kommen. Die sind total überfordert, Mann. Das ist ja sowas von drüber, Alter. Ich sag dir ehrlich, ich bin genauso überfordert wie die Karte. Warte mal, da vorne ist der Pinsel. Oh, was? Komm, da ist einer von den Gegnern. Wir machen Ansage, Pepe. Okay. Oh Gott, was machst du das? Was machst du das? Ich kann nicht mehr. Ausparken, ich habe keine gepackt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was passiert hier? Wo kommt der Mensch her? Ja, Scheiße. Ich bin verwirrt. Was passiert hier? Bleib still. Fieberträume. Warum denn? Was war in den Kugeln, wenn du wächst da? Was? Was war in den Kugeln, wenn du wächst da? Da war. Äh, wie nimmt man das? Was ist da drin? Der Johnny Mike hat so schlechtes Internet, dass er ein Geeselect leckt. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr, Alter. Und dann gucken wir, BWC, sag ich dir. Sehe auf. Sehe auf. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ist das da auch gefahren worden? Wozu konnte? Wozu konnte? Wozu konnte? Ich glaube, dem geht es gut. Ja, ich hoffe. Eines? Dr. Chicken, ich kann nicht mehr. Warum? Das ist zu viel. Ich kann nicht mehr. Was passiert hier? Was passiert hier? Was? Ich weiß nicht. Pimpin, wie viel hast du mich? Was ist da passiert? Was ist gerade passiert? Ich verstehe hier gar nichts. Wie viel hast du mich? Wie viel hast du mich? Wie viel hast du mich? Was? Wie viel ihr mich habt? Kann den Vergleich. Ich habe einen. Ich habe auch einen. Oh, ich kann nicht mehr. Ich habe drei Viertel. Das geht nicht. Ich habe sie lau gemacht. Hänsel übertreiben dich. Oh Gott. Ich bin so am schwitzen. Ich kann nicht mehr. Ich gehe gleich pennen. Ich kann nicht mehr. Das wird so viel für euch. Ich mache da nur Quatsch. Okay. Ich mache da nur Spaß. Dr. Chuck, sind wir gefeuert? Hm. Mal schauen, was ist jetzt passiert. Ich muss mal kurz auf der Seite. Also ich kann dir vor allem sagen. Wenn ein von den Azteken einschlebt. Meo, da stinkt ihr aber nach, die Magie. Ich habe mich eingehört. Du spuckst ganz schön grüne Töne für einen, der die ganze Zeit auf dem Boden lag. Der Typ ist groß. Du alter Schneckensucher. Schneckensucher hat die aus, Meo. Das war die komische Deckung, See. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist das. Ich weiß nicht. Wir hatten nicht so richtig die Heide. Ich glaube, wir sollten alle nicht quatschen. Das ist heute so drüber, Alter. Ich bin einfach nur weg. Ja, Zombie gegeben. Du bist doch gar nicht drüber. Das ist schlimm genug, dass ich für den Kasten Bier das alles gemacht habe. Du bist aber eine billige Körper. Kann ich dir helfen? Ich komme sofort wieder. Darf ich zugucken? Okay. Ich glaube, ich lasse es. Ach, geiler Arsch. Bring rein. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich fühle mich hier nicht gut behandelt. Hast du es so eingelaunt? Ich habe mich mit Idiot eingerieben. Und dann haben die mir ein Blasenflaster draufgeklebt. Haben sie dir die Nadel aus der Flange genommen? Dr. Chak, ich brauche jemanden Intelligentes an meiner Seite. Mit euch rede ich nicht mehr. Ihr seid gemein. Ähm, erzähl jetzt, was meintest du vorhin mit dem Pin? Na, das sage ich dir nicht. Ich hatte dir mich nicht gefickt, würde ich euch jetzt Infos geben. Ey, du wolltest nicht, dass wir dich da rausfinden, okay? Ich habe gesagt, ihr sollt wohl mitnehmen. Als ob ich einen Bruder im Stich lasse. Wolltest du das machen? Äh, du meintest, es war in Ordnung für dich. Ne, war nicht in Ordnung. Weißt du, was ich gefühlt hätte? Was denn? Erzähl. Ich hätte dir die einfach abgeknallt und wir wären gegangen. Als ihr euch gegründet habt, habe ich euch Kontakt übersorgt. Alles. Und dann holt ihr mich da weg. Hä? Ja, dann frag mal deinen 2 OGs, die nicht mehr da sind. Ja, deswegen sind sie nicht mehr da. Ja, aber trotzdem habe ich viel für euch getan. Und dann entführt ihr mich. Und arbeitet für solche Idioten. Hör mal zu, hör mal zu. Guck mal, du weißt ja, dass die 2 Idioten nicht mehr da sind. Ne, sogar 3 Idioten sind nicht mehr da. Ja, warum? Wegen solchen Aktionen. Weißt du? Wegen belgischen Aktionen. Ja, vielen Aktionen. Du weißt doch selber, wie die Menschen wir gelabert haben. Du hast doch selber mitbekommen. Ich fand die in Ordnung. Ich fand, ich find jeden von euch in Ordnung. Aber ich hab niemals gedacht, dass ihr für einen Assi, mal für so einen Idioten arbeitet. Aber ihr scheint die Kohle recht dringend zu benötigen. Das ist so richtig. Ja. Geil. Ich bin dafür, wir müssen uns mal treffen. Wir müssen uns darüber mal unterhalten. Ja, vielleicht, vielleicht und nicht. Ey, wir... Ich bin jetzt auch Söldner. Ich bin auch Söldner. Vielleicht hören wir uns ja nochmal. Wir quatschen. Ja, die Söder ist zu spät. War's gut, ne? Ciao, ciao. Und jetzt kommen die... Die Frau hat's geschafft, in der Schießerei vom Dach zu fallen und deswegen hier zu landen. Überleg das mal in der Schießerei. Was ging hier ab? Ich weiß nicht, ich bin Söldner, aber ich hab dafür irgendwie nix gekriegt. Wir fangen jetzt zum Pepe und dann holen wir uns was. Sonst schlagen wir den zusammen. Ja, gute Idee. Los geht's. Bitte feuern Sie mich nicht, Dr. Chuck. Dr. Chuck, wir haben alles im Griff. Ja. Ja, ich merke. Guck mal, wir sind unversehrt. Stell dir vor, bei dir würden welche arbeiten von den Arztäken. Die werden jetzt alle im Saal. Deswegen gut, dass du uns hast. Das ist ein Argument. Was ist denn da draußen schon wieder los? Wir haben keine Schlagenpinsel. Doch, haben wir. Soll ich euch wohl hinbringen? Ja, bitte. Ja, wir müssen zum Pepe. Oder zu Verwasch, da steht mein Auto. Oder so. Nein, doch, doch, Chuck, wir müssen uns abhängen, weil wir cool sind. Okay. Entschuldigung, ich muss durch. Hallo. Danke. Röde Geschichte, hä? Das Ding ist auch, die treffen sich, um aufeinander zu schießen. Und dann sind die die besten Freunde. Na, ob Oberschenkel. Ja, kacke gelaufen. Hattest du kein Highground? Natürlich. Ich habe gehört, morgen 21 Uhr ist da. Das können die nicht. Die können sich doch nicht verabreden, um sich gegenseitig abzuknallen. Keine Ahnung. Das ist doch größtendlich nicht. Das ist mir egal. Aber ich werde schauen, dass der Mediziner dort ist. Das ist ab... Nee, das ist komplett drüber. Da mache ich nicht mit. Ist das falsch? Ja, das ist super falsch. Okay, vielleicht hast du recht. Ja. Das ist... Penso, was ist hier los? Sind die alle auf Crack? Ähm... Morgen 21 Uhr, Teil 2. Ich bin dabei. Aber weißt du was? Wir sind an einem anderen Team. Wir sind WTJler. Winner Team Joiner. Wenn der Piep uns bezahlt, dann... Wir können auch mit Dr. Chang da hinfahren. Dann ruft ein Pieper und fragt, wo der ist. Okay. Können wir kurz mal ein Format stellen vorbei? Ja klar, ist das in Ordnung, wenn alle Spaß haben, aber... Ausmachen. Das ist halt aber... Als dann noch Benzin... Also mir ist das egal. Ich habe immer nur Angst, dass das richtig Ärger gibt vom Server. In Ordnung. Das ist schon irgendwie... Das ist ja weird, Junge. Man will ja hier auch richtiges Crime sehen, so. Das ist kein richtiges Crime, Alter. Wo versuch den Tankkanister in die Luft zu jagen? Ich kann gar nicht beschreiben, was das gerade war, Alter. Ach, haben wir auch schon. Äh, die anderen meine ich. Ähm... Ähm... Lohn? Ich wollte so sagen, wo der ist, der Panner? Wann? Ja, wir kommen heute. Bis gleich. Angelockt, du Chang. Wie viel kriegen wir? Wollen sie nicht, Meld? Ja, also fahren wir mit euren. Ne, Pins hat... Ne, dann müssen wir mit ihnen fahren, weil wir haben zwei Sitze. Aber der Pins hört mal wieder nicht zu. Ja? Er wollte doch nur den Notar ausmachen. Das ist interessant, ne, Dr. Chuck? Wir wurden entführt. Äh, äh, echt? Ja, jawohl, und ich. All right, okay. Wissen Sie das nicht? Nein. Haben Sie das nicht gestern erzählt? Jawohl, er hat dem Asimov doch abgeknallt. Ach ja, stimmt. Das ist was erzählt. Und dann kam das Casino mit Söldnern. Das waren die Ballers. Das habe ich eine halbe Stunde danach rausbekommen. Weil die Idioten mir meine Waffe gegeben haben. Und jetzt habe ich aber Informationen über die. Und auf einmal wollen sie sich vertragen. Aber packen mich vor ein. Und ich habe früher ganz viel für die getan. Als noch andere Leute das sagen hatten. Wissen Sie, mit Regen und so. Gutes Wort eingelebt und alles. Waren die Ballers da schon da? Ja, ja, ja. Die Jahre verschwimmen. Penso, wir müssen mit Dr. Chuck fahren. Waren wir uns reisitern? Ja, wir müssen nachfahren. Kai. Pinsel, fahr du, du bist schneller. Was? Du sollst das Ding fahren. Kai. Warum? Na, weil du besser fährst als Dr. Chuck. Der fährt ja auch mit dem Tempo mal. Wo ist denn der Peper? Der geht jetzt schlafen und hat gesagt, morgen 21 Uhr kriegen wir das erst. Ich habe wieder geschlafen. Schau jetzt weg. Rufe mal schnell an. Boah, hast du mir wirklich ein Tempomat eingestellt, Dr. Chuck? Ja, drück mich weg, der Teilner. Ich bin wirklich. Aber, aber dann schlafen die doch alle. Ja, drück mich schon wieder weg. Rufe an, bis er an geht. Ich mach's auch. Ach, wir wollen's heute. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn mit Johnny Laser? Wo seid ihr? Oben, im Norden. 8, 5, 2. Bei euch? Ja, ja, bei uns. Okay, aber es ist gleich. Ach, wir sind alle. 5, 2, 8, 5, 2. Mach's die Räne an, sonst darfst du nicht so schnell fahren. Guck da nicht. Schneid euch an. Dankeschön. Oh Gott, wir werden sterben. Nein. Naja, die Mott hat nicht funktioniert, aber der Typ guckt. Das nervt ja. Oh, Pinsel, was war das für ein Tag heute? Ich weiß es nicht, aber Jean-Luc hat mir meine Knarre weggenommen. Wie man hat dich rausgeboxt? Die Cops haben nicht mal was getan, ne? Ja, Jean-Luc hat mich da rausgeboxt, dass ich keine Strafe bekomme. Und er war ein Brecht. Ich glaub, niemand hat eine Strafe bekommen. Ja, aber er hat meine Knarre behalten. Als Gegenleistung für die Dietrich. Entschuldigt, bieb mir eine Knarre. Ja, die Glock. Ich will die Glock haben. Ach, stimmt. Herr Zucker, es gibt eine Mott, die macht die Straßenlaternen weiß. Die gibt es einmal als DLC, das funktioniert auch. Aber die spielt übel hässlich rein. Ja, irgendjemand von uns drei hat wohl massiv zu. Und nein, Dankeschön für die Wieser mit dem 19. Geile Sau selber. Ich nenne Schatz, danke für die Wieser mit dem 15. Und falls ich irgendjemanden überlesen habe oder so, tut es mir leid und vielen Dank. Oh Gott, oh Gott. Oh, Binzell. Die Bremsen von dem Fahrzeug sind kaputt. Ja, vielleicht soll sie doch persönlich schreien. Ich habe das im Griff. Ich habe kein Wort verstanden. Dr. Chuck, Sie müssen mal, sollen wir mal lernen, ein bisschen aggressiver zu reden, Dr. Chuck? Aber warum? Sie sind immer so sanftmütig und psychopathisch irgendwie. Komisch. Und ganz oft habe ich das Gefühl, dass Leute sie überhören. Aber sie haben immer so toll Dinge zu sagen. Man soll sie nicht überhören. Komisch? Komisch, ja. Merkwürzig. Das gefällt mir. Kennst du Drive-Bike? Zu spät. Da stehen da einer. Oh, da stehen einfach 50 Bikes. Waren die vor zwei Tagen nicht nur zu dritt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ach, ist doch Motor-Werkstatt, stimmt. Das sind wahrscheinlich wie bei Bennys alle Bikes, die dings, markiert wurden und so. Vielleicht solltet ihr auch einen Motorrad-Club eröffnen. Nee, Chuck, das ist das beschissenste Auto, was ich je gefahren bin. Mach ich keinen Motorrad-Club. Ich finde das ganz sympathisch. Ja, aber das Lenkrad ist, glaube ich, kaputt. Ja, irgendwie lenkt das ganz richtig. Ich glaube, man soll einfach nicht so schnell fahren. Nein. Sag gut, Bobby, war bei. Danke, dass du hier warst. Doch. Was ist der Planer? Komm, stürm da rein. Ach, wo? Und denkst du nicht, dass die drin sind? Die sind drin. Aber ich höre doch da morgen quatschen. Okay, Pinsley, pushen da jetzt rein. Aber ich habe keine Knarre. Dann nimm den Finger. Nimm den Taschenlampe. Warte, warte. Hier spricht die Polizei. Nehmen sie die Hände hoch. Das ist ein Razzia. Hier spricht die Polizei. Das SWAT kommt jetzt hoch. Das SWAT-Team, vorrücken. Das SWAT kommt jetzt hoch. Hier spricht das alles bei dir. Nehmen sie sofort alle die Hände hoch. Ich bin Zevilist. Ich bin Zevilist. Hilfe. Alter, war ein Spaß wir sind. Kürtisch, was? Was macht ihr mit unserem Laser-Freund? Der wurde hier gerade abgeliefert. Wo ist er? Ich dachte, du geschaffen, du Schwanz. Hi. Peeper, du Wichser. Mach das jetzt zu. Wir wollen unser Geld haben fürs Söldnern. Ansonsten arbeiten wir morgen für die. Scheiße, der Typ ist eh pleite, Mann. Ich will eine Kette haben, Peeper. Nein, ich bret lauter. Achso, ja, meine Kette willst du? Ich will die Krok. Warum willst du einen Originalabdruck von seinem Glied haben? Ich will die Krok. Wer hat die Krok geklaut? Ich will auch einen haben. Die Knarre. Die Krok. Die Krok-Achzeln. Wir haben die nicht. Wir haben die nicht. Hey, der Typ hat die wieder, den wir die abgenommen haben. Ja. Dann will ich die Kette. Ich schleime die nur aus, okay? Okay, können wir machen. Und könnt ihr mal einen vollen Laser nicht umbringen? Wir wollen den gar nicht umbringen. Wollten den gar nicht umbringen, Mann. Ich wollte gleich mit ihm zusammen Stefano suchen und dann wollen wir den in den Arsch aufreißen. Ach, bist du morgen 21 Uhr hier dabei eigentlich? Ja, aber es hat sich gerade geändert, weil wir müssen zweimal Stefano... Alter, das hat er verdient, also da stößt ich nicht zu. Also wirklich, abkomm ich Schuhe ein. Äh, soll ich dir meine Knarre kurz leihen, dann kannst du da auch nochmal, ne? Also morgen 21 Uhr gibt es den Wildschaparei, seid ihr nahe oder nicht? Das ist die Frage. Bis eine kleine Drecksauk gehört ist. Warum? Alex, mit was spielst du hier hinter mir rum? Oh, warte mal, ist das deine neue Glock, die dir Asimov gerade verkauft hat? Ah! Aber dafür müsst ihr uns morgen helfen. Aber die anderen haben gesagt, wir kriegen zwei Kästen Bier von denen. Ach so. Von uns kriegt ihr drei. Wir haben unten den Laden. Nein. Yo, ähm, Chris, ich brauche deine Hilfe jetzt und die Hilfe vom Club. Ich habe keine Knarre mehr. Ähm, der Sandro hat mich gerade angerufen, die wollen mich umbringen. Sandro! Wir wollen die dich umbringen. Warte mal, ich schub mal zurück, der hat doch seine Glock wieder bekommen. Warte mal, sag ihm doch, er soll hierher kommen. Da kann man Johnny Mike hat die. Was hast du keines gerade gegeben? Ja, meine Kette. Was ist das? Sandro, du bist tot. Johnny Mike hat die Glock. Ja, Mann, ich kann die auch noch. Wir haben die wieder abgegeben. Ich habe meine Pistole verloren. Aber was ist denn das dann hier? Ja, ich war, also das ist ein weird Flex, weil die Glock ist genauso eins zu eins wie die Pistole. Das ist irgendwie nichts Krasses, Sandro. Ja, aber hat eine höhere Feuermarte. Nein, hat sie nicht. Ich habe schon getestet. Nein, hat sie nicht. Hat sie wohl? Nein, hat sie nicht, Sandro. Hat sie wohl? Ja, okay, hat sie. Hey! Dann bist du zufrieden, ich habe mal in Ruhe. Wenn du Stress willst, komm nach Sandy schon aus zum Crystal Meth Labo. Zum Crystal Meth Labo? Das ist das Clubhouse von Bricks MC. Das ist das Clubhouse von Bricks MC. M-M-M-MC. Ich habe mich gerade für die gesoldet, gegen die Aztecas. Und ich sage dir eine Sache, Sandro. Ich habe eine KD von sechs. Also leg dich nicht mit mir an, du Flachwech, Sandro. Ja, ich weiß schon, dass du unfair kämpfst. Nicht nur bei Bergrennen. Ich würde niemals gegen dich kämpfen, du bist immer noch ein Bruder. Ja, 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 ja. Wollte ich nie machen. Das kannst du, das, das glaubst du doch selber nicht, was du da erzählst. Doch, ich meine das ernst. Ja, 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 ja. Ich mag Jörg und Freitl und so, und ich mag dich. Und ich hoffe, dass wir das auch wieder erklärt kriegen. Fangen wir mal. Aber Roy war vorhin so traurig wegen seiner Freundin. Oh, die Cops kommen. Wie viel, oh Gott. Nun, grüße. Grüße, du Fäcker. Dr. Chuck, was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Die sind hier alle oben, Sheriff. Die sind hier alle oben. Die sind bewaffnet. Die haben Waffen. Wir sind geiseln. Nehmen Sie Ihre Waffe erst mal runter. Was passiert hier heute? Was ist das hier? Wir haben geiseln. Operation Feuersturm. Feuersturm, sicher? Da schreit jemand, dass die Bomben haben. Oh Gott. Oh, scheiße. Wir haben Bomben, Sheriff. Was passiert hier? Die haben Bomben. Was ist da drin los? Schnappern. Oh Gott. Oh Gott. Park. Das ist so drüber, Junge. Dr. Chuck, rennen Sie. Die haben Bomben. Lauf ganz schön daneben. Die haben wir. Ganz schön weg hier. Roll auf. Lauf doll. Das war hinter dem Clubhaus. Das war aus. Alter, Alter. Oh mein Gott. Aua. Dr. Chuck. Ich weiß nicht, was hier los ist. Dr. Chuck. Die haben eine Bombe gezündet. Sind jetzt alle tot? Ich weiß es nicht. Okay, das ist... Oh Gott. Die haben noch eine gezündet. Ach, wäre ich doch heute im Bett geblieben. Die zünden Bomben da drin. Oh Gott. Oh Gott. Dr. Chuck in Sicherheit. Kommen Sie in das Auto. Gut. Oh Gott. Ich habe Angst, du Chuck. Ich habe einige angezündet. Das ist ein Tote da. Das ist ein Tote da. Die zünden Bomben. Die zünden Bomben. Wir sind schon dran. Wir halten Sie einfach hier. Wer sei die zünden Bomben? Ich weiß. Ja, das war ein geileser Name. Und mehrere Leute jetzt flüchtig. Mehrere Explosionen gewesen. Wir sind immer noch im selben Funkkreis. Herr Marino, sind Sie erst mal alle deine S-Dealer in den SWAT-Funk, Marino. Okay. Das ist der Briggs MC. Die haben Bomben gebaut. Wir haben schon drei Stück hochgehen lassen. Was machst du eigentlich hier? Ich versteck mich. Also warst du die ganze Zeit hier? Ja, mit Dr. Chuck. Oh Gott, noch eine. Hier hat die Bombe. Okay, Johnny. Alles in Ordnung bei dir? Ja. Nee, ich habe auf den Tank geschossen. Nee, ich habe wirklich, ne? Das müsste glaubwürdig sein. Deswegen habe ich dir nichts gesagt. Die haben da einfach rote Behälter in dieser scheiß Wohnung. Die sind voll dumm. Die sind so dumm, Alter. Das müsste glaubwürdig sein. Deswegen habe ich dir nichts gesagt. Das habe ich alles im Kopf gehabt. Alles sehr, sehr gut. Jetzt sind die richtig am Arsch, Stefano. Wir haben die richtig gefickt. Ja, haben wir auch. Und ich werde das auch nicht verpetzen. Okay, schwöre. Schwöre. Okay. Guck mal, ich habe eine neue coole Kette. Bro, eine neue Kette aus dem Gangster, Bro. Dann haben wir alle was von. Sehr, sehr gut. Ja, wir müssen zusammenhalten. Ja. Und dafür tust du mir auch umgefallen, Laser. Okay. Ich stehe in deiner Freude. Sandro will mich umbringen. Den kennen wir auch noch. Der hat mich gerade angerufen. Den wollt ihr umbringen? Der will mich umbringen. Den Sandro. Sag, wer mich mal auf, was war denn jetzt hier? Genau, Sache. Ja, so, Mama. Die haben Geiseln genommen. Ich habe... Ich war eine Geiseln. Ich war eine Geiseln-Doktor-Chaka. Aber wir konnten gerade wegnehmen. Ja, der gehört zu den. Ja, der gehört zu den. Der gehört zu den. Der gehört zu den. Ja, der gehört zu den. Mein Geiseln-Nehmer. Der gehört zu den. Hallo, Herr Rottig-Dog. Guten Abend. Kroll, du dreckiger Geiselnehmer. Wen hab ich denn jetzt als Geisel genommen? Ein Small Kroll, du gehst zu den. Der hat doch ne Weste. Prospects haben ne orangen Weste bei denen. Du bist so ein arliger Pimmel, ey, das gibt's nicht. Willst du mich verarschen? Ich schwöre es ihnen in der Götze sehen. Jetzt fällst du mir den Rücken, oder was? Hä? Du hast mich doch... Ich hab dich auf Sofa eingeladen, ey. Du hast dich schön gemütlich gemacht. Dann hast du mich hierher geschleppt. Anschließend hattest du am Barrio auch ne Schießerei. Nein, das weiß Frau Dias. Rufen Sie Frau Dias an, Herr Marino. Und jetzt bist du hier und nimmst irgendwelche Geisel und schnürst irgendwelche Bomben um die Hälse einiger Leute. Ich hab Köpfe explodieren sehen. Bin so, wo bist du? Ich will ja auch nicht weg. Ja, kommt zurück hier. Explodieren Bomben. Ich hoffe, da war keiner drin, oder? Ich bin am Wasser. Na klar, die Geisel, du Vollidiot. Nein, wieso bin ich nicht. Wir sind total überfordert. Die wussten gar nicht, wo rechts und links ist. Die haben alles im Protokoll, ne? Seitdem der Mann hier weg ist, spricht da alles zusammen, hab ich das Gefühl, Pinsel. Die kommen überhaupt nicht mehr klar. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Wie heißt nun mal der Angloschef da? Hagi-Bug? Hawkins. Oh, nein, der von PD meine ich. Wer ist denn Hawkins? Hawkins ist aus dem SD. Ja, die sind ja zusammen. Jawohl, die sind zusammen. Ja, SD und PD sind zusammen. Oh Gott, ich glaube, das SWAT wirkt dir gleich an. Könis, wo bist du? Na, ich bin vor diesem Licker-Ace. Vor diesem Link. Ich bin am Wasser bei den Palmen. Oh, Pinsel, es sieht so cool aus, ne? Ich hab dicke Käppi. Ich hab schicke Kette und so. Weißt du, voll fresh aus. Natürlich. Vielleicht ich will da hin. Ja, okay. Du bist auch ne Geise gewesen, die schafften die nicht. Die haben die Bomben mitzündet. Jo? Hat jemand jetzt die Feuerwehr gerufen? Dr. Chuck, wir müssen die Feuerwehr rufen. Da kommt sie und bin immer auf Seiten mit mir. Ja, ich mach schon. Beispielsweise unter anderem, das ist ein Prospekt der Motorradgänge, die dort ihren HQ haben in diesem Gebäude. Leitstelle des Bay Car, wie kann ich helfen? Ja, hier ist kalt. Das haben hier grad Feuerwehrmänner im Dienst? Ähm, ja. Wir bräuchten den Feuerwehrmänner in Cendyshows bei diesem Blickereisladen. Mann, mit Wut. Hier sind grad Bomben hochgegangen. Das brennt ja. Okay, alles klar. Das ist bei 8,5,2. 8,5,2, ja. Die Polizei ist auch schon da. Ja, ich schick jemanden vorbei. Kein, danke. Ciao. Soll der Slavik kommen im Feuerwehrmänner, du. So, der Herr mit dem Base Cup. Können wir mal kurz beiseite gehen, dann können wir mal kurz zum Beispiel sprechen, was hier passiert ist. So. Dann, ähm. Kann so Dr. Chuck wohl dann gerufen, der ist der Hausarzt, der sollte hier hinkommen. Moment, 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 langsam, langsam, langsam. Wir fangen mal langsam an. Äh, haben Sie einen Personalausweis für mich, dass ich auch weiß, mit wem ich spreche? Na klar. Ja, bitteschön. Ah, super. Herr Curtis Cush, okay. Curtis. Erstmal Verräterpommes jetzt. Cush. Na klar, Svensker, natürlich. So, okay. Sie sprechen übrigens mit der PD66, mit Mr. Fleetwood. Mr. Fleetwood, okay. Haben Sie eine Telefonnummer für mich? Ist die nicht hinterlegt schon? Das weiß ich nicht genau, aber erstmal so grundsätzlich nehme ich immer erstmal gerne die Telefonnummer auf der Zugfahrer sind. Äh, 5, 1. 9, 3, 3. 9, 3, 3. Und die 4. Und die 4, super. Gut, dann schildern Sie mal langsam, was hier passiert ist, weil wir sind auch gerade erst dazugekommen, ne, und wir wissen ja gar nicht, was los ist überhaupt. Okay, ich bin mit Dr. Chuck und Pinsel, also Ronny Hobbs, Expediler, hinbekommen, weil der Johnny Laser da im Auto angerufen hat. Okay, Moment, also Sie sind mit Dr. Chuck und Ronny Hobbs hergekommen. Ob's hergekommen. Ja. Weil uns der Laser angerufen hat, heimlich, dass er hier eine Geisel ist und er medizinische Dingsbruch. Medizinische Hilfe. Weil der Herr Laser hier angerufen hat und... Genau, der war anscheinend hier eine Geisel. Der, äh, angerufen hat, äh, und hier eine Geisel ist... Hat er die Geisel genommen, oder? Ne, er war die Geisel. Er war die Geisel? Ja, ja, aber der hat einen kurzen Moment, um anzurufen. Wenn er her angerufen hat und... Ja... Wohl ein Geisel... Waren es mehrere Geisel? Hm, Dr. Chuck und ich waren, glaub ich, kurzzeitig auch eine. Aber wir sind dann aufs Dach gegangen. Und dann kam schon der Sheriff. Ich und Dr. Chuck waren wohl kurzzeitig auch Geisel, ja? Ja, genau. Der Motor ist an. Der Motor wird... Geisel. Ach, der ist schon aus. Aber sie konnten sich mehr oder weniger lösen und dann aufs Dach gehen. Genau, und dann kam schon der Sheriff. Ähm, nicht mit ihm. Das war da vorne, dass das Sheriff-Auto was kam. Das weiße. Äh, der SUV hier? Oder der andere Tinten? Ne, ganz hinten da vorne, da. Ah, ja. Der bei dem orangenen Anhänger. Und dann hab ich runtergebrüllt, die haben Geisel und Bomben. Und dann, zwei Minuten später, ging die erste hoch. Wir konnten uns davon lösen. Ich sag, kurze Feuerwehrbescheid. Ich arbeite nicht auf dem Baker. Alles klar. Der oberen Geschoss, ja. Einmal komplett ablöschen, bitte. Slavik, das ganze Haus brennt. Da ist übrigens ein Crystal Mav-Labor drin in dem Haus. Genau. Da ist ein Crystal Mav-Labor in dem Haus. Das haben wir gesehen. Ist das sicher, oder ist das bloß eine Vermutung? Ne, wir können ja gleich, wenn es gelöscht ist, vielleicht sehen sie da von der Überrasse. Der Briggs MC, der verkauft nämlich Crystal Mav. Von Lösen. Johnny wurde auf jeden Fall rausgezogen. Sie haben dann noch gut da geholfen, oder? Sie haben dann vom Dach, als die SD-Streife ankam, dass hier Geiseln sind. Genau, und dass die Bomben haben. Ah, ja, okay. Ich habe dann vom Dach heruntergeschrieben. Schade, dass Feuer nicht sinkt ist, Alter. Dass hier eine neue Name stattfindet. Und die Rede von Bomben ist. Okay, und danach, wie ist es dann weitergegangen? Na dann, Dr. Chuck und ich waren auf dem Dach. Und dann kam der Briggs MC da raus. Das sind die da mit den orangenen Kurken. Da steht einer von denen. Vorne. Und Tam hat den Sheriff angebrüllt. Die sollen sich verpesten. Okay, aber, ja gut, aber, ähm, also sie haben vom Dach heruntergeschrieben, zu der SD-Streife, dass hier eine Bombe, äh, der Geiseln haben, womit Bomben stattfindet. Ähm, aber sie haben gerade davon gesprochen, dass irgendwie Bomben explodiert sind, oder? Ja, haben sie das nicht mitbekommen? Äh, wir waren, wie gesagt, wir sind ja gerade erst angekommen. Ach so, ja, dann ging die, dann ging die erste Bombe hoch, riesen Explosion, und dann sind alle weggerannt. Das, ähm, die erste Bombe, das waren mehrere Bomben, ja? Ja, das waren insgesamt vier Stück. Die dann auch explodiert sind. Ja, alle vier sind explodiert. Ich meine, gucken Sie sich das Gebäude, man, ne? Ja, das... Das brennt ja nicht da los. Richtig nicht mehr, selbst da vier waren übrig, ne? Na gut, da... Okay, dann ging die erste Bombe hoch, und alle... Ich weiß noch nicht, ob da noch Leute drin sind, vielleicht Verletzte. Äh, ja, wir haben gerade im Funk, was wir hört, dass da möglicherweise noch verletzte Personen drin sein sollen, Ich frag mich, wo das Baker bleibt. Doktor Chuck, haben Sie nicht das Baker angerufen? Die erste Bombe hoch, alle sind weggerannt, ja? Ich hab alle sind dann weggerannt. Okay, äh, danach, wie ging's dann weiter? Wo sind Sie hingerannt? Ich bin von dem Dach links rüber mit Doktor Chuck zusammen, und dann direkt hier rüber, wo wir jetzt sind. Haben Sie nicht das Baker angerufen? Vielleicht sind das Verletzte Person. Ich und Doktor Chuck sind auf die gegenüberliegende... ...Faßenseite, die Rand. Und haben Deckung gesucht vor den nächsten Personen. Haben Deckung... Arbeid, 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 ja, ja. Und der Anführer von diesem Rockerclub heißt Piep. Das weiß ich. Haben Deckung vor der Explosion gesucht. Äh, die Bomben sind in der Zeit dann aber alle hochgegangen, alle vier, oder was? Ja, genau. Alle f... Danach, als die dann schon hier drüben waren, ja? Genau. Dann sind noch drei Stück hochgegangen. Drei Bomben. Also erste Explosion, alle sind weggerannt, dann sind nochmal drei hochgegangen. Okay, ähm... Sie müssen da unbedingt mal reinlaufen. Ja, da wird sich... Da werden sich Kollegen dann gleich drum kümmern, bzw. Ich glaube, die gehen, glaube ich, gerade schon rein, ja. Also die hatten auf jeden Fall nur Börder stehen. Okay, ähm... Wissen Sie hundertprozentig, wer Geiselnehmer war? Also haben Sie dazu einen Namen? Ja, ich kenne nur den Präsidenten, das ist der Piep. Okay, also wie viele waren es denn insgesamt? Oh, das waren fünf, sechs Stück. Luker. Das waren circa fünf bis sechs Geiselnehmer. Ich konnte nur Pepe Briggs, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ob er Briggs mit Nachnamen heißt. Wie haben Sie ihn genannt? Also Pepe oder Pepe. Aber einen Nachnamen haben Sie nicht, ne? Nur... Und Sie kennen Pepe, oder... Also persönlich, oder? Ja, man haben sich schon einen Tropfen, ne, in der Stadt. Okay. Da ist er, da ist er. Soll, das ist er. Alter. Okay. Der war... Der war gar nicht mehr. Der war gar nicht mehr. Oh. Was tun Sie auf, wie geht's los? Der ist der Anführer. Warten Sie mal kurz einen Moment, ja? Ja, ich möchte noch kurz abklären, einen Namen abklären dazu. Ich weiß ja nicht so kranker Schwein, du da irgendwelche Bomben gezündet hast, aber du hast locker fünf Leute auf dem Gewissen. Sind die alle rausgekommen? Sag mir, ob die alle rausgekommen sind. Was hast du getan? Der in pink, ja, oder mit einem Hila-Ur-Tel. Ja genau, der mit dem Stachelhemm, das ist der Anführer von denen. Hast du die Dinger gezündet? Ja. Ich hab gar nichts getan. Ich hab gar nichts getan. Und am Kleidungshändler vorhin hast du doch auch auf uns geschossen, auf die anderen. Und am Barrio, das warst du doch auch heute. Alles mit Kroll. Du Wichser. Du Wichser. Du bist gemeingefährlich. So solltest du für immer eingesperrt werden. Weißt du das? Weißt du das? Der kann den Gästen für Luis am 30. Sag ich dir, ich roll mir deinen Arsch! Nach deiner Haftzeit vielleicht, wenn du jemals wieder das Tageslicht erblickst. Das war ne Drohung gegen das Leben. Ist das? Ist das jetzt sowas wie ne? Dann zack. Dann zack. Pense, gibst du gut? Ich komm vielleicht. Oh, scheiße, wenn du nicht gerannt. Ich komm in die Hölle. Ja? Und weißt du, wo du hinkommst? Pile her, in die Hölle, du können abwichter. Oh, da zieht ne Knarre. Du können abwichter. Ey, 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 ey. Ich hab ne Scheiß-Geisel, ich schick ihn abwichter. Er hat schon wieder ne Geisel. Dr. Chuck, heute ist alles drüber. Was ist hier los? Hat der... Da ist der Junge zu Hause. Ist der Junge zu Hause. Ich weiß es nicht. Dann hat er nach Zoom genießen. dann haben sie den kriminein schein und sehen sie der wollte schon wieder eine geise nehmen ich habe gerade gesehen ja ich habe gerade den namen geben lassen was ist denn hier los was ist denn heute los ich weiß nicht was los ist in der stadt ist tatsächlich ja okay also ich konnte nur paper bricks erkennen also also noch mal kurz zu den habe ich davon erkannt und diesen da vorne der mit dem zylinder er war auch haben sie kroll 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 haben die den genannt oben wird nur paper bricks und kroll erkennen den rest der war ihnen bekannt ja die kann ich nicht das ist wohl neuer motorradclub 9 ich lese das noch mal kurz vorher und dann sagen sie mir ob sie da noch was hinzufügen möchten oder ob dazu in ordnung ist und dazu tatsächlich als aussage von ihnen aufnehmen kann sie können auch noch von pinseln die aussage nehmen was 1 1 bestimmt gleiche ja das wird sicherlich vielleicht denke ich mal ein kollege schon gemacht haben oder machen aber dann klären wir gleich ab so ich lese mal vor ja ich bin mit dr jetzt hatte ich auch geisel aber wir haben uns davon lösen einer ist die streife ist angekommen ich habe dann vom dach herunter geschrien dass hier eine ach so moment ich konnte mich da wir konnten uns davon lösen und haben uns auf das dach gegeben das ist so korrekt ja genau gut die erst die streife ist angekommen und ich habe dann von dem dach herunter geschrien dass hier eine geiselnahme stattfindet und die rede von bomben ist dann ging die erste bombe hoch und alle sind weggerannt genau das sind auf die gegenüberliegende straße gerannt und haben deckung vor den explosionen gesucht nach die nächsten drei bomben in die luft gegangen es waren circa fünf bis sechs geiselnehmer ich konnte nur paper bricks und kroll erkennen genau und das sage ich auch vor gericht aus der kroll ist ja mit dem zylinder ja da vorne da werde ich mir gleich mal den direkten namen holen haben sie dem jetzt zu fügen haben wir was vergessen das war alles gericht wenn ich noch was weiß melde ich mich genau machen wir so ich habe ja auch eine telefonnummer von ihnen ihren namen notiert und die aussage und auch mal wie weiter geht hier gut dann war es das erst mal bleiben sie mal noch hier bitte sind sie verletzt was also ich wurde vorher ich wurde vorhin angeschossen deshalb bin ich am humpel aber sie wurden medizinisch behandelt ja ja klar aber jetzt sind sie nicht mehr verletzt aktuell nachdem hier die bomben hochgegangen sind oh gott die macht näh 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 ja alles klar gut dann bleiben wir hier noch falls wir noch fragen haben und ja okay ja danke hast du auch schöne aussagen gemacht ähm äh nö ach schnell zum piep mich fragt keiner ich preise euch pepel du bist eine krankesau du hast weggesperrt hey du bombenbauer das war ich nicht du bist ein bombenbauer ja die hab ich gebaut aber ich hab sie nicht in die luft gejagt ich höre da ist mir brauchen neues clubhaus hashtag terrorismus oha distanz was ist mit ihm los ganz große distanz was ist mit ihm da kennt er nix komplett rüber der typ da kommt der wer ist denn das hier das ist der feuerwehrmann aus dem weg hat was macht denn da die haben das haus gelöscht das hat gebrannt habt ihr irgendwas gesehen weil ich hab nur gesehen dass alles in die luft geflogen ist ne ich hab einfach gesagt dass people die bomben gesprengt hat ich bin um mein leben gerannt um mein leben gerannt bin ich ja ich auch das war komplett drüber ich glaube wir bräuchten also wisst ihr was dr chuck gemacht hat beim weg rann was hat dann im höschen geschnüffelt damit den rauch nicht einatmet heißt er ist klug so hat es eine art filterung ich wurde getasert von so einem bücher er hat sich sogar das höschen über dem kopf gezogen der sah aus wie eine billige kopie von spiderman das ist ja komplett geil das hab ich von ich hab mich in superhänden gefühlt ja hört uns morgen leute ja oh god was ist das für ein tag der press ist heute komplett drüber das ist so drüber alles ich hoffe ehrlich gesagt dass wir ein neues clubhouse bekommen ähm warte mal wir gehören gar nicht dazu ist das fahrzeug noch in ordnung aber wir wir sind selten noch das ist unser herausfinden dr chuck na bestimmt aber wir sollen noch kurz warten guck mal guck mal meine kette die hab ich von paper bekommen wow was ist denn das ist ein schwanz das ist ein schwanz das ist ein abdruck von dem äh schwanz vom pressseiter original getreu das t steht nicht für traps wirst du denn auch bezahlt was dr chuck wirst du also doch bezahlt du söldner ja ich habe die kette bekommen dr chuck jetzt los regn wir einmal so hoch wie du kannst warum ist das klick geht nicht und jetzt so tief wie du kannst nur für die ja oh god wow nein das problem bei ihnen ist dass sie leise sprechen und undeutlich wirst du mich verarschen ich kriegst so einen schlag vom kopf also was hat er gesagt kroll warum wollt ihr die uns umbringen ich weiß nicht wer da drinnen durchgeknallt ist warum baut ihr bomben heißt es johnny der beißertod naja die haben wir gebaut für morgen weil es morgen knallt und dann ja wollten wir sie alle ins haus locken so ein drahtseil machen und dann oh god bitte sei still oh god ja aber den plan haben wir direkt wieder verworfen ich weiß doch gar nicht warum aber warum dragt ihr die nicht raus das haben wir gesucht aber wir waren quasi dabei als wir geradet worden sind warum haben wir geradet ja stimmt also alles ist nicht passiert wenn die kopf nicht da gewesen wären warum haben die uns geradet und was ist drin passiert also irgendjemand ist ja durchgeknallt ich weiß es nicht wie stand da draußen der press meinte laser hat das gemacht was ja verrückte schweine wir hätten alle drauf gehen können ja ich war oben auf dem dach als das erste pass explodiert ist ich war im balkon ich bin in meinem leben geimpft ja gut sagen wir noch ein bisschen rumfahren und gucken wo was geht ich glaube du chuck Kenny pinsel du bleibst hier kroll du bist krank im Kopf ich bin krank ja du bist ein bombenbauer nein den platz haben wir schon noch ja für Kenny ja Kenny ist unser kumpel viel spaß jo sag mal bist du besoffen weißt du man was ist denn hier los da ist die bomben hochgegangen da ist die siggi unser clubhouse ist komplett hoch in die luft gegangen fuck wie ist das du verpasst du idiot weil du bissen warst wahrscheinlich willst du mitkommen Kenny wieso ist unser klick unser clubhouse ist hochgegangen wo ist er denn nach hier oder bleibst das ist gar nicht Kenny wo ist Kenny ich bin nicht Kenny wo ist Kenny wo ist Kenny scheiß wo ist Kenny die Schweine haben Kenny umgebracht frisst Feenstörl warte da geh nicht am Telefon ich dachte die ganze Zeit das wäre Kenny ja aber ein spannender Tag heute ne dr. Chuck ich habe eine Frage ja bitte warum ist da vorne auf unserem Computer so ein Leitstellenmenü oder so ein Einlogding von der Polizei aber weißt du nur wie das aussieht na guck doch mal du kennst dich doch besser aus guck mal Pins auf dem Monitor also Federal Investigation Bureau Police weil die auch den selben Funkkanal haben nein vielleicht ist das nur der Bildschirmschauer wie nein du Wichser wir haben den selben Funkkanal Entschuldigung Dr. Chuck blüht nicht so mit deinem Chef das ist immer nur Dr. Chuck muss man das alles hinführen eben hab noch ein bisschen Restreppe Dr. Chuck der könnte es gegen den Dienst arbeiten ich wünsch mir dass ihr zweimal normalen Dienst macht vielleicht ja wir machen fehlt euch die Struktur nehmt Mila mit Mann der ja aber Mila ist immer zuhause dann nehmt halt ihr zweimal einen Krankenwagen und fahrt einfach nur einen Abend vielleicht tut euch die Struktur ganz gut oh Null das schlafe ich eigentlich ich bin im Gang am Aufbauen und Events am Plan also wenn einmal in der Woche arbeiten zu viel ist das ist so anstrengend Dr. Chuck einmal in der Woche dann solltet ihr euch vielleicht doch eine neue Arbeit suchen nö wir bleiben ach komm falls sie uns brauchen ja gut wir mal zweimal im Monat oder sie nehmen uns bei sich auf dann sind wir Hausärzte dann können wir ihnen Zeit helfen ja ich weiß nicht ob das so leicht ist dann müsst ihr trotzdem irgendwie argumentieren wie ihr als Hausarzt tätig seid und Werbung machen oder einen Kundenstamm aufbauen wir sind die Unterärzte Hausärzte fährst du nur hinpenseln lass mal durch die Welt fahren guck mal ob noch irgendwelche Gangster aufs Maul wollen ich bin nur ein Feierholter ich hab ne Idee Dr. Chuck wir machen ein Ärztehaus auf weiß es gibt mehrere Hausärzte dann im Ärztehaus von ihnen ja so wollte ich das Baycare ursprünglich machen wir waren hier ursprünglich zu viert ja aber die anderen drei sind nicht gekommen ja kann auch nicht auf Anhieb nein ist mir egal ich kann alle nicht gut arbeiten aber auf 5V 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 Pinsel oh Gott oh Gott dir ist alles scheiße geil ne dein Leben zieht einfach an dir vorbei du nimmst den Tag einfach so wie er kommt du sagst 5V 5V ich hab links geguckt da kam doch keiner ja wiii da sind drei Kranen uns dabei gefallen da hab ich den gesehen wo müssen wir denn hin na fahr mal hier in die Grove jo der Silber von der Grove lebt noch der ist bei den diesen Aztekas er hat überlebt Dr. Chuck da unten stehen die doch schon im Kreis mach die Sirene an und pack die Gliese hast du ne Knarre achso bitte nicht ich hab denen gesagt sie anfangen Entschuldigung da ist ne Linie ne jo scheiß auf die Linie wir wollen zum Oper wir haben klaulicht was wollte ich schreck mal auf sie dürfen nicht über die Linie drüber ja wiii wir sind vom Baker da hat die in 2017 hängen geblieben er kriegt wieder Schläge da Junge excuse me wir haben 2023 Aua haltet euch doch so was ist denn was liegt denn hier unterm Auto also so wie ich aussehe ist das hier meine Hut ihr Wichse nein die die gewohnt haben sind tot nein einer hat überlebt wer denn die drei haben überlebt den hab ich von ihm abgeknallt was den gleichen Weib mit der Brille machen wir jetzt errichtet ja auch die medizinische Hilfe ah ne chak hat uns vorhin schon verstanden obwohl ich hab starken Husten hast du ein bisschen Hustensaft für mich ein bisschen Hustensaft für mich ein bisschen liegen wenn mein Kopf bisschen weh hab ich gebraucht chak waren sie schon mal hier ja heute Abend wissen die Jungs mit dass wir Hausärzte sind nein also ich bin Hausärzte ach man 5o Motherfucker nicht über die Linie vorhin hab ich einen auch in die Hunde aus dem Barrio nicht über die Linie das ist kein Barrio du Idiot was ist denn das hier Nox das sind Projects das sind Kreis raus aus dem Projects nicht über die Linie Hensel du bist ein Doktor halt das Maul ich bin Arzt braucht ihr was alles gut gut raus oh Kaiser das steht dir auf jeden Fall ja ich weiß das ist cool ich weiß deswegen mach ichs wie steht sich vieles findest du mein süßes Zipfelmütchen das steht krasser richtig wie es ist damit wir Pfeil schnell sind wow kann ich so ein Licht klauen nein warum nicht ist ja völlig schrauf der Typ Ansage er so mit seinem Fingern das Licht an tippt ja C990 C990 ok war ein Spaß Bro darf ich das hat der gemacht ja natürlich darfst du ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung Vorsicht nicht so fest oh Entschuldigung gehts noch? ja alles gut warte ich guck mal ja geht noch Rüdiger nicht so tief kein Opa was geht ab was geht denn ey guck mal was sagst du meiner Mütze ey oh du siehst aus wie der Opa vom Danju hab ich mir vorhin gekauft ey warum zeigst du nur mit dem Finger auf mich na du Opa ich bin der krasseste sag ich dir ehrlich ich hab bestimmt nicht mal nen Ball wir können ja auch ein paar Kegel aufstellen dann können wir ein bisschen kegeln ich bin ja ganz so der Fußballspieler ich wünsche dir was ich wünsche dir was Dr.Chuck kommen sie mit der will schlafen Opa entspann nicht mal wie du lasst uns hier ja ihr kommt schon zurecht im Großstadtdschung ja wie ich geh jetzt nicht was ist wenn die uns smoken was bedeutet das na wenn die uns abknallen ja dann ruft 966 das würden wir natürlich nie tun Dr.Chuck das ist eine gefährliche Gegend die kann ich helfen die sind Leute gestorben die letzten hier gewohnt haben so ein Auer tot außer der Silber Herr Doktor ich hab ein bisschen Husten ich hab ein paar Bandskasten ich kann dir helfen das kratzt das kratzt das kratzt auch nicht im Hals ich würde eine Darmspiegelung empfehlen ja und ich hab ein Doktortetel ich brauch einfach zu viel Kraft ich hab auch einen ich bin Optiker soll ich dich untersuchen ja untersuch ihn bitte mal ich würde das gerne sehen ich würde das gerne sehen frag mich warum achso okay wie auch immer ich wünsche eine gute Nacht gute Nacht Dr. Schock hau rein Chef warum liegt der da hinten der ist hingefallen wegen dem Ball nehmt der uns vor Schüssel die Karre weg ja hat er ein Lämpchen scheiß doch wir rufen Taxi und rennen weg und zahlen hat er euch jetzt verkauft er hat sich hier gelassen ja wir sind Hausärzte ja Hausärzte also für 50 Dollar fahr ich euch nach Hause 50 Dollar ja 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 woher das ist ja woher wo kommt man denn da hin ich schlaufe 30 amerikanische oder kanadische die amerikanische okay pass mal auf pass auf pass auf weißt du was du jetzt machst sag mal ja du sagst jetzt folgendes Wort mhm innerhalb von zwei Sekunden okay ja das kriegt noch ein Scam das ist kein Scam du sagst jetzt das Wort aber du darfst nicht die Lippen zusammenpressen ne die Lippen müssen auseinander bleiben ja ja sagt Coca-Cola auseinander die Lippen Coca-Cola Coca-Cola Cola ja ja was aber hä warum hast du jetzt den Mund so dumm gemacht guck 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 der sieht immer so aus ne wenn du Coca-Cola sagst dann die Lippen nie zusammen oh boy oh boy jojo was wenn man es mit Absicht zusammen macht für einmal fürs Feeling klar was du Wichser alter das weiche ich aus oh 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 mein Gott! Scheiße! Au, die Leitstelle! Dr. Chicken, wir brauchen einen alten Willen der Growth! Hier wurden Leute gesmoked! Einer reicht! Okay, alles gleich! Danke! Dr. Chicken, kommen wir! Ist das denn Stressball? Das ist das Spielzeug von meiner Frau! Das riecht komisch und sind keine Batterien drin! Ist der tot? Weiß nicht! Boah, Gott! Oh, okay! Der reagiert nicht mehr! Boah, ich glaube der ist hinüber! Ey Opa, zieh mal deine Socke aus! Soll ich das wirklich machen? Also ich halte Abstand, aber ja! Oh Gott! Das ist bestimmt schon Pilze drin oder so! Also ich zieh ihn mal aus! Hör mir auf! Warte mal, ich häng den mal hier! Ich häng den mal hier meine Socke vors Gesicht! Warte mal! So! Schön reiben! Oh, das ist mein Gesicht hier! Oh! Oh, oh! 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 Oh, das ist der Всё! Jetzt ist der Vollgesappat mein Socken, Mann! Wie jetzt kannst du dir die auch schenken! Ja, kann er ruhig sagen! Warum ist denn die Socke so hart? Die war schon so, wie ich sie gekauft habe. Hätte ich auch gesagt. Jetzt reib dir die Socke in seine Nase und den Daumen im Mund. Oh ja, spitz mal deine Lippen. Oh Gott, hat der eine Fahne. Hallo, aufhören, hallo. Jo, du musst auch im Bäcker anfangen. Du machst das echt gut. Weißt du, wenn ich immer das Loch du da reinpustest, aber wir sind schon. Ich finde, das klingt auch wie so ein Bär irgendwie. Oh, mein Löwe, mein Bär. Das klingt wie der Brummenschrei von einem Reh, Alter. Wieso kustest du schon, wenn ich Nasen durchschau? Ja, aber da muss da Luft rein. Nein, in seinen Mund. Er braucht Luft in die Lunge und nicht ins Gehirn. Immer schön weiterblasen. Sorry, Dach, Leute. Kommt das Chucky-Chuck? Nein, nein, der ist schon im Feierabend. Vielleicht kommt Dr. Chicken. Dr. Chicken? Das ist mein Chef. Du hast einen Chef? Ja, wir arbeiten im Bäcker. Wie schlägt der Chuck? Nein, der ist nicht mein. Der ist auch mein Chef. Achso. Wir arbeiten im Bäcker, wir haben einen Doktortil und wir sollten dann auf der Straße. Achso. Da ist er. Wie geht's ihm denn nicht so gut? Ich glaube nicht, ey. Hast du jetzt genug geblasen? Ja. Oh. Ah, oh. Dr. Chicken? Sein Fuß ist verdreht. Gehört das so? Wenn die gerufen haben, bestimmt. Oh Gott, der Russe. Privet. Ich habe den Pinsel weggehauen. Pinsel. Wenn das mal nicht das sind, dann ist das so. Die Socke da im Mund, die war schon so. Pinsel. Uff. Alles gut? Pinsel. Nimm die Socke aus dem Mund, verdammt. Scheiße, Biliad. Jetzt weint er. Sie ist traurig. Pinsel, was passiert gleich? Theatro, vielen lieben Dank für die We-Star im Elften. Und Zoe, danke schön für die We-Star im VIII. Und Tränen zum Frühstück, danke schön für die We-Star im Siebten. Geht schon, okay. Pinsel auch vorzuhallen. Warte. Ich muss die Socke wieder abgeben. Der Opa braucht auch die. Nein, er kann die beiden, glaube ich. Der braucht die? Mit der alte Opa, 20 Jahre lang verhütet. Oh, wir haben nochmal da. Ich hab da was. Oh, geht's dir wieder besser? Carlos, vielen lieben Dank. Für fünf Gifte Zampfmann und Cash, also danke für Louise am Vierten. Eule, Eule, Eule. Danke. Stell dich nicht so an. Und du will Mutter den nicht so. Aus dem muss ein Manuel. Hast du Geld? Du Blatt. Was für Geld? Hä? Du kannst mich adoptieren, aber dann musst du Kohle haben, weil ich brauche... Jetzt weiß ich auch, warum du den Helm aufhörst. Immer, immer. Ich bin noch erst der Freitag da. Oh, wo, danke schön für den Prancer vom 21. Pff. Hallo, Jens. Okay. Dann mach ich mich nach Hause. Ist die Frau Julia? Hä? Ist die Frau Julia? Ich hab dich hier so eine Sugar-Mami, Sugar-Daddy-Beziehung... Du hast dem Woi das Leben gerettet, ne? Das... Nee. Erinnerst du dich überhaupt noch an Woi? Das Haar. Ungewaschen, lange Haare, dreckige Fingernägel? Nee, die haben wir sauber gemacht. Die waren dann ganz sauber. Okay. Ja. Das sind wir oder wer? Was? Also, wir heißen nicht Slavik und Lukas, oder? Nee, das heißen wir nicht, nee. Okay. Kleine Spende, Kleine Spende, bitte. Ist besser. Gut, dann fahren wir aber weiter, oder? Kann nicht mehr gehen. Alles tut weh. Kleine Spende. Oh, nö. Du reißt jetzt nicht mehr, ja? Nein, ich robbe davon. Oh, ist noch eine Abmacht. Robben, kloppen. Kriege ich jetzt meine Socke eigentlich wieder? Die nehme ich mit, die klebt. Wenn es regnen würde, würden wir ja auch noch bleiben. Warte, was ist denn mit meiner Socke jetzt? Kennst du, der will die Socke will, da haben wir ein bisschen weg. Der Papa braucht die Socke zurück. Schrei den an, sag, du kriegst deine Socke nie und dann rennen wir weg, okay? Okay. Sag mir wann. Okay, auf drei. Ein, zwei, drei. Warte, sag mir noch eine coole Beleidigung. Deine Socke ziehe ich mir jetzt über den Pisser, du Wechser. Ja, scheiße, deine Socke ziehe ich mir jetzt über den Pisser, du Wechser. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Wir sind im Vollfriedenmodus, weg da. Arbeit weiter. Aber. Schnauhek. Schnauhek. Fumm, keiner. Boah, unser Gang heißt krank. Ich bin ein Pisser. Was sind Sie mit deiner Socke, du Pisser? Oh, Seven sind die krassesten auf der Street. Ich bin ein Pisser. Kennen Sie, was war das für ein Tag? Ich könnte es, wenn ich dann nur wüsste. Oh Gott. Und morgen müssen wir wieder schießen. Ja, aber diesmal sind wir auf der anderen Seite. Oh, den zieh mal ab, den Wechser, komm. Alter, hast du eine Maske bei? Hä? Hast du eine Maske bei? Ja, natürlich. Warte mal, die sind, nee, 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 pass auf, die sind aus, die. Oh. Die hauen schon ab. Scheiße, wir sind zu spät, scheiße. Okay. Denken, ich komme von Languhoff, haben Angst. Dann mache ich es mal auf und die rennen, die laufen mich aus. Wie ist denn die Nummer vom Taxi? Komm, wir prallen das Taxi. Fumf, 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 fumf. Das ist mal so, oh, scheiße, das ist einer Sir Grove. Downton, Cap, hallo. Hallo, ich bin Pisser. Wir bräuchten ein Taxi an der Mega Mall an der Grove. Mega Mall an der Grove. Ja, genau. Hm? Hast du ungefähr genau Postleitzahl? Äh, Moment. Sag, wir sind da was, Kinder. 40, 15. 40, 15. Genau. Komm ich vorbei. Jawoll. Und bis gleich, Kinder. Alles klar, bis gleich. Danke. Hat es voll schwer, so zu quatschen. Warum habe ich überhaupt die Stimme verstellt? Wie findest du das? Oh, sieht krass aus, Alter. Ist das die Socke? Das ist die Socke, ne? Nee, das ist die Socke. Oh Gott. Warte, eigentlich können wir den auch bezahlen. Ich ruf mir einen Peper an, ob der im Knast ist. Was ist denn mit Kenny? Wo ist der hin? Scheiße. Was ist hier passiert? Guck mal, da vorne der Typ. Warum ruf ich einen Taxi mit? Warum ruf ich einen Taxi? Komm, schnell, Ruhepinsel. Nein, komm, wir fahren. Lass uns im Taxi fahren, nehmen wir auch schon. Wo fahren wir hin? Zum Pd? Der Typ ruf schon, komm, okay, da steig ein. Was? Na, der vorne sagt, komm. Ach so, oh mein Gott. Du weißt nicht, der Typ. Hänsel, das ist der Garagentyp. Ja, das ist... Nein, ich meinte, der sagt zu uns, kommt her und nimmt euch ein Auto, steigt ein und wir rufen Taxi, neben dem Typen. So meinte ich. Nächstes, support your locals. Boah. Boah, der Tank war schlimm heute. Das war anders. Du musst nur die Nummer vom selber speichern. Ach, brauchst du noch? Brauchst du Munition? Ich glaube, ich habe noch. Hier. Ich habe noch zwei Nex. Was soll ich? Wer ist Harriet? Hör dir das mal auf Bounce an. Die ist so krass. Auf gar keinen Fall. Die müsstest du dir mal auf Bounce anhören. Nö, wahrscheinlich nicht. Das ist Käse. Das geht da rein und da raus. Aber das ist krass. Boah. Nur glaube ich dir nicht. Ach, ich bin mega Fan. Sollen wir versuchen, Pepper aus dem Gefängnis zu holen? Könntest du erst mal auf Tacho geguckt, was hast du alles geklärt? Hast du nicht die Kurzfülle des Gefängnis? Ja. Weißt du die nicht mehr? Ach. Ja, dann gehen wir da jetzt rein. Aber ich darf die keinem sagen. Ja, wie? Ja, ich kann die jetzt nicht einfach... Na, du sollst mir die auch nicht sagen. Du sollst sie da eintippen. Okay, ich gehe da rein. Ja, ja. Dann müssen wir mit einem Dietrich die Cell aufmachen und Piep rauskommen. Nein, wir gehen in den Auslachen. Warum sollen wir die befreien? Wir wollen nur da rein in den Auslachen. Und dann sage ich die Tür mal offen oder wie? Hallo, Giffy. Na klar. Okay. Und der ist denn drangegangen, ne? Das Handy hat kurz geschallt und dann wurde aufgelöst. Geschallt. Geschallt. Er hat gebimmelt. Ja. Ring, ring. Ring, ring. Mach schon dein Telefon. Ich habe so viel Energie. Ich könnte die ganze Nacht herumrennen. Boah, jetzt lach Scheiß aufs Taxi. Der braucht zu lange. Das nervt mich schon wieder. Ja. Jo, Jussef. Kannst du, ähm, das doch hier. Du wimmst denn den? Jo, danke, Jussef. Das ist mein Kumpel, Mann. Ah. Aber dann bestell dir ein Taxi ab. Kannst du das machen? Ich muss fahren. Roach, danke schön für den Primes da mit dem 27. Und Tobi passt dann, danke schön für den Prime 26. Wir haben gerade ein Taxi gestellt zum Megamall in der Grove. Nee, du musst leider umdrehen. Der, der angerufen hat, ist tot. Der wurde erschossen von der Grove. Ja, wir müssen jetzt zum Arzt. Tut uns leid. Ja, ist egal. Das Taxi würde ich gerne abbestellen. Der ist tot. Okay, danke. Ja, wir sind so drauf. Okay, erledigt, Candice. Okay. Da steht ja meine Karre. Warte mal, warum steht meine Karre hier? Ist es sicher, dass wir da einfach hingehen können, wenn wir hier stehen? Ja, vielleicht park mal. Fahr mal hinten zum Parkplatz. Ich habe eine Idee. Andersrum. Ach so. Mal links. Man macht euch weg, sonst scheppert's. Ah, oh Gott. Oh, halb schärf. 50 Dollar können meine Tränen trocknen. Ja, weef. Wollen Sie schon immer mal von der Versicherung Geld abstauben? Oh Gott, das war... Macht euch weg. Nee, das wollte ich nicht. Hi. Wir sind selber Mediziner. Das ist unser Chef. Raus hier, wenn ich das sage. Halt's Maus, sonst kriegst du einen geknallt. Gießen die Mediziner. Ja, 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 ja. Ich habe euch den Blick, ne? Komm raus, Junge. Ich bin doch wieder das Führungsbremium abziehen. Willst du das wirklich? Ja. Warum steht denn mein Dwarf da hier? Ich soll jetzt aufsteigen und nicht verhauen. Ja, komm raus. Traust du dich? Ich bin Jedi-Ritter, ne? Bist du auch raus, äh, Pinsel? Ich bin Street Fighter. Wunderbar. Nummer zwei. Warum? Pinsel. Äh, ja, jetzt ist der Moment... Jo, Pinsel, hau den aufs Maul. Wen? Der hier, der Macaroni. Ach so. Was? Ist das jetzt mein Auto? Also, schwache Leistung. Schwache Leistung, Curtis. Was passiert hier? Hallo, mir wird hier Gewalt angedroht und die Polizei macht nix. Ja, was weißt du, was du tun? Nur aber Zweifelhelfel. Ich hab keine Zeit, also. Wem wird hier Gewalt angedroht? Nein, der Macaroni will mich verhauen. Du sitzt doch im Auto. Traust du dich nicht raus? Wenn ich jetzt aussteige und den weghau, werde ich dann verhaftet? Nö. Warum? Nö. Ist einfach nehmlich. Ich kann auch einen Tasern, wenn er gewinnt. Geil. Ist doch gut. Er liegt doch schon längst am Boden. Er hat dir gar nichts ausgehalten. Ich hab gewonnen. Ja, ne. Eindeutig. So ein paar Haltsteine auf dem Kopf, da wird dir schon alles wieder. So schnell konntest du nicht mal gucken, Macaroni. Nee, das war wirklich alles so. Das ging ratzfatz. Unfair, ich bin ausgerutscht. Ja, genau. Ist auch klar. Das muss man auch sagen. Die sind doch glatt hier, ne? Bei plus zwölf Grad. Achso, ich werd gar nicht verhaftet. Warum denn auch? Ich hab so schnell zugeschlagen. Die Schmerzen hast du erst morgen. Bild. Na gut, dann fahren wir mal ins Prissen, oder was? Schön. Dann luk. Ja. Wollen wir mit drin machen? Wem gehört das Auto da hinten? Der hat mein Auto gefaked. Aber eins zu eins. Weiß ich nicht. Der hat gerade angehalten. Das ist denn mein. Warte mal, warum fährt die ins Prissen hier wohl, Matt? Ja, ich muss da rein. Macarena wird eingesperrt. Warum? Was hat er getan? Keine Ahnung. Geiselnahme. Oh, ich hab jetzt was. Kannst du mal eine andere Platte auflegen, anstatt deiner komischen Geiselnahme immer? Ey, da war ich sogar Geisel, ja. In meinem Norden. Achso. Ich spiel mich durch. Wo ist denn der Paper? Bis gleich. Wo ist denn der Paper? Keine Ahnung, im Norden. Nein, der ist doch eingesperrt und nicht. Ist der eingesperrt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach, Jack. Lass er ja weg. Kaltes. Ich hab ne Mission. Was dann? Wir müssen das Auto im Wasser versenken, damit es... Pages. Das Fake-Auto. Die haben mein Auto nachgemacht. Sollen wir das jetzt tragen, oder? Nein. Wir brauchen einen Abschapper. Also. Was brauchen wir? Ja, watsch, rufen wir an. Geht leider nicht mehr dran. Da müssen wir das morgen machen. Ich hab das Kennzeichen. Ich hasse den Orten. Wir ficken den. Warum stehen die da? Ich dachte, du gehst in Habs. Ja, geh ich auch. Ich fahr aber selber. Wie, du fährst der Abel da hoch? Natürlich. Da hab ich direkt ein Auto da. Kein Wunder, dass keiner mehr die Cops ernst nimmt. Bei dem der Moneywag ist, geht alles in den Brüchen. Ja, das stimmt. Willst du mitkommen? Was? Wohin? Komm mit. Komm schon mit, du komm schon mit. Hat der den Kot? Ja, ja, klar. Komm mit. Schnell, Klappinsel. Schnell. Schnellpinsel. Ach, komm, komm, komm. Hier ist keiner. Hier ist doch gar keiner. Scheiße, das ist abgeschlossen, ne? Ach, soll ich auf, Mann? Ja, mach auf. Nein, warte mal. Warte mal. Gibt es keine Nammelage? Bestimmt. Ja, stimmt. Warte, warte. Wir müssen raus, komm. Ja, komm schnell. Er lügt da. Guck mal durchs Fenster. Falscher Grund. Nicht schubsen. Nein. Quatsch, sind die Kameras? Oh, scheiße. Wir sind eingeschmerzt. Ruf den Glück an. So ist ein Krusche. Ja? Nein, nein, wo sind sie? Warte, beim nächsten Mal können wir jemanden auslachen. Ich stehe auch vom Piddy. Ja, natürlich. Ich habe einen Säckepuls, Heiko und damit reinmachen. Okay, ich bin nicht. Komm, ich steige einfach ein bisschen. Auf geht's. Janu. Komm. Nein. Ich hänge dran schon. Ich hänge dran können. Ja, was ist denn los da hinten? Hallo, ich bin hier. Warte, was? Okay, du putt das hier und zu, zu. Achso. Wir müssen uns befangen, ne? Ja. Hast du gesehen, wie der eigene Corp Guard geguckt hat? Ja, immer. Oh Gott. So ein Verkack. Der erste Fahrer am Piddy. Soll ich fahren? Soll ich fahren? Nee, nee, nee. Das ist schon gut. Aber ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Das ist der Vorführeffekt. Nee, die Guards sind am Tag super gefahren. Und jetzt das. Kannst du für mich nun Kennzeichen orten? Kennzeichen? Worausfinden, wer das ist? Ja, ja, ja. Ach, stimmt. Ach, die SMS noch, ne? Ja. Ich glaube, die Polizei verfolgt uns. Weil die denken, die haben die Karre geklaut. Genau, doch im Funk. Die hätten doch was im Funk machen können. Oh Gott! Alter, der bittet uns wirklich. Der ist doch krank. Okay, pass mal auf. Ich habe dir zwei Kennzeichen geschickt. Ja. Der eine, weil ich mich an einem Typen rechen muss. Der hat mein Auto geklaut. Ja. Das zweite Kennzeichen, das muss ich rausfinden, wir haben es gehört, damit ich es im Wasser versenke. Verschieße? Ich wollte mal zu den Kollegen reden wollen. Hast du einen Piddy gesehen? Büsse. Ich kann doch nicht. Die denken, du fährst hinterher. Ich glaube, die wollen nur unterstützen, wenn ich die ins Prison bringe. Äh, halte mal bitte den Napster an. Der flüchtet von uns. Das stimmt nicht. Nein, nein, der flüchtet nicht. Wir fahren in den nur ins Prison hoch. Ach so. Verdammt. Wie kann man so einmal nicht reden? Das ist doch krank. Das ist ein Piddy. Wir müssen im richtigen Moment überholen, ne? Wenn er nicht damit rechnet. Jetzt denkt er links vorbei. Oh Gott. Oh Gott. Was macht ihr? Seid heute alle Lebensmörder? Nein. Ich nicht, ne? Ich sitze im stabilen Auto. Was machst du? Ja, was macht er? Er pittet mich doch. Ich will nur vorbeifahren. Wir fahren rein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Und du hattest gewonnen, ne? Was ist denn los, in Losandos? Hat beiden wieder was ins Grundwasser gemischt? Ja, der Frühling kommt, ne? Und bist du nur zufrieden mit deinem Job, Expresi? Ja, ja, ne? Du wirst ein bisschen depressed. Äh, ich bin einfach nur müde, ne? Ich bin froh, wenn er jetzt gleich durch ist. Halt mal die Schnauze kurz. Sieht genau, halt die Schnauze. Was soll ich das jetzt? Du musst unbedingt die zwei Kennzeichen. Du musst mir die Namen und Telefonnummern geben. Den einen, da musst du mich rechnen. Weil die anderen, die haben eins zu eins mein Auto geklaut. Da glaube ich, das ist ein Rocker. Oh Gott. Und davon ist was. Vorsicht, wir können noch mehr Autos. Wir kommen noch mehr Autos. Fahrt mal von der Straße. Oh, almanisch geregelt. Sehr gut. Ja, muss auch mal sein, ne? Die heulen, warum fahrt ich so schnell hier hoch? Die hier sind Leute. Achso. Sag mir, wer geht einfach in mein Versuch? Wer fällt ein, das zählt nicht. Oh, das zählt nicht? Ah, von der Straße bitten, das zählt? Du hast mich versucht zu bitten. Ah, Kollege, sorry. Nee, der ist ein Klasse. Bist du von der DSU? Scheiße, wer bist du? Ähm, PD69 Walsh, ne? Ja, Glückwunsch. Ja, danke. Könnt's mal zum Friseur gehen, sieht's scheiße aus. Ja, kann ich nur zurückgeben, ne? Also könnt's auch mal zum Tätowierer gehen, sieht's auch scheiße aus. Oh, das ist Kunst. Und das, was du da hast, das ist eher ein Unfall. Ja, also das kann ich nur so zurückgeben. Warte mal, das ist doch der Typ vom, vom, vom Gyni. Äh, ja, ist richtig. Mein Gott, das PD nimmt heutzutage auch alles. Ja, das ist auch richtig. Ich mein, ich war beim PD. Ach, stimmt auch. Ja. Aber wer ist da drin jetzt grad eigentlich? Ich weiß nicht, wer von euch will getazert werden? Ich hab Bock. Glück. Hörst du das Lachen? Ja. Ich dachte, du bist jetzt hergekommen. Ich musste mich aber zusammenreißen. Ich hab gekriegt. Das war so stumpf. Jetzt werf den Macaroni da rein, den Verbrecher. Ja. Ja, der muss noch warten. Der Piep ist auch im Knast. Aber der Pater ist mein Knast. Können wir den besuchen? Ja, grüße. Glück hat gesagt, wir sollen im Auto sitzen, bleiben nur die Uhr. Komm, wir gehen um das Dach. Ach so. Wir sind nicht da. Wir müssen ins Gefängnis einbrechen. Ja. Wir holen ein Pieper raus. Wie ein P. bei dem Bombenbauer. Wir hauen mal wieder ab, ne? Grüße. Oh, danke. 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 Den Knallerpinsel. Warte, noch ein Kringi. Das wäre aber echt schlau, wenn du das Fenster runter machen würdest. Achtung. Ippi. Oh, oh Gott. Aua. Scheiße. Da konnte ich, ne? Da konnte ich. Das sage ich, das lasse ich nicht auf mir sitzen, ne? Das lasse ich nicht auf... Oh Gott, Glück ist wieder da. Das lasse ich doch auf mir sitzen. Nee, du kannst es machen. Kannst du mal auf mir sitzen. Nimm dir die gleich wieder mit runter. Ja, die beiden. Ich muss da mich noch mit rein. Hast du da gerade eine Fensterscheibe geworfen? Eine Flasche hört sich an. So, ich guck mal kurz nach, ne? Also, was sind sie jetzt hier? Ich bin Glaser. Ich bin Glaser. Das nügendwann. Das nügendwann ist gleich, ja. Ich weiß nicht, was du tun hast, oder wie? Wer nimmt uns jetzt mal irgendwo runter? Grüße. Grüße. Hier die anderen, ne? Ich muss nur kurz jemanden nachgucken. Was war das? Also, sollen wir aussteigen? Neun. Ja. Wir rufen jetzt schon wieder an. Weh über... Leg auf, leg auf. Sag kein Schein. Sag Durchfall. Kannst du mir einmal kurz die Kennzeichen durchgeben? Äh, ja. Du willst nur wissen, wer das Auto hat wie du, ne? Ich will wissen, wer das Auto hat. Ja, neun. Ach mal, das ist kriminell. Neun, V, Acht, N, K. N, K. Also, was ist denn daran kriminell? Äh, Hannah. Hannah? Hat mein Auto gefakt. Die hat doch... Es ist der, bei der du das Auto getestet hast. Da hast du sogar die Nummer von der. Ja. Was ist von ihr gefakt? Ja, von der ist... Copycat. Copycat. Was für Hobbycat? Nein, nicht Hobby, nicht Hobbycat. Also, nur mal ganz kurz fürs Fotokommen. Ja, die andere Nummer, der Herr. Die hat mir das Auto nachlackiert. Miau. Okay, dann L, J, 3, K. Nein, die Klappe mietze, Kratzer. L, J, 3, K. Warum hast du nur eine Kratzer im Kofferraum? Wie macht die Copycat? Er hat mir ein Auto geklaut. Miau. Zum Glück hatte ich schon noch nie mit Copycats zu tun. Der eine hat es entwendet und der andere hat es nur nachgefärbt. Finde ich jetzt gar nichts zu. Was? Dann habe ich mich verlesen. Ich schien manchmal. Gott, du hast das verkackt. Sorry. Also, Glück fahren sie uns nicht, Wilder, runter? Nein, ich würde gerne reingehen. Die werden sich da drin jetzt ordentlich aufs Maul hauen. Also, würde ich mich nicht entgehen lassen. Ey, wir haben drei QW. Können wir nicht mitkommen? Ey, wir haben drei QW. Wir sind die Ärzte aus dem Baker. Wir sind auch gerade bei euch im Gefängnis eingebrochen. Dann müsst ihr aber hier mit. Ach, wer ruft mich denn jetzt schon wieder an? Wir sind doch Doktoren. Ja. Das ist aber direkt viel besser. Ja. Stabiles Outfit, ne? Bin ich ehrlich. Hat da drin einer Geburtstag und du bist Stripper-Pinsel? Ähm. Ja. Ja. Ob wir dann reinkommen, bin ich auch Stripper. Mir egal. Seid ihr bei den neuen PD? Äh, nö. Und ja. Also, wer ist neu? Ja. Du? Grüße. Wie lange bist du schon? Äh, zweiter Tag. Anfänger. Ich hab drei Monate. Wenn du mich verhaftest, musst du die Miranda-Behandlung vorlesen. Äh. Scheiße, ich werd dich nicht verhaftet. Ich wollte gerade sagen, du kriegst Handschellen an und dann bist du übergeben, wenn irgendwen der Bock hat auf... Pensel, du kannst da nicht rein. Das sehen wir gleich. Ja. Ich würd sagen, ist nicht meine Baustelle, ne? Nö. Äh, auch Lieblingssatz von manchen Kollegen, ja, ist nicht mein Bereich, oder? Ja, dann Knaller gegen Wurfen. Ich. Was? Ja. Wie kommt der da rein? Ja, die Tür ist immer auf. Ja, das war ein psychologischer Betreuer. Ja, stimmt nicht, Pensel ist Augenarzt. Haben Sie einen Dienstausweis? Ja, haben wir. Natürlich haben wir einen Dienstausweis. Genau, so, aber die Herren, nichtsdestotrotz, ihr es gab keine Besuch, sagt mir, bitte einmal das Prison verlassen. Ich bin nicht fake. Wir sind ja noch nicht im Prison, ne? Wir sind jetzt gerade... Einmal bitte das Gebäude verlassen, vielen Dank. Ja, ja, jetzt weiß ich, was immer ist Pensel. Ja, gebribbelt hat er dich. Kein Problem. Komm, wir gehen raus. Aber ich darf bleiben. Ich wollte noch einen Anfall bekommen. Ja, aber ich bin auch Doktor. Ja. Sie werden hier aber nicht benötigt. Doch, ich habe meinen Fußnergel ein bisschen eingerissen. Und dafür haben wir gleich den Arzt drin. Ja, aber er ist für Ober- und der eine ist für Ober- und der andere für Unterkörper, ne? Also je nachdem, welche Verletzung, brauchen sie schon beide, ne? Außerdem, glaube ich, liegt da ein Verletzer drin. Ja. Vielleicht den untersuchen. Ja, das ist ja... Dafür gibt es ja den Gefängnisarzt. Ach so. Den gibt es wirklich? Ja. Wie ist denn der Name von dem? Äh, Bob. Und welche Nummer hat der? Ja, weil der Typ bei uns da ist doch... Welche MD-Nummer? Der hat keine MD-Nummer. Ah, der hat keine MD-Nummer. Der eigens eingestelltte Gefängnisarzt. Ach so. So. Ähm, also die... Dann möchten wir den kurz sehen, damit wir sehen, dass sie uns nicht anheben. Einmal bitte jetzt... Ich bitte Sie jetzt noch einmal, Nett. Bitte einmal die Rundlichkeiten hier zu verlassen. Ansonsten bekommen Sie einen Platzverweis von mir. Okay. Ich möchte Namen und PD-Nummer machen. SD-Nummer. 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 Sie wollen es einmal nicht. Sie kriegen es einmal nicht. Sie dreckt ja auf Wichsen. Okay. SD-Nummer. Okay. SD-Nummer. Ich will ihn sehen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie können mir das sehen. Komm. Dr. Penze. Kommen Sie. Kommen Sie. Ich bin jetzt überrückig mal. Was ist denn los mit dir? Wir ziehen das Ganze jetzt nur nicht in die Länge. Ich sehe den Ausweis nicht. Ich glaube, ich muss dann die Länge kontaminieren. Und damit meine... Kommen Sie jetzt. Kommen rauf. Ich wollte den Ausweis voll kichnen. Scheiß auf den Ausweis. Scheiße. Jetzt liegt er da. Hast du Glück gehabt? Ist mir eigentlich scheißegal. Ja. Kramatischer Abgang. Jetzt weiß ich, warum. Annel, der ist vom SD, ne? Ja. Sind solche Leute auch im PD? Solche Leute sind auch im PD. Und jetzt weiß ich, warum ich gekündigt habe. Ja, ich habe schon ein paar von kennengelernt, bin ich ehrlich, ne? Nimm die uns mit zurück in den Start. Ja, klar. Können wir machen, ja klar. Wo wollt ihr hin? Boah, weiß nicht. Ich glaube, schlafen, oder? Ja. Ja. Okay. Ihr habt wohl einen Mirror Park in der WG. Ja, schön. Schön. Ah, da bei mir wird eingebrochen. Wir müssen sofort los. Ja, dann los. Let's go. Ja, haupt los. Wir sind Ärzte. Ich habe die Knarfen in der Hand scharfen. Schießen wir scharf? Ja, ja, auf jeden Fall. Immer. Aber, also, ohne Scheiß. Oh, voll sinnlos. Curtis, pass auf. Genau wegen solchen Menschen habe ich kündigt. Und jetzt sage ich es dir. Was musst du bei solchen Menschen machen? Erstmal Autofahren lernen. Grüße. Nein, Abkürzung, ne? Wir sind auch schon mal auf dem Feld, ne? Wir werden eingebrochen. Wir werden aktuell 1031 Park an. Oh, Mirror Park wird eingebrochen, aber nicht bei uns. Warte mal. Oh, wie bei uns. Ähm, ja gut. Nicht bei uns. Die Bodenwelle, ne? Die muss man kennen, ne? Aber kein Scheiß, du musst einmal nicht zurückficken, wenn die so sind, Curtis. Glaubst du mir das? Nee, einfach, einfach ignorieren. Einfach so tun, als würden die gar nicht schickrussieren. Nee, das funktioniert nicht, ne? Das bringt... Oder warten, bis die Duschen gehen und die verkloppen. Was? Warte, was? Wir waren. Er ist wo? Zwei Gründe. Die musst du bestrafen für das Verhalten, indem du in die Gasse ziehst und wegknüppelst, selbst wenn du in den Dienst bist. Scheiße. Gänsel, ich hatte damals einen Hund, weißt du, ich bin bestraft, aber in den Scheiße gebaut hat. Was ist mit einer Gase und Pisse gedrückt? Aus, böse. 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 Jetzt hör mal auf, Mann, jetzt hab ich den ganzen Scheiß im Nacken. Das war Dinosaurierpässe. Oh, das ist nicht dein Ernst, ist das widerlich, Alter? Nein, das ist das Ding, das ist... Ich hab's abgezapft. Oh, schön. Selber gemolken? Nee. Wenn man das versprüht, dann kommt der T-Rex nicht. Ja. Oh, schön. Oh, Gott. Ich hab mir so cool zu bleiben. Okay, meine Damen, wie gehen wir vor? Langsam. Nicht rein stürmen. Hattest du mal noch einen Knarre für mich, die ihr in den hier als Wartenkammer gepackt habt? Äh, klar. Aber so stürmen wir nicht rein. Willst du auch noch eine Machete haben? Nee, nee. Ich frage jetzt noch mal, ne? Wir stürmen nicht rein? Äh, doch, doch, klar. Nix, ja. Das war Pite. Nee, egal, der soll ja wegfahren. Äh, aber ist das vorbei hier, oder was? Ja, warte mal. Ah, nee, ist gar nicht bei mir, Entwarnung. Wie? War hier rechts. Ja. Da wurden die schwarzen Autos vorstanden, glaub ich. Äh. Hä? Hier müsst ihr Wesen sein, ja. Ja, wie? Ist er weg, oder was? Ja, die Kollegen waren, glaub ich, auch schon da. Können wir nochmal nachden. Wir pushen. Wir haben sie im Griff. Hinterangang clear. Wo ist der Vorderangang hier bei dem Scheißding? Hier. Habt ihr gecheckt, ja? Können wir rein? Können rein. Hier spricht das alles, BD. Nimm sie sofort die Hande hoch. Ich bin unbewaffnet. Ja, der Schrank ist sicher. Ist clear. Pimsel, guck mal, was hier auf dem Kühlschrank steht. Hallo, schulder Mann. Pimsel. Pimsel. Guck, was auf dem Kühlschrank steht. Das bist du. Oh, Vega. Okay, ist tank doch clear. Oh, was liegt denn da hinten an dem Kissen? Das sehe ich doch sofort. Hey, das gleiche hat Emile auch rumpelt. Guck, das klingt genauso. Bitte. Das klingt genauso, Pimsel. Das ist eine schöne Wohnung. Hab ich ja noch nie gesehen. Was denn da drin? Da ist nix drin in der Tasche. Krass, ja. Neben dran ist auch noch offen. Egal. Danke, Leute. Wir wohnen hier. Danke. Stell dir vor, wir wären beide ein PD gewesen. Oh, das wäre krass, oder? Was hätten wir die Kollegen wegknüppeln müssen? Die Tür da drüben steht auch auf. Ja, ich sehe es. Okay, pushen da rein. Anders. Wer spricht das alles für die? Wir haben sie sofort die Hände hoch. Schöner Schnitt, schöner Schnitt. Gut. Die kaufen alle ihre Mühe beim gleichen Ding. Wow. Er hat genau die gleiche Tasche. Auch leer. Schön hier, ne? Ah ja. Erinnern mich an... Nix. Erinnern mich an überhaupt nix. Heute kriegen wir bestimmt Ärger. Wir sind komplett drüber. Ja. Ich kann nicht mehr, Aua. Komm, ich fang dich. Ich hab super gefangen, du Wechsel. Ich fang dich. Nicht. Haben wir mal Longjump gemacht. Wer soll mit uns denn Ärger? Mila macht Ärger bestimmt. Stimmt. Oh, ganz eng. Oh. Schnell nach Hause. Äh, LDB dankeschön für die WeSup am 60. Tach, tach. Und Banana Joe, danke für den Primesup am 10. Und Matt Fox, vielen lieben Dank für den Zap und herzlich willkommen. Und John Schneemann, danke für den Primesup. Den Zaubertricksheim? Nee, verpiss dich. Den hast du von mir. Ja, aber ich beherrsche den. Du hast gar nicht angetäuscht, du Penner. Ich hab's versucht, ich schwöre. Meine Gelenke. Wenn ich dich in die Finger bekomme. Was ist denn das für ein hässliches Bike? Jetzt mal umkicken, das Ding, oder? Ja, tut um. Also dagegen treten. Takt auf. Ich kann gar nichts. Du bist der Tank verflucht. Boah, das ist einfach ein Bett. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Oh ja, das war so drüber heute. Komplett. Weißt du, wenn die Messlatte... Kennen Sie, wenn die Messlatte hier so ist? Also so. Ne? Dann waren wir hier. Dann waren wir hier. Da oben wegen wo. Da waren voll viele Sterne im Himmel. Ah, und schwarze Wolken. Schwarze Wolken. Heiß Regen. Guck mal, mein Motorrad steht vor der Tür. Sieht ja aus wie eine Ameise. Ganz mini. Du bist eine Ameise. Bangenmodus. Pinke Beinchen. Was ist denn meine Karre? Die steht in der Wille. Meinst du, bei uns wird auch eingebrochen? Nö. Gibt es ja eh nichts zu holen. Eben. Ich glaube, das wissen die mittlerweile. Außer von Raven die Leiche, die da schon seit fünf Wochen liegt. Ja, aber das ist eine andere Abteilung. Ich hoffe, meine Lampe ist da. Was hast du? Meine Lampe. Ich hoffe auf meine Lampe. Ach. Kein Nugfreude. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Gute Nacht, Benzel. Gott, das war so drüber heute, Alter. Ich finde keine Worte dafür. So. Ihr wunderschönen Menschen. Dankeschön fürs Dabeisein. Komfort, da hast du einiges für TikTok heute, Alter. Also wenn du das Ding nicht auseinander nimmst, ne? Dann verliere ich jede Hoffnung. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Dabeisein. Dankeschön für den Support. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bin schon dran. Sauber. Dankeschön für alles. Wunderschöne gute Nacht. Schlaft alle gut. Lasst euch nicht anquatschen. Und bis nachher. Bis nachher. Guck mal, wie lang geht das Lied. Ah, hör mal nur ein bisschen, ne? Tschüss. Kuss, kuss. Heute war ruhig. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Kuss, 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 kuss Vielen Dank.